Fair War of Battle oder wie? Wie war der komplett richtige Name? Ja. Und auf jeden Fall Thunder Lord nochmal quasi gebufft, indem sie die Cooldown-Zeit nochmal runtergesetzt haben. Wir haben jetzt gerade erfahren, dass der eine von dem einen Team gerade neu starten muss. Das verzögert sich ein bisschen, aber der müsste gleich wieder da sein. Fair War of Battle wurde was verändert. Minion stacking, now only stacks on Champion hits. Ability stacking using Ability no longer grand stacks of Fair War. Wow. Ansonsten wurde noch, also im Ferocity Tree, im offensiven Baum Warlords, Bloodlust wurde verändert und Deadfire Touch. Also beim Warlords war eigentlich nur ein Bug fix und bei Deadfire Touch ein bisschen die Zeit erhoben. Die Duration ist jetzt von 3 auf 4 Sekunden und Area of Effect von 1,5 auf 2 Sekunden erhöht worden. Denkt ihr dann, dass wir heute hauptsächlich den Thunder Lord sehen oder dass hin und wieder noch einer mit der alten Mastery rumrennen wird? Weil ich habe jetzt schon öfters gesehen, dass, oh, da geht es schon los in die Pick-und-Bann-Förse. Dann gehen wir mal darüber. Und, ja, First Pick. Äh, First Bun. First Bun. Ilaoi. Ja, war abzusehen. Mundo. Mundo, ja, Mundo ist klar. Und ich schätze als nächstes, ja, könnte man Jax Poppy mal angehen. Einfachst wissen die Teams ja auch noch nicht, was die Gegner angehen. Vielleicht gibt es auch einfach Team-Kombos, wo sie halt machen wollen. Und dann waren sie halt speziell, weil sie die Team-Kombos halt haben wollen. Naja, so Raka mittlerweile nicht mehr ganz so stark. Wurde auch genervt leicht. Ja. Aber immer noch nervig genug. Also der ADC kann nicht mehr YOLO einfach reingehen und traden bis zum Gate-Nummer. Ich denke, Anfang des Turniers wird sehr viel normal wie im Solo-Rank gebannt. Und dann später sehen wir wahrscheinlich spezielle Bands, wenn man merkt, dass irgendjemand mit einem Champion extrem aufräumt. Naja, ich denke auch. Ein Poppy-Bann. Immerhin. Ein Poppy und? Ja, ich denke so. Wir haben jetzt Ilaoi und Mundo gebannt. Also Top-Bands wäre vielleicht noch Jax oder so. Da ist er. Erster Pick auf der Seite von den Rohrrupplern oder sind es auf der blauen Seite? Ja, das ist Epic-Bongson, ist der Teamführer der Rohrruppler. Immer noch ein überragender Name. Sehr guter Name, ja. Kriegen wir die... Epic-Bongson, ja. Tam Kench, okay. Ich mag Tam Kench auf der Botlane, er ist ein extrem starker Supporter. Er kann so viel mit ihm machen. Wobei der jetzt auf dem PPE ist, jetzt gerade von Tam Kench, dass er, wenn er die Leute frisst, oder ist es in Patch-Notes, ich weiß es nicht mehr, ist das, wenn Tam Kench die Leute frisst, also ein Ally frisst, dass er dann nicht mehr schneller wird. Ja. Ja, das ist auch schon ein normaler Patch drin dabei. Das ist jetzt schon diesmal drin gewesen. Dario ist schon lange nicht mehr gesehen. Also im letzten Patch wurde er ein bisschen genervt. Können wir uns auch gleich angucken, was es war. Herr Sivir haben sie ja auch, glaube ich, schon wieder ein bisschen gebufft. Ja, sie hat ein bisschen mehr Damage auf ihrem Rico-Shed, hat sie ein kleines bisschen mehr Damage bekommen, was ziemlich gut zum Pushen auf der Lane wird. Bin ein großer Fan von Sivir, wenn man vielleicht weiß. Der Dario ist übrigens zurückgezogen und jetzt ist ein Renekton. Switchen gerade noch. Zum Glück haben sie hier nicht die LCS-Regeln, dass man, glaube ich, die letzten 10 Sekunden nicht mehr den Pick wechseln darf. Also Rico-Shed von Sivir hat 0,1 Ratio Bonus of Damage bekommen. Ja. Im letzten Patch. Es mag vielleicht jetzt nicht so entscheidend klingen, aber es führt schon dazu, dass man ein bisschen besser pushen kann und die Lane-Off-Ramp kann. Ja, der Devore von Tankench no longer gains movement speed when moving away from enemies while devoring an LA-Champion. Ja, so wie ich es gesagt habe, dass es einfach, wenn er einen Ally frisst, dass er da nicht schneller wird. Ja. Das wäre wahrscheinlich ein extremer Vorteil gewesen, um Leute zu retten. War das jetzt ein kluger Pick, Sivir als erstes oder quasi als zweites schon in der First-Pick-Rotation zu? Sivir geht in jedem Team. Du kannst Sivir relativ viel picken, weil du das Feldschild hast und du viel machen kannst. Sivir ist okay als First-Pick, sie geht in jedem Team, sie kann jedes Team gut pushen. Der Ulti ist sehr supportiv, um halt einen Run zu machen auf einem Gegner-Team oder auch um zu fliehen. Je nachdem, Sivir wird ja normalerweise eher so in der Mid-Lane stehen, also mit Line. Und dann halt das Team mit dem Ulti entweder nach vorne oder zurück pushen. Jenks ein guter Counter für Sivir oder eher weniger? Also ich sehe da eher weniger, weil Jenks mit ihrer W und mit ihrer E, ja, kann sie ja nichts machen eigentlich groß gegen sie. Du kannst, wenn du das Feldschild hast, kannst du über die Fallen drüber laufen. Du kannst, mit dem Laser kriegst du eigentlich nur Mana, weil auf den Laser kannst du dich sehr gut mit dem Schild vorbereiten. Und du kannst auch das Ulti mit dem Schild blocken. Allerdings ist da jetzt durch Tam Kench so oder so jetzt nicht so viel gesagt, weil Tam Kench kann halt sehr viel an Sivir rumknuspern, was dann extrem nervt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt eine schlechte Wahl war, Jinx zu nehmen. Mir gefällt persönlich der Victor-Mind-Pick auf der rechten Seite. Finde ich sehr interessant. Ich sehe den Victor immer gerne. Okay. Aber wo lieb ihr im Jungle? Ja, mit den neuen Masteries. Geht er mit den neuen Masteries dann wieder besser? Allerdings wurde die Rüstung des alten Mannes ein bisschen genervt. Es gibt jetzt 500 statt 600 Leben, was auf jeden Fall ein Must-Have oder auf jeden Fall ein sehr gutes Item ist auf Wall-E-Bear. Ich denke mal Deadman's Blade, oder? Deadman's Blade, ja. Oh Gott. Können wir uns auch auf englische Item-Namen einigen, weil... Eigentlich habe ich es ja auch im Englischen, aber es ist mir gerade auf Deutsch eingefallen. Ich weiß nicht warum. Okay, ja gut. Ich frage mich nicht. Ja, dann Anivir gegen Victor. Trundle ist ein guter Pick. Anivir gegen Victor. Ja, hängt dann vom Skill-Niveau ab in der Midlane. Sehen wir ja gleich im Spiel. Muss natürlich Anivir gut dodgen können, wenn der Victor die ganze Zeit mit seinem Laser rumballert. Ja, eigentlich bleibst du einfach aus der Range und versuchst da auch so oder so gegen zu pushen oder halt auf deinen Jungler zu warten. Dodgen kannst du mit Anivir fast vergessen. Ja, und Anvistible, was wird er? Brown. Könnte das sein. Na, kann nochmal gewechselt werden. Nein, Brown bleibt. Okay. Ist jetzt eine fragwürdige Entscheidung vielleicht? Was denkt ihr dazu? Zu Brown gegen Tam Kench? Also ich bevorzuge lieber dann den Counter-Pick oder halt einen guten Pick gegen den Jungler, äh, gegen den Supporter meine ich natürlich. Der Supporter hat am Anfang wesentlich mehr Einfluss auf die Lane. Naja, gerade jetzt hier noch mit Thunderlord oder so. Das wäre zum Beispiel eine Morgana extrem tödlich gewesen. Die macht mit ihrer Pfütze so dermaßen viel Schaden mit dem Thunderlord. Eine Morgana generell gegen Jinx und Tam Kench gar nicht eine schlechte Wahl gewesen. Aber haben wir nicht. Wir haben einen Brown. Kann das Ulti von der Jinx einigermaßen mit seinem Schild abfangen? Ja, also sollte er sowieso. Kann aber nicht besonders viel gegen Tam Kench machen. Also sehen wir da mal gleich. Ja, insgesamt die Team-Combo. Ich würde sagen, bei Team Blau relativ tanklastig. Wenn ich mir das mal so angucke, Lee Sin, Tam Kench, Trundle ist schon eine Macht, gegen die man da antreten muss. Aber halt im Gegnerteam genauso mit Renekton, Volibear und Braun. Es ist ein, ich würde sagen, bei Team Blau wäre es nicht schlecht. Vielleicht also ein gutes Split-Push-Team. Und also Siege-mäßig würde ich da jetzt nicht so viel Potenzial sehen. Wenn Sie am Anfang gewinnen, dann schon aufgrund der hohen Tank-Innes, die Sie haben. Aber sollten Sie im Early-Game nicht schaffen, eine Überhand zu gewinnen, dann bleibt Ihnen nur die Möglichkeit, Objekte zu holen, indem Sie halt Split-Pushen. Ja, aber für Split-Pushen haben Sie jetzt auch nur Renekton, der einigermaßen gefahrlos... Ich rede vom Blau-Team. Achso, okay. Blau-Team, können wir da kurz wieder die Sicht drauf haben? Trundle, Trundle. Ja, Trundle, der reißt natürlich Tower. Tam Kench kann sogar einigermaßen pushen. Jinx kann ziemlich gut pushen. Lee Sin kann vorbeikommen und auch ein bisschen mit pushen. Anivia oder so, die räumt dann eine Lane ziemlich schnell weg. Halt nur die Minions, die Tower, da ballert sie eine Weile drauf, bis da was passiert. Ja, aber die Minions machen ja so oder so den Großteil des Schadens an einem Tower. Am Anfang, besonders am Anfang. Und vom Early-Mid-Game, was glaubt ihr, was im Early-Game stärker ist beim Team? Ich denke, im Early dürfte sich das rote Team besser draufschlagen. Das rote? Ja. Ich finde, voll in Skalierung her ist eigentlich... Also in der Mid-Lane würde ich auf jeden Fall auch im Early auf den Victor tippen. Je nachdem, wie gut die Anivia halt spielt. Aufgrund, wie wir schon festgestellt haben, sein Harassment auf die Anivia wird unangenehm. Er kann ja mit seinem Coup Movement Speed bekommen, wodurch es relativ leicht fallen wird, dem Stun auszuweichen, wenn er es richtig spielt. Und dem Laser ist für Anivia schon relativ schwer auszuweichen. Den Coup kann sie gar nicht ausweichen. Wenn ein Gank von Volibear kommt und Victor seine Sphäre drauflegen kann, dann wird es für Anivia ebenfalls sehr unangenehm. Ja, dann bringt ihr dann wahrscheinlich auch ihr Extra-Leben nichts, weil sie ist halt relativ unmobil. Und wenn sie dann einmal irgendwie... Volibear wird dann unangenehm. Wenn sie nicht ihre Wall auf Level 4 skillt, wird auf jeden Fall Volibear unangenehm für die Mid-Lane. Ich würde auf jeden Fall die Mid-Lane priorisieren mit Volibear. Weswegen man da jetzt eigentlich gut worten sollte. Ja, auf der Bot-Lane sehe ich dann gerade im Early noch Seavir vorne. Im Late-Game könnte dann die Jinx, wenn sie das Early nicht komplett in die Sands setzt, gewinnen. Also wenn sie ins Late-Game kommt quasi. Und auf der Top-Lane kann er da vielleicht was sagen. Auf der Top-Lane? Ja gut, Rundle ist nicht so leicht gankbar. Deshalb auf jeden Fall auch, dass der Voli nicht mitkommt mehr. Und auf der Bot-Lane kann er auch nicht ganken wegen Camtage. Das kann man auf jeden Fall sagen. Wobei, dann kennst du ja kein Movement Speed mit. Ja, aber er kann halt immer noch die Leute rauspicken, rausfressen und einfach wegrennen und da rausschucken wieder. Das ist nicht das Problem. Und es ist halt auch tanky. Ja. Jetzt geht es bei uns hier los vom Ding. Wir haben ja drei Minuten Delay. Auf der Top-Lane würde ich sagen, wird es auf jeden Fall eine Farming-Session. Beide Champions sind ziemlich gut, was Survivability angeht. Sie haben lange Sustain, beide kriegen viel Leben zurück von den Minions. Sie werden sich ziemlich, also ich würde sagen, bis Level 6 werden die sich oben sehr viel fahren. Und wenn ein Gang oben kommt, dann wird es interessant. Also ich glaube nicht, dass sehr viele erfolgreiche Gangs auf der Top-Lane stattfinden werden. Eher Mitte- und Bot-Lane vielleicht. Mit Tom Kensington ein Gang auf der Bot-Lane auch gar nicht so schlecht mit Lissin. Ist doch sehr mobiler Ganger, Lissin. Auch als Early-Gang eigentlich ziemlich gut bekannt. Ich denke auch, dass Volibier sich hauptsächlich im Early- und im Mid-Game auf die Mitte versteifen wird. Und da versuchen wir, so häufig wie möglich die Anivia abzuholen und den Viktor nach vorne zu bringen. Es ist natürlich auch die Frage, wie wird Anivia spielen? Wird Anivia aggressiv spielen oder wird sie eher sich pushen lassen, was dem Viktor dann auch die Möglichkeit geben wird, zu ganken auf der Bot-Lane, was halt sehr viel dem roten Team sehr viel Potenzial bringt, auch mal den Drachen zu holen? Ja, werden wir gleich an den Invades sehen? Nein, das blaue Team kommt schon mal nicht richtig aus dem Puschen, um irgendeinen Invades zu starten. Ich denke, ein Invades von denen wäre jetzt auch noch nicht so... Also die haben jetzt nicht gerade so das beste Invades-Team. Starten ein ganz normales Abtasten am Anfang, Rewards werden gestellt. Wer wartet noch in der Base, beziehungsweise ist es gerade noch nicht da? Good luck, boys. Anscheinend. Sportliches Verhalten, sehr gut. Ja, ganz normales Ruhmgestehe am Anfang, abgewartet, ob der Gegner invadet oder nicht. Beim roten Team, nee, auch nicht. Er wird getanzt vor Mord, souverän. Wir haben gerade gesehen, der Durchschnitt ist so... Ja, es war zweimal Gold, zweimal Platin und einmal Silber im unteren Team, im roten Team. Da ist, glaube ich, der Renekton ist, glaube ich, Silber gewesen. Wobei, das sagt jetzt auch nicht zwingend aus, ob er jetzt noch Silber ist oder auch im Silber-Niveau spielt. Wir wissen natürlich auch nicht so viel von den Teams jetzt, also wir sehen sie jetzt zum ersten Mal. Das rote Team startet bei Krom und das blaue bei den Golems. Ja, was abzusehen war mit Volibear und Lissin. Ganz normaler Start. Ne, ganz normales Abgetaste auf jeder Lane. Nichts Verrücktes, Items-mäßig. Da sehen wir schon das, was wir angesprochen haben. Viktor wird versuchen, auf jeden Fall der Nivea etwas zu pushen oder beziehungsweise zu harassen. Renekton ist ein bisschen aggressiver am Anfang. Ja, am Anfang ist der Lifestil und der Life-Rack von Trundle noch nicht so massiv, dass er da ist, ständig sein Leben hoch heilt. Ja, Anivia kriegt schon wieder den Laser rein. Ja, da haben wir es wieder mit dem Dodgen, dass er es nicht hinkriegt. Es ist sehr schwer mit Anivia. Sie ist zwar ein Vogel mit Flügeln, aber bewegt sich unglaublich langsam wie ein Hühnchen mit gerupften Federn. Auch die Outdoor-Tech von Anivia ist nicht gerade die beste. Eigentlich müsste sie durchgehen mit ihrer Q und mit ihrer E, glaube ich, arbeiten, aber dann steht sie halt nach zwei Minuten nur noch mal einer da. Ja, sie versucht ja jetzt auf jeden Fall mit dem Q zu harassen und zu pushen. Da kommt der erste Early-Gang von Lee Sin. Anivia zieht sich zurück und lässt Lee Sin erstmal alleine. Ja, aber es ist jetzt eigentlich nicht so. Sie möchte halt keine Minions verlieren, so wie es aussieht. Ja. Und verliert einen. Es wurde auch gehofft, einfach, dass er den Sammler bürnt. Also, es war eigentlich kein besonders guter Gang, so gesehen. Naja, aber auf jeden Fall als Jungler ein bisschen zeigen, dass man da ist und dem Gegner daran erinnern, dass er vielleicht nicht ganz so hart pushen sollte, was Victor jetzt eigentlich komplett ignoriert und halt weitermacht. Ja, natürlich zeigt der Lee Sin damit auch seine Position, was er auch nicht so fortanhaft ist immer in jedem... Er ist ja nach unten weggegangen und ist jetzt aber wieder im Top-Jungel unterwegs. Also könnte er jetzt den Gegnern quasi so geredet haben, okay, er ist jetzt quasi unten, aber befindet sich halt oben. Von den Grimms her ist es relativ ausglichen. Ja gut, noch so kurze Zeit. Ja, die Jinx führt schon momentan unten, der Victor führt in der Mitte. Kannst du mal ansortieren, dass wir... Die Jinx hat schon fast jede 10 Minions Vorteil geholt, das ist dann schon... Das spürt man dann schon später beim ersten Back-Game, wenn die Jinx es halten können. 10 Minions ist schon ein guter Unterschied. Ja, oben ist auch relativ ausgeglichen. Tanking-Tank ist es... Auch die Minions halten sich sehr nah beieinander, also die CS und die werden auch wahrscheinlich weiterhin da oben einfach gegeneinander farmen. Da kommt aber der erste Gank, der Sinn. Aber Renekton ist sehr schwer zu ganken, also er wird einfach nur hinten abhauen, wenn du dann von vorne kommst oder von hinten kommst. Naja, der hilft einfach aus, da hast du schwere Chancen, den mal gescheit zu freiwischen. Voli-Beer noch erstaunlich zurückhaltend, wird wahrscheinlich bis er ein gescheites Item hat. Ich vermute mal, dass er jetzt ganken kommt. Über den River, die Grabe abholen und dann über den River. Ich glaube, ich ziehe mir gleich ein Pullover an. Haben wir eine Ward unten? Nee, er macht die Scuttle Crab. Ja, ein Tri-Brush ist nur ein Tri-Brush. Er könnte tatsächlich von der Seite ganken, aber er geht wirklich in den Tri-Brush, was er jetzt natürlich verdient. Sehen Sie das gleich? Sie haben es zu spät bemerkt. Da kommen die Fallen von der Jinx. Aber sie werden den Tahm Kench auf jeden Fall erwischen. Da wird das Flash schon benutzt. Das erste Flash ist aus dem Game. Aber trotzdem noch relativ ungefährlich. Braum sogar Ignite benutzt. Es war eigentlich jetzt für das rote Team gar nicht so schlecht, dass der Flash jetzt auch benutzt worden ist. Nee, Tahm Kench überhaupt keine Summlers mehr. Das ist irgendwie Topling wird gepusht. Ja, aber immer noch ganz gemütlich unterwegs alle. Jungner wieder. Äh, wo? Da versuchen sie was. Da haben wir so 3-Rush gekleert. Lysen versucht über den, über die Lane zu kommen, aber sieht das Wort nicht. Ja, CS mäßig. Immer noch relativ gleich. In der Mitte hat Anivia 10 Farm hinten. Sie wird 10 Farm hinten. Jinx geht back. Aber der Top-Layner ist weggegangen. Mal schauen, was er jetzt kauft. Auch ganz schön lang. Jinx hat einen leichten Gold-Vorteil momentan noch. Ah ja, die Hydra. Also Tiamat. Ja, Tiamat ist natürlich dann böse auf Drundl. Das gibt dann auch extra Rave-Clear. Wenn er das Minion, das stirbt, gibt ihm über sein Passiv wieder Leben zurück. Aber Renekton jetzt ein Level vorne. Was kauft er? Ja, wenn er zurück auf die Lane kommt, wird das wieder ausgegessen sein. Ja, wird dasselbe. Ja, sind auch relativ ähnlich beide. Da hat man jetzt auch die Snow-Minions gesehen hier, den sehr großen auch. Die Weihnachts-Minions. Aber wir wissen ja nicht, was die anderen für ein Bild haben. Deswegen solltest du Scroller-Hein vermeiden. Ja, Vision Ward entfernt. Nur mal alles reingesetzt. Weiter geht's. Der Dragon wurde jetzt gerade gepinkt. Vom blauen Team. Oh, wird da... In der Welle, die... Tumquench hinterher kriegt er noch Jinx hinterher. Oh, das wird... Ja, das sieht sehr schlecht aus für die Sevilla. Da wird das Fleisch benutzt, aber... Oh, das wird knapp. Nein, das war das First-Blad für das blaue Team. Souverän. Und natürlich... Das war natürlich ein ziemlicher Fehler von der Sevilla gewesen. Da hätte man einfach dann aufpassen müssen, ohne Vision dahin zu gehen. Ohne Vision dahin zu gehen. Traum sich zurückgezogen und dann alleine da... Stehen zu bleiben. Großer Fehler von der Sevilla. Ja. Und die Sevilla liegt sogar so schon ein paar Minions zurück. Nun kann sich die Jinx mit dem Kill und der Minions... Also First-Blad-Bonus, CS-Bonus... Damit kann sie sich nun wahrscheinlich einen Vorteil erspielen. Wenn sie da das weiterhält, könnte dann das gefährlich werden. Der Drache... Ja, der Drache. Und gleichzeitig die Mitte gegeben vom Moor-Team. Na, das können sie da... Versuchen da was rauszuholen. Ja, das kriegt ein Newe-Kling. Das wird ein Kill für... Oh, da hat sich der Voli-Wer noch den Kill geschnappt. Schade. Eigentlich wäre der Kill viel besser gewesen auf Viktor. Allerdings hat sich das blaue Team den Drachen geholt in der Zeit. Das sieht schlecht aus für den Renekton. Der Ulti einfach... Und da kommt noch der Flash. Counter-Flash und ein Coup vom Trundle hinterher. Das ist einfach nur ins Gesicht bei dem Trundle. Wenn der einmal den Ulti anhat, zerreißt er halt Renekton. Das Ulti ist natürlich sehr stark gegen Renekton. Der Coup selber vom Trundle macht auch enorm viel Schaden. Also gerade durch das Ulti unterschätzt man Trundle gerne mal. Zuerst, also wie man es gesehen hat, sah es doch gar nicht immer so schlecht aus für den Renekton. Aber wenn man Trundle öfter spielt, dann weiß man, dass es am Anfang nur gefühlt ist. Ja, quasi je stärker der Gegner, desto mehr Schaden und alles macht halt Trundle am Gegner. Ja, das Ulti zieht ab. Es zieht Rüstung ab und gibt dir. Und heilt dich auch. Ja, Bot-Tower, überlebt er das auch? Bot-Tower fallen. Aber bei Jinks ist da. Man hätte jetzt sogar weiterpushen können. Aber sie hatten ja Vision. Mal sehen, wie lange Anivia den Blue-Buff behalten darf. Und wissen wir wieder, wo die Bär vorbeikommt. Also die Bot-Lane und der River ist von dem blauen Team wesentlich besser unter Kontrolle. Auch der Drache ist wesentlich besser unter Kontrolle. Man sieht es an den Boards. Tam Kentsch leistet gute Arbeit. Aber noch keine Anstalten gemacht, den Rift-Herald anzugehen. Ja, das ist ja oben. Also das hängt dann auch davon ab, wie Lee Sin spielt. Aber die Bot-Clean ist momentan auf jeden Fall am Gewinn mit Jinks und Tam Kentsch. Ja, da hätte Tam Kentsch vielleicht noch weiter machen können. Ah, nee, da kommt wohl die Bär. Da haben sie gesehen. Lee Sin ist viel zu weit weg. Das könnte schlecht ausgehen für den Tam Kentsch. Ah, die Jinks holt sich noch den Kill am Braum. Beide Supporter sterben. Hätte man vermutlich vom roten Team mehr rausholen können. Aber da noch Viktor dabei. Die wollen jetzt unbedingt noch die Jinks haben. Da wird alles auf die Jinks abgefallen. Ja, das Ulti. Ah, da kommt sie noch weg. Und Trundle amüsiert sich mal wieder ein bisschen mit Renekton. Ja, Trundle scheint jetzt definitiv die Oberhand zu haben. Obwohl der CS also ziemlich ähnlich ist. Anivir nutzt die Situation und pusht in der Mitte den Tower. Da wird wild gepinkt vom blauen Team. Können wir mal gucken, was der Chat. Ja, Anivir sieht es natürlich, dass da jetzt der Volibear und der Viktor hochkommen. Und geht jetzt erstmal, lässt sich etwas einpushen. Aber Volibear könnte da einen Dive versuchen und wieder. Oder? Nein. Cloud Play mit Viktor. Hat ordentlich mehr CS mittlerweile als die Anivia. Obwohl er unten auf der Botlane war. Ja. Er schafft es doch besser zu farmen und zu romen. Wobei das sich jetzt relativ ausgleichen kann. Anivia hat ja mittlerweile ihren Catalyst und den Tropfen, was so viel Mana hergibt. Also auch durch den Catalyst des Sustain und Mana Rack per Level, wenn sie den Herz halt bekommt. Und auf der Lane, dann müsste sie eigentlich die Lane extrem gut wegfarmen können. Ja, da könntest du dich auf der Botlane, wie du das anbahnen. Wird gesehen vom roten Team, dass der Lee Sin da rumsteht. Und der Web Control ist generell das blaue Team meiner Meinung nach besser. Ja, das hat mein Meinung nach den River. Weil die ganzen Worts überall verteilt sind im ganzen River. Auf der Topside. Haben auf jeden Fall bessere Sicht. Viktor kann quasi, komischerweise, obwohl sie keine Sicht haben, ist er extrem aggressiv und weit vorne gewesen. Hat er nur mit Sicht nach oben hin. Auf der Botlane, ja. Könnte Volleyball auch versuchen mehr zu machen. Immerhin steht er T1-Towern immer. Ja. Viktor ist sehr confident momentan. Ja, der fällt auch relativ gut mit Farmen. Ja. Goldmäßig, ja. 500 Gold Lead, 800 Gold Lead insgesamt. Können wir einfach mal schauen. 500, na. Ja, 700 Gold, ja. Dennoch sind es keine sehr großen Unterschiede. Außer, also ich würde sagen, der Gold-Unterschied, den Volleybear mit seinen zwei Kills gegenüber Lee Sin, hat das schon, wird schon ein bisschen spürbarer, auf jeden Fall. Als Jungler sollte man eigentlich versuchen, so sehe ich das, die Kills bestenfalls auf der Lane zu lassen. Ja, es hängt davon ab, was für ein Jungler du bist. Aber Volleybear hätte auf jeden Fall den Kill besser an Viktor übergeben. Na, blaue Team weiß Bescheid. Lee Sin, nein, versuchen nichts weiteres. Und da wird der Wort schon wieder weggekriegt. Ja, und Viktor einfach Farmlifer aggressiv würde. Push. Ja, scheint sich keinerlei Sorgen über einen Gang zu machen gegen Lee Sin. Ja gut, sein Jungler ist ja auch da momentan. Lee Sin scheint sich auch nicht wirklich so für Viktor zu interessieren, was eigentlich schade ist. Interessant ist ja, dass Jinx unten alleine gelassen wurde. Also ohne Jinx, ohne Escape auf der Botlane gegen zwei Leute kämpfen zu lassen, während Lee Sin hat ja nur um seine Camps gemacht. Es wird ja auch nicht gerade leicht, an Jinx ranzukommen, auch mit Braun, mit den Fallen kann sie relativ gut, wenn sie sich aus der Entfernung raushält. Allerdings hätte man Jinx mehr ins Team jetzt einbitten können, dass sie ja sich schon einen Vorteil erspielt hat. Aber der Tower-Handle... Ja, Trun will jetzt sterben. Schauen wir mal. Ja, es sieht das sehr danach aus. Das ist sehr schwer, da wegzukommen. Gegen Volleybear und Renekton ist sehr schwer wegzukommen. Oder auch ein Offensives Flash genutzt, einfach um den Kill zu secure. Hätte er noch seinen Pillar gehabt, wäre er vielleicht nochmal rausgekommen. Ich denke, der Flash war nicht mal nötig. Nee, der Flash war auch umsonst. Aber jetzt haben wir beim roten Team zwei Tower und damit die Gold-Slead wieder um 2000 Gold. Das ist halt ein Board. Aber sie tracken hier, sie da tracken in der Mache, weil sie glauben. Ja, dadurch, dass sie einfach besseren, sie haben einfach mehr Vision, besseren River-Control. Ja, Map-Control, genau. Außerdem hatten sie ja auch gesehen, dass Volleybear auf der Top-Lane war. Also er konnte auch gar nicht runterkommen. Konnten sie quasi Trunl gegen Dragon tauschen. Sie haben auch den Tower getauscht. Den Tower können sie vermutlich nicht daffen. Der Tower mit Fall, ja. Also Jynx an einem Tower muss man zulassen, ist schon. Ob das jetzt nötig war von diesem, Baum-Ulti raus, Jynx frisst ordentlich und Jynx ist down. Silvia kommt ja auch ganz knapp davon. Ja, Double Kill für Victor. Kriegt man da nochmal? Nein, kriegt man nicht. Nee, nee. Sie hat noch nie passiv. Jundl hat sich in eine sehr unangenehme Situation begeben. Ich glaube nicht, dass sie ihn down kriegen, aber trotzdem hat er sehr viel Schaden gefressen. Anivar wird natürlich die Lane leicht clearen können mit ihrem Ulti. Also wenn sie jetzt... Nee, sie scheint nicht wirklich etwas dagegen tun zu wollen. Jetzt setzt sie ein, hat halt auch jetzt nicht unbedingt das Mal. Ja, der Dive. Extrem schwer, ja. Der Dive. Und da ist quasi... Volleybear, Renekton... Ja, das ist... Ja, Braun. Also das ist einfach eine Wand, die da auf dich zurennt. Dann wird sogar Tam Kensch durchsitzt dann. Da hätte Tam Kensch nicht reinsocken. Einfach wegbleiben sollen. Da konnte er nicht mehr mehr sein Schild anmachen. Das ging schon extrem schnell und durch die CC-Change... Äh, Chain. So, konnte man da nichts machen. Dieser enorme Engage mit Volleybear und Renekton und Braun, der hinterher springt. Und dann noch sein Passiv, der dann relativ schnell aktiviert wird, wenn alle auf denselben Champion hauen. Dann Victor und Sivir. Sivir unterstützt dieses Team sehr gut mit ihrem Ulti. Volleybear mit dem Sivir-Ulti und Renekton mit der Sivir-Ulti. Die können extrem schnell rein. Braun springt einfach hinterher. Das ist ein extrem guter Engage. Also das ist... Vom blauen Team, die müssen das beachten. Das ist so unangenehm, wenn diese Champions einfach auf dich zurennen. Du kannst da nicht so viel gegen machen, wenn du jetzt nicht gerade die Wall oder sowas von der Anivia setzt. Also dafür musst du sich Anivia unbedingt die Wall aufsparen und sie vielleicht auch so ein bisschen höher skillen. Ja, sie ist ja auf jeden Fall schon nicht mehr Level 1, die Wall. Also das, was wir gerade eben gesehen haben, war ja nicht die Level 1 Wall. Lissin könnte auch noch mit seinem Ulti einen Engage verhindern. Allerdings das Ulti, um einen Engage zu countern. Manchmal wäre es sogar gar nicht schlecht. Allerdings hat sie sich jetzt wirklich schlecht erwischen lassen, leider. Welchen Bill würde dir jetzt Chinks empfehlen, dass du sie baut? Weil sie haben drei Tanki, die haben Dranekton, Volibear und ein brauer Gegner-Team. Ja, denn momentan ist ja eh die Zeit für ADCs etwas nervig. Der Last Whisper ist quasi nutzlos geworden gegen die großen Tanks, weil er nur Bonus-Armor penetriert. Und ja, das ist schwierig. Also ein Blade of the Rune King auf Jinx ist gegen so ein Team ruhig spielbar. Aber sie wird wohl auf Infinity-Game, weil das skaliert halt super. Ist auch nicht so schlecht. Ich meine, im Early-Game so viel Rüstung und so viel Leben schaffst du gar nicht, im Early-Game aufzubauen. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, also mit dem Infinity-H anzufangen. Aber für Mid-Late-Game wäre ein Blade of the Rune King okay auf Jinx. Also aber nicht mal zwingend notwendig. Es hängt davon ab, was das Gegner-Team baut natürlich. Wobei auf Volibear und auf braunem Leben zu bauen, ist eigentlich ein Must-Tash. Ja, Volibear ist ja am Ende, wenn er seine Passive abhat, quasi nicht mehr tötbar. Anivia geht jetzt zurück in dem Moment. Da von oben kommen noch mal zwei Runde. Jinx hat unnötigerweise gerade noch mal ihr Blech rausgemacht. Anivia geht alleine in den Monobüschen da rein. Mutig, kann man sagen. Aber es wird auch nicht gesehen, was die Anivia da macht. Viktor hat ja Schaden an der Jinx vom Viktor. Viktor ist halt fatal. Er baut da auch als erstes ein Full-Ability-Power. Das Item von Viktor gibt 160 Ability-Power. Ich weiß nicht, ob sie es geändert haben, aber es gab die 160 Ability-Power. Dann scheint wohl auch Rabat uns Death-Cap als erstes zu bauen. Sein Damage ist dann einfach unglaublich mit dem Laser. Und zweites Item von Sivir. Als erstes ein Essence-Reaver. Der wurde ja auch ein bisschen geändert. Ja, können wir jetzt reingucken. Ja, können wir hier einfach sehen. Das ist jetzt 10% Cool-Down-Reduction hat er gekriegt. Dann bekommt man für Crit nochmal zusätzliche Cool-Down-Reduction. Ja, das hatten sie ja auch schon vorher. Aber diesmal brauchst du, glaube ich, 20% um 10% Cool-Down-Reduction zu kriegen. Ja, der Maximum-Cool-Down-Reduction-Bonus wird jetzt erst ab 30% Critical Chance erreicht. Und? Das war vorher 20%. Und als zweites ist Sivir auf Phantom Dancer gegangen. Phantom Dancer immer noch so stark wie früher. Ist noch schwächer. Was ich meine, es wurde was von Phantom Dancer gemacht. Phantom Dancer hat jetzt sogar mehr Attack-Speed statt 40%, 45% Attack-Speed. Also ist ein bisschen stärker geworden wieder. Am Anfang von der Pre-Season hat man ja überwiegend hier Statics gesehen und den Revolver. Den sieht man jetzt auch nicht mehr so häufig, die zwei. Das sieht man auch wieder häufiger, den Phantom Dancer. Ist es klüger, jetzt auf Sivir Ihrer Stelle mehr auf quasi kontinuierlichen Schaden, also Phantom Dancer zu gehen oder mehr auf Burst? Der Phantom Dancer ist auf Sivir gar nicht so schlecht, aufgrund dessen, dass sie jetzt einfach die Minion-Collusion dadurch halt wegbekommt. Und mit ihrem Ulti zusammen kann sie das Team halt dann sehr gut nach vorne treiben. Außerdem haben die so oder so, die brauchen jetzt nicht wirklich das Static, hätte sie jetzt gebraucht, um halt noch ein bisschen besser pushen zu können. Aber theoretisch brauchen sie es nicht, dass sie so oder so auf Engage gehen und der Movement-Speed mit dem Minion, dass sie den Minion-Collusion können. Oder der Voli-Bear versucht sich mal hier den Vogel zu slasen. Der wird der Flash nicht nutzen, aber die Wall, ja, leider die Wall nicht so gut gesetzt. Unglaublich schnell der Voli-Bear, auch noch mit Righteous Glory, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, der Engage, einfach der Wahnsinn. Ja, jetzt stelle ich den Volli-Bear noch mit der Sivir-Ulti zusammen vor, dann kommst du nicht mehr weg als Anivia. Die Wall muss sie schlau einsetzen. War aber eine schön platzierte Wall. Jetzt sehen wir vielleicht den ersten Teamfight am Drachen. Und davon ab, ob das blaue Team sich das zutraut. Das rote Team hat auf jeden Fall das rote Team. Nicht nur das, also in einem Teamfight würde ich sagen, ist das blaue Team extrem im Nachteil momentan. Auch vom Positioning her momentan. Also sie werden wohl den Drachen, das wird der erste Drache für das Rote Team. Holy Sin, der Sin-Stil. Sehr, sehr nice gemacht, das Ding. Und er ist auch noch rausgekommen. Das war eine wirkliche Reaktion. Da wurde die Worte nicht gecleared. Ja, aber eigentlich hatte ja das rote Team die komplette Vision auf die, die da stehen. Hatten wir auch einen Pinkwatch eigentlich im Pit. Was soll jetzt? Ach, okay. Die haben Lacks oder was? Ich habe zurückgespult. Achso. Vorbitte. Ja, auf jeden Fall, schönes Ding. Da hat wahrscheinlich VoliB auch ein bisschen gepennt, damit sie ihn das überhaupt hinkriegen konnte. Hat er ja Smite Up gehabt, ja. Smite Up hat einen Level Formly Sinn, also eigentlich hätte sein Smite stärker sein müssen. Hat er wahrscheinlich irgendwie noch so zehn Leben vom Drachen noch übrig gelassen. Hat er sich einfach zu sicher gefühlt. Das ist jetzt der dritte Drache für Team Blau und Team Rot immer noch ohne Drache. Ja, der erste Drache macht dann ab Minute 23 schon etwas Unterschied, weil jetzt ist der Bonus Damage doch schon ein bisschen aufgestiegen. Am Anfang ist es jetzt nicht so relevant, der erste Drache mit dem Bonus Damage, aber ab mitgeben wird es dann schon spürbar. Gold Lied bei Team Rot immer noch um die 5000, ist auch ein Wort in der Mitte, ja, Rabadons gegen Road of Ages. Und ja, Anibi mehr auf Leben jetzt hat und mehr auf Verteidigung. Du brauchst auch Anibi einfach auch das Manga. Ja, also es gibt ja zwei verschiedene Arten von Bullet, also einmal mit dem Tropfen und einmal mit dem Kelch, was man so hauptsächlich sieht. Was meint ihr, ob sich das blaue Team im Late Game besser schlagen wird, wenn sie jetzt länger durchhalten? Oder ob es jetzt weiter bergab für sie geht, wenn sie ins Late kommen? Momentan haben wir ja noch nicht mal das dritte Item, aber bald sieht man schon auf manchen der Gems das dritte Item. Ein Shandle-Farmvorteil wird sich wahrscheinlich ein bisschen noch zeigen. Ansonsten, die ADK sind ja relativ ausgeglichen. Ein Engage vom roten Team wieder. Ja, Jinx wird rausgezogen, guter Schaden an Volibear, aber halt von hinten, Viktor machte einfach... Okay, Volibear ist down. Volibear ist down, Jinx allerdings auch down als Erste gestorben, das ist nicht sehr gut für das blaue Team. Da wird Sivir angegangen, Sivir machte aber Lee Sin einfach nur, ne, ist nett. Sivir, so viel Damage, ja, das... Ja, das wird... Nein, das wird... Nein, das wird... Wenn sie jetzt nicht disengagen wird, das ist ein Ace fürs rote Team. Ja, Viktor macht auch sehr viel Schaden und Sivir hat sich gedettet mit dem Flash. Ja, der Viktor Laser macht kurz einen Prozess mit Trunnel. Ja, okay. Und Feilig, Ace, jetzt könnten sie, werden sie wahrscheinlich sogar den In-Hip kriegen. Nexus Tower, wenn sie nicht, wird's ihnen nicht reichen, aber der In-Hip sollte drin sein eigentlich. Ja, Lee Sin, Jinx ist wieder da, ja. Jinx hat die Möglichkeit, den Wave zu clearn, also den In-Hip wird's wahrscheinlich nicht. Aber die holen vielleicht noch den zweiten Tower, auf der Bot-Lane mit Viktor. Da kommt ne Ulti rund. Ja, sie cleart, sie versucht den Push aufzuhalten. Viktor lässt sich davon auch beeindrucken und geht jetzt langsam wieder. Ja, hätten sie aus dem Ace, hätten sie wahrscheinlich mehr machen können. Gegrouped an einer Stelle oder einen richtigen Split-Pusher an eine andere Stelle gesetzt. Sie hätten Nasher machen können, sie waren alle noch fünf am Leben. Hätten Nasher machen können, allerdings waren die meisten hier, Viktor, Sivir, waren auch relativ low. Ja, aber sie können ja relativ aus dem Damage rausbleiben, sie haben ja drei Tanks. Drei Tanks, die den Damage splitten konnten, der Damage dann von Viktor und Sivir von hinten. Ja, Braum macht's noch ein bisschen unangenehmer für das blaue Team, nochmal ein Rando-Ins hinterher. Was dann schön bei einem Engage noch das komplette Teams load. Ihnen war natürlich auch nicht klar, dass das blaue Team keine Ward-Banager hatte, wobei man hätte es vermuten können. Inzwischen hat übrigens das rote Team die bessere Ward-Control. Ja. Wenn man sich's anschaut, der River generell ist komplett unter der Kontrolle des rohen Teams. Ja, das blaue Team hat jetzt halt die komplette T1 und Dynamiter T2 verloren und sind jetzt eigentlich dabei, ihren eigenen Jungle zu warden. Was jetzt halt das Problem darstellt. Dave ist konzentriert, Dave kann nicht lachen. Keine Zeit. Ja, ich schau jetzt das Spiel halt auch einfach an. So, jetzt wird hier in Richtung Baron gezogen und sucht die Walls zu clearn. Ja, wir sind herzlich erwischen, dass ein Tamquench rettet ihn allerdings und dann kommt die Wall und die Wall sperrt sie aus, aber führt auch dazu, dass kein Teamfighter... Aber der Chang'e muss zurück, das heißt, die haben eigentlich die Möglichkeit Baron anzubieten. Ja, mit einer Anivia, die jetzt da in der Nähe ist, würde ich Baron... Also, das kann schon sehr unangenehm werden, die Wall und der Ulti von der Anivia. Ja, ganz komplette Pit abdichten. Ja, klar. Stimmt auch wiederum. Pit abdichten, Wall davor und der komplette Team-Hock drin. Anivia im Jungle... Also, Anivia im Teamfight... Nein, nein, nicht Jungle-Anivia, aber ein Teamfight mit einer Anivia, die im Jungle dabei ist, anzufangen, ist auch manchmal von der Positioning her extrem schwer. Ich habe Jungle-Anivia sogar schon mal ausprobiert. Ist sehr lustig, aber du musst am Anfang direkt, also du verlierst deine Passiv gleich am Anfang. Sonst kannst du nicht, du brauchst auch sehr viel Hilfe. Also, ab Level 6 ist es möglich, aber davor ist es total am Ende. Macht gar keinen Spaß. Ey, also ich glaube nicht, aber jetzt kommt der nächste Drache, ja? Nächster Dragonfight. Wird es jetzt der erste Drache von Team Rot? Mal schauen, da ist der Wort schon wieder von Team Blau, aber der wird schon wieder... Diesmal machen sie nicht denselben Fehler, ja? Neu, er hat noch einen, noch steht er da. Er wird Drachen rausgezogen. Die ziehen ihn diesen einfach raus. Okay. Ja. Muss jetzt abbrechen, Dragon hat es ziemlich gesettelt. Wird jetzt ein bisschen länger gehen. Die könnten eigentlich den Drachen wirklich anfangen jetzt und einfach das Blau Team baiten. Die Frage ist, kann das Blau Team jetzt einen Fight anfangen oder nicht? Es sieht eher so aus, als ob das Rote Team ist einfach engaged. Ja, sie wollen einen Gage Pass, aber wirklich nicht. Man sieht jetzt einfach das Potenzial von Trundle und Danivia im Jungle, wenn du enge Räume hast. Sie lassen sich jetzt ziemlich stark harassen von der Jinx. Ob das jetzt so schlau war vom Roten Team? Jetzt haben sie auf jeden Fall Blau und die Chance gegeben, den Track zu contesten. Der kann auch gut auszaubern, hat man gerade gesehen. Ja, aber jetzt hat er Cooldown da drauf. Tam Kench, also Tam Kench kommt auch noch dazu. Der Control, den das Blau Team hat, ist auf jeden Fall deutlich besser. Da kommt der... Der Trundle Pillow, der war nicht. Der Trundle Pillow, ja. Das Team wird, wenn jetzt noch die Anivia aus dem Ball reinkommt... Oh, Tam Kench ist tot, Volibear ist tot, okay, der Trundle. Von hinten, Volibear wird gekillt. Cam Kench ist jetzt nicht so... Die Wall war auch toll, was? Ja. Und Braum wird schön aus dem Kampf rausgehalten, Renekton keine Chance. Renekton jetzt wird einer nach dem anderen aufgepickt. Oh, der Pillar und Siria wird einfach nur gepfessen. Da kommt sie nicht davon. Das ist da ja auch... Der Trundle benutzt auch seinen Flash. Flash, oh Gott. Disrespect, das Flash einfach. Victor hat sich zurückgezogen, er wurde einfach vergessen. Wahrscheinlich die vier einfach. Der vierte Drache für das Blaue Team. Unglaublich, das rote Team hat auch nicht einen einzigen Drachen holen können. Der vierte Drache und sie haben goldmäßig auch wieder aufgeholt. Von oben pusht der Tower relativ gut. Also wie ich gefragt habe, schlägt sich das Blaue Team besser im Late Game? Tatsächlich scheinen sie es wirklich jetzt rauszuholen. Ja, das rote Team hat sich auch ein bisschen ungeschickt angestellt, indem sie diesen halbherzigen Engage da versucht haben und dann sich wieder zurückgezogen haben. Alle haben Lowlife gehabt oder Halflife und sind dann wieder rausgegangen und alle haben Halflife 2 gekauft und haben es dann daheim gehabt. Halflife 3 confirmed. Wir haben Halflife 3 confirmed. Ja, und sind dann halt mit halbem Leben. Also der Engage ohne Vision in den gegnerischen Jungle gegen eine Anivia und einen Trundle und einen Tahm Kench war einfach nicht zu empfehlen auf jeden Fall. Was auf jeden Fall das Spiel wieder komplett drehen würde für das Blaue Team wäre, wenn sie den Baron jetzt securen könnten. Das ist jetzt momentan, also ich würde sagen... Das ist momentan nicht möglich, aber... Also es könnte doch zu einem Fight kommen am Baron, wenn jetzt da den tritt. Ich weiß nicht, das Blaue Team bräuchte den Drachen nicht einmal, um zu pushen. Sie müssten nur eine Teamfight gewinnen. Der Golden Lead ist jetzt auf 3k runtergegangen. Das rote Team könnte mit dem Baron auf jeden Fall besser pushen, wobei sie mit einer Sevilla, also eine Sevilla ränt auch in der Länge ziemlich gut auf, wie man jetzt auch sieht. Interessant ist ja, dass Sevilla auf den Last Mistberg gegangen ist von der Jinx. Gerade Jinx, die einen Voli-Blair in Brau und einen Renekton gegen sich hat. Nicht auf Armor Penetration zu gehen. Na gut, beim Blauen Team hast du auch einen Trundle und Tahm Kench. Die sind auch tankig genug. Ist jetzt die Frage, Jinx hätte sich eigentlich da aus dem Blade of the Rune King kaufen können. Oh, da kommen sie alle. Wobei der Damage war ja noch ausreichend, aber der Trundle am Tower zu tun ist nicht leicht. Der hat auch gleich sein Ulti benutzt, oder? Ja und Flash. Ja und Flash. Der Wave-Clear beim Blauen Team ist einfach total krass. Ja Jinx mit den Raketen, Anivia mit ihrem Ulti. Versuchen sie sich dafür den Baron zu groupen? Oder? Ne, ne, es wird vielleicht zu einem Fight kommen. Bei ist jetzt eigentlich recht klar für das Blaue Team und für das Rote Team, wo sie sich befinden. Also wird disengaged. Olibear wagt sich etwas weit rein. Das war nicht so besonders schlau. Sie könnten ihn jetzt aussperren. Die Anivia Wall kommt allerdings nicht. Man hätte ihn jetzt sogar töten können. Das Rote Team war so weit entfernt, man hat sie in der Mitte gesehen von den Minions. Neckten, so streben in der Bottling. Ne, Silvio holt sich einfach den roten Buff. Das Blaue Team könnte jetzt... Ah, er hat aber Teleport abgebaut. Also... Ne, also den Nasher könnten sie theoretisch eigentlich, sollten sie auf jeden Fall nicht anfangen. Ne, sie sind auch nicht verteilt jetzt hier unten beim Red Buff. Allerdings wird da jetzt immer so ein bisschen rumgeguckt, ne, was wollen sie machen? Das ist dann schon ein Interesse ist da bei beiden Teams. Also im Teamspeak mal gesagt so, ja wir sollten mal den next Baron machen irgendwie. Wort mal da ein bisschen. Ich glaube es geht eher darum da halt so den Fight dann auch zu führen. Der Bait, Baron Bait vielleicht. Ne, ich glaube, dass wir jetzt noch nicht Baron Bait sehen. Noch nicht so frühe Phase. Ah, da wird das Spiel hingestellt. Ja, wie er die Komplette, die Collectors Edition da war. Die hab ich mir damals auch mal gekauft. Die hab ich mir, also ich hab nicht die Hülle. Ich hab aber alle Bundles, die es damals gab. Online dann gekauft? Ja, diese Bundles in-game. Okay. Ich hab, da war, also da gab es dieses Bundle, in dem Annie drin ist. Ja, ja. Dieser Gov Annie Skin. Gov Annie Skin. Ich hatte auch, ich hatte auch diese Box, 25 oder 20 Euro hat sie damals gekostet. Ich hatte sie mir gekauft gehabt. Ich hab's noch im Media Markt gesehen, aber hab gedacht, oh. Hast du mir eh gekauft. Braucht mich nicht. Also die ganzen Sachen gekauft. Ja. 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 Ich hab sogar, ich hab bei der Beta noch angefangen. Da wird es Trunzu. Beta Trunzu abgold. Der Lissinn-Ulti verhindert ein bisschen Geld, aber Sylvia zündet ihr Ulti und damit kommen sie sehr viel schneller hinterher. Jetzt blicken die sich allerdings. Nanivir hat keine Wall gesetzt. Doch, da kommt die Wall. Es hat gereicht. Haben zu lange gebraucht, konnten sich nicht entscheiden. Wem gehen wir jetzt hinterher? Aber Baron? Nein. Die Skattencraft ist für die Blauen gemacht. Also die haben auf jeden Fall gut ausreichend Vision dort. Oh, Braun hat sich dort ziemlich schlecht erwischt lassen. Aber jetzt haben wir hier Tampenge rausgezogen. Tampenge rausgezogen. Jetzt wird hier... Der Blaue Team wird eins nach dem anderen gepressen. Hi, I'm Helio gegen Epic Bongston. Aber es reicht nicht aus. Das sieht ziemlich schlecht aus für das Blaue Team. Da wird das komplette Blaue Team gekillt. Ace. Ja. Das sollte jetzt den Hibletor sein. Wird das aber auch das Ende des Games? Nein. Dafür... Also Rennington hat volles Leben, geht aber zurück, anstatt den Tower zu tanken. Fünf Leute hätten gereicht, um den Tower kurz zu mocken. Aber jetzt haben sie keine Minions mehr. Wollt wahrscheinlich die... Ja, Rennington hätte ja auch tanken können mit vollem Leben. Er hat ja ausreichend Rüstung gehabt. Jetzt entscheiden die sich doch für Nershow. Das sind gerechte Barrel. Ja, ja, die entscheiden sich tatsächlich für Nershow. Die Zeit sollte auch ausreichend sein. Zu fünf mit drei Tanks. Wobei Braun muss sich jetzt ein bisschen aufpassen, den Fokus zu holen. Aber das wird locker reichen. Also, wie man sieht, der Damage... Ja, Braun... Ja, Braun... Doch, halt. Doch, ein bisschen... Aber es reicht. Es reicht. Das Blaue Team... Nichts davon groß geahnt vorher. Also, nichts gepinkt worden. Das hätten sie auch nicht machen können. Nichts gepinkt worden. Nichts irgendwie... Hingerannt schnell. Also, Tom Kench gleich hier. Okay, kann eh nichts machen. Geh auf die... Jetzt hat das rote Team tatsächlich einen guten Vorteil. Weil sie haben nicht nur diesen starken Engage. Sie haben jetzt auch noch den Siege. Und sie haben jetzt auch den Vorteil im Kampf gegen Dragon, der in 10 Sekunden spawnt. Ja, der Nasher-Buff gibt jetzt auch nicht... Also, in Teamfights gibt der Nasher-Buff ja gar nicht mehr so einen großen Vorteil. Sondern eher so beim Siege mit den Minions. Also, theoretisch sollten sie jetzt sogar den Dragon lassen. Oh, der Damage! Tom Kench alleine da gewesen. Und Trundle bricht den TP ab. Das könnte jetzt doch endlich mal der erste rote Drache sein. Ja, der erste rote Drache auf jeden Fall. Es sei denn, wir sind versucht wieder mal was. Ah, er war zu spät dran, aber er wollte es. Aber Jinx hat versucht mit der Ulti. Ja, das ist sehr schwer mit der Jinx-Ulti. Der Engage wird von Anivia verhindert. Da kam die War wirklich gut diesmal. Die Absperrung einfach. Der Trundle, Pillow, Teamall, alles. Sie können mit Jinx absperren. Mit Trundle, mit Anivia. Sie können einfach... Das ist einfach der Grund, warum man gegen dieses Team nicht im Jungle fighten sollte. Diese engen Wände gegen dieses Team. Da wird einfach das Team gesplittet und gekillt. Wir haben gesehen, dass das einmal funktioniert hat. Aber diesen Fehler haben sie jetzt nicht machen können. Also, das Blautin hätte sogar den Fight im Jungle lieber machen sollen, als jetzt sich von den roten Team siegen zu lassen. In der offenen Ebene. Ja, Renekton versucht die Top-Lane zu holen. Versucht da seine Minions zu sammeln. Und wahrscheinlich ein bisschen Split-Push. Potential reinzubringen. Während der Rest vom Team halt versucht... Oh, Silvia lässt sich von der Jinx ziemlich stark pügeln. Leider hat die Jinx kein Ulti mehr. War 700 AP, Victor. Da Lee Sin versucht hinterher zu kommen. Lee Sin versucht zu engagen, aber nicht besonders erfolgreich. Und kriegt so dermaßen auf den Sack. Oh je. Das war auch ganz gut. Aber da kommt der Split von der Nidia und Bollibear wird einfach aufgeräumt. Jetzt kommt Jinx angerannt. Ja, ein großer Fehler vom roten Team. Sie haben Nasher-Buff gehabt und sie hätten wirklich stark siege'n können, aber sie haben sich so schlecht positioniert, dass sie den kompletten Vorteil verloren haben. Renekton geistert auch alleine als Engager mit Tank-Potential im Jungle rum. Ich weiß nicht, was das... Hat dem roten Team überhaupt nichts gebracht. Sie verschwenden Mershow. Auf jeden Fall hätten wir aus dem Baron Mail machen können. Da kam ja quasi nichts dabei rum. Und bin mal gespannt, wie es das rote Team weitergeht. Ob sie sich jetzt nochmal das Spiel aus der Hand nehmen lassen oder... Ob sie sagen, okay, wir haben jetzt einfach... Sie wissen es ja nicht... 5000 Gold Lead und wir liegen so weit vorne. Machen wir das Spiel wieder safe runter oder... Sagen wir mal, es ist noch nicht entschieden. Wie ist ein Schott, dass sie den Gold Lead haben? Wie ist der Mershow-Timer? Haben wir noch keinen. Mershow-Timer haben wir nicht. Nein, ich meine, wie lange haben sie noch Mershow? Müsste jetzt vorbei sein, oder? Ist schon vorbei. Ist schon vorbei, ja. Das ist auch sehr lustig. Du kannst Ingame jetzt immer sehen, wann Baron und wann Dragon wieder respawnen. Aber das ist ja schon seit einer Weile, ne? Aber im Spectator View geht es nicht. Achso, ja stimmt. Du kriegst im Spectator angezeigt, glaube ich, so bei anderthalb Minuten oder so. Ja, aber wenn sie die Funktion im Live-Client haben, warum dann nicht. Sind sie wohl noch nicht auf die Idee gekommen? Aber gut, wir haben ja auch schon seit drei Jahren den Replay-Mode und alles versprochen bekommen. Ja, stimmt. Der neue Klient, der kommt auch irgendwann so in den nächsten zehn Jahren. Da, Engage mit Sivir Ult und Righteous Glory. Eigentlich keine besonders gute Position von Sivir. Sivir lässt sich von Dissing, aber der Blau Team scheint da nicht drauf zu reagieren. Erster Kill für Anivia. Erster Kill für Anivia. Und dann ist man drauf. Sivir lässt sich wieder von der Jynx erst stark harassen. Jetzt wird die Frontline vom roten Team penetriert. Da wird ein guter, das Team gut gesplittet von der Anivia Ball. Das ist ein Safe-Kill auf Rennington, ja. Jetzt wird das Team verfolgt. Jetzt hat sich tatsächlich das Blau Team den Teamfight gesichert. Ah, you'll die. Okay, Jynx könnte... Ah, Flash gezogen. Der Movement Speed hat nicht gereicht. Der Laser kommt auch nur ganz knapp nicht ran. Hat sie die Rocket noch nicht? Nein, sie hat sie benutzt in Teamfight. Aber da wird fleißig hinterher gechased. Ja. Ja. Ja, die sollten jemanden Botlane schicken, um den Push dort auch zu halten. Die Sin ist in acht Sekunden da, aber es wird... Ja, der Twantle ist zurückgegangen. Da tankt er den Tower, ja. Da tankt er den Tower, ja. Wo er leben, ja. Jetzt hat er die Rüstung. Das war so sehr tanky gegen Tower, auch sehr gut einsetzbar, dieses Gehirn. Auf jeden Fall, das Blau Team, langsam kommen sie wieder. Es war einfach auch wieder mal ein großer Fehler vom Roten Team. Jetzt kam der. Ja. Und Baron in zwei Minuten. Hinweis für Baron auch, ja. Ah, gleichzeitig fast. Ja. Ist dann halt die Frage, für was sich das Rote Team entscheiden wird. Ich würde jetzt sagen, das Blau Team hat jetzt mittlerweile wirklich sehr guten ein sehr gutes Teamfight-Potenzial. Wenn sie das weiter so ausnutzen, die Teams, das Gegnerteam einfach zu splitten mit der Anivia-Wall, mit dem Twantle-Pillar und dann einfach einen nach dem anderen auszuschalten. Das scheint sehr gut zu funktionieren. Das Rote Team fällt auch immer wieder drauf rein. Was würdest du sagen, ist jetzt stärker? Weil ein Blau Team könnte jetzt den fünften Dragon bekommen. Der ist auch nicht schlecht. Wirklich. Ich würde gerade gegen das rote Team... Ich würde, glaube ich, nicht den fünften Dragon machen und sagen, ihr könnt einen Baron haben danach. Also ich denke nicht, dass das rote Team gleichzeitig quasi einen Baron machen wird. Beides contesten können sie nicht. Also das, keine Ahnung, okay, das blaue Team, ihr kriegt von mir aus den Drachen und wir nehmen uns dafür einen Baron, werden sie einfach vermutlich nicht machen. Die werden vermutlich versuchen, das blaue Team am fünften Drachen zu hindern. Das würde ich auch sagen. Wir sehen in der Minute. Mal schauen. Also den blauen Team, den fünften Drachen zu überlassen, wäre gegen das rote Team wirklich extrem schädlich. Die könnten die dann so stark auseinander nehmen. Generell der fünfte Drachen mit dem Baron. Gegen Tanks sehr stark. Das rote Team konzentriert sich auf die Bot-Zeit momentan. Ja, das blaue Team... Die sind auch schon unterwegs zum Drachen. Trundles Teleport ist ab, er wird Top-Game, sie scheinen sich eher dafür zu interessieren, Nasher zu sichern, Division und die Control auf dem Top-River. Ja, theoretisch wäre jetzt auch für das rote Team wieder ein neuer Nasher natürlich. Ja, es wird doch Nasher, obwohl der fünfte Drache eigentlich jetzt kommt. Jetzt geht's blaue Team auch wieder runter zum Drachen und das rote geht auch wieder runter. Ja, die haben's gemerkt. Trundle hat Teleport ab, er muss sich da jetzt keine Sorgen machen. Und da war der Stun von Nivea. Da wieder der Righteous Glory Engage. Und die Wall. Es wird wieder derselbe Fehler gemacht, aber Nivea hat panikmäßig einfach mal die Wall gedrückt, obwohl sie da... Da wieder Drachen angegangen. Ja. Okay. Also das blaue Team hätte dort wirklich versuchen können zu contesten. Jetzt... Lies die nur den fünften Drachen weg, jetzt haben sie den fünften Drachen und holen sich den Teamfight. Ein schöner Team, oder? Und zwei vom blauen Team weggespielt. Das sieht jetzt wirklich schlecht fürs rote Team aus. Der fünfte Drache haut natürlich auch so rein, das Teamfightpotenzial ist mittlerweile vom blauen Team stärker. Ich würde jetzt auf jeden Fall einfach pushen, oder? Ich würde jetzt auf jeden Fall einfach pushen, ja. Mach mehr Sinn auf jeden Fall. Mit Jinx und Nivea. Ja, die pushen jetzt die Mitte durch. Ah, und da kam schon der erste Surrender-Vote vom blauen Team. Ein Surrender im Turnier. Das ist aber eins zu mir gewesen. Also... Sie haben... Viele Leute haben noch Hoffnung, einer hat aufgegeben. Die Jinx wird gebraucht für den Dauer. Die Jinx wird gebraucht für den Dauer. Wenn kein Minion da ist. Die Jinx brauchen wir auf jeden Fall. Ja. Ja, aber das wird auf jeden Fall eine Nivea-Tor. Silvia lässt sich da noch von Trun... Ja. Lässt sich von der Nivea-Tor. Ja. Da ist das Ace. Traum in fünf Sekunden wieder da. Uli in sieben. Aber die beiden können es nicht treffen. Nee. Nee. Das wird das erste Spiel. Was wir verfolgen. Der Sieg geht an das Team Blau. Was war nochmal das Team Blau? Blau waren die Rohrubble. Waren das die Rohrubble? Ja. Das waren die Rohrubble. Ja. Haben sie gut am Rohr gerubbelt. Hat es geklappt. Schau nochmal nach, damit wir sicher sind. Also du hast zwar gesagt, Epic Bongsen ist der Team wieder der Rohrubble. Aber ich schau nach. Epic Bongsen ist der Team wieder der Rohrubbler. Damit hat das Rohrubbler-Team das erste Match, das wir verfolgen, gewonnen. Ja. Und die Rohrubble sind jetzt weiter. Und spielen in der nächsten Runde entweder gegen, wo sind die Rohrubbler? F gegen Primetime oder Victorious Secret. Schauen wir gleich mal nach, wer gewonnen hat. Oder sind sie noch im Spiel? Wir haben ja in drei Minuten Delay, also sollten sie nicht mehr im Spiel sein. Achso. Die Spiele können ja unterschiedlich lange dauern. Ja. Oder vielleicht hat es ja das andere Spiel noch lange gestartet. Wir haben da ja keinen großen Einfluss drauf. Ja. Aber wir können uns ja noch mal kurz angucken, was für Items, was für Gold. Ja. Übergeben an die Analysten. Ja. Noch nicht. Deswegen müssen wir jetzt noch ein bisschen schwätzen. Hast du? Ja. Können wir mal gucken. ADC, Jinx, beachtliche 360 Farm. Sivir, 277. Ja. Gold Lead auch bei Jinx. 364 CS auf der Jinx war schon beachtlich. Sie hat ja auch am Anfang, wie man gesehen hat, relativ schnell einen Vorteil, sich zerspielt auf der Lane. Also schon in der Minute sieben oder sowas schon fast jede zehn Minions mehr gehabt. Und also am Anfang zehn Minions sind da schon ein kleiner Vorteil. Ja. Champion Kill ist Anivia sich erstaunlich lange zurückgehalten. Also die hat ja, glaube ich, der Braumkill war ihr erster Kill. Anivia ist ja auch nicht wirklich so der... Anivia kommt in das Late. Ist nicht so der Hypercarry, ne? Ja, also auf jeden Fall die Wars hat... Sie sind ja fürs Teamfighten gut gemacht. Lee Sin auf jeden Fall relativ gut gemacht mit dem Support-Jungle. Also der Lee Sin mit seinem zweimal Dragonsteal. Aber als Assist. Der Lee Sin hat gut gespielt. Also der hat super gespielt. Ja, aber wobei du Lee Sin... Weil er relativ offensive Items gebaut hat. Normalerweise baust du ja auch von Lee Sin eher Tanky. Ja, vielleicht wollte er gar nicht Support-Jungle, sondern halt eigentlich voll auf die Fresse. Jungle hat aber halt nicht geklappt. Ja, du kannst Lee Sin auch Kills geben. Der kann auch dann offensiv spielen. Allerdings hat er ja keinen Kill und sich trotzdem offensiv gebaut. War eigentlich kein guter Bild. Aber die Drachen, die er geholt hat, waren nicht schlechter. Waren auf jeden Fall sehr schöne Dinge dabei. Also beim Lee Sin Bild hätte ich auch eher gesagt, wenn er da nur Assists bekommen hätte, hätte er sich lieber Tanky bauen sollen. Was dann auch sich in seinen Devs ausgezeichnet hat. Aber okay, die Jinx hat wirklich extrem viel reingehauen. Sie hat dann die ganzen Tanks auseinander geräumt. Obwohl sie jetzt auch, wie ihr gesagt habt, sie hatte keinen Last Whisper, oder? Kannst du mir mal zeigen, was die Jinx für Items hatte gerade? Ja, Moment. Jinx, kein Last Whisper. Kein Last Whisper und kein Blade of the Wunking. Aber was hat sie da gebaut? Das wird doch zu einem... Ich weiß glaube nicht mehr. Rapid Fire Cannon. Ja, sie hat sich dann... Giant Slayer wird doch zu einem... Giant Slayer ist der erste Build von diesem neuen, von dem Last Whisper-Bogen. Ja. Hat der Name gerade auch noch nicht rein? Also quasi als letztes... Oh, das hat irgendwie was ganz komisches. Ich finde, das neue QSS, also das grüne Schwert. Wer ist das nochmal? Mercurial Skimmita. Ja, das Skimmita. Ich finde das extrem stark auf AD-Carries. Also das ist so ein gutes Item für AD-Carries. Aber sie ist zuerst ab Gold aufwärts, glaube ich. Ja, also eigentlich ist das schon fast... Also gerade auf so Champions wie die Jinx, ist es ein enorm starkes Item. Ist ja momentan, soweit ich richtig informiert bin, das Item mit dem höchsten Attack-Damage, oder? 75? Ja, ich meine schon. Also man hat ja die anderen so stark... Blood Firster hatte mal 80 früher. Ja, aber ich glaube mittlerweile ist er auch noch... Es hatte sogar 100. Das Infinity Edge hatte 80, ist mittlerweile auf 65, meine ich. Ich glaube Blood Firster ist jetzt auch bei 65 irgendwo angekommen. Ja. Du spielst ja auch schon seit der Beta, oder? Welches Item vermisst du am meisten von den Alten? Heart of Gold ist natürlich sowas, wo ich sage, immer wieder geil gewesen. Ja, Heart of Gold fand ich nicht schlecht, aber das Locket of the Iron... Nee, das Locket... Nee, nicht das Iron Solar, sondern das Heart Locket, das was du dir früher geholt hast, das Support-Item ganz am Anfang. Das war so ein rosanes Herz. Das war extrem geil. Wenn du es, glaube ich, über eine gewisse Zeit hattest, dann hat es sich verwandelt. Du hast es aus dem Catalyst gebaut. Ja, man muss es aber irgendwann... Also es gab auch mal ein Item, das sich sozusagen wegentwickelt hat. Wenn du das, glaube ich, 5 Level dabei hattest, dann hattest du die Pony so passiv bekommen und das Item ist verschwunden. Äh nee, das war es jetzt nicht. Das war es aber auf jeden Fall nicht. Dann gab es auch diese Klinge, die du hast früher auf... Und Riggles Lantern hat man früher auf der Lane gebaut, das weiß ich noch. Ja, am Anfang kurz mit Israel. Israel war so ein Champion, da gab es dann immer wieder Jungle-Items einfach auf Israel. Mal vor kurzem ja dann auch das neue Jungle-Item, das Ability-Power-Item. Was man dann auch gleich wieder genervt hat, weil es schon overpowered auf Israel war. Ja, dann ein kurzer Blick in die Regie. Wie sieht es aus? Wir sind raus. Okay. Wir reden einfach noch ein bisschen. Ja, kein Problem. Kriegen wir hin. Nächstes Spiel sehen wir hier gerade unten in der wunderbaren... 14.30 Uhr. 14.30 Uhr. Das heißt, eine halbe Stunde. Läuft. Ja. Was sehen wir da? Also wahrscheinlich von Runde 2 dann, oder? Ja, eins der Spiele aus der Runde 2. Das nächste Spiel ist aus Runde 2. Wir können ja leider nur ein Spiel zeigen. Ja. Ja, dann bin ich mal gespannt, wer quasi die Gegner sind von den Rohrrupplern. Oder ob wir quasi ein anderes Team zeigen. Und... Wir werden, glaube ich, ein anderes Team zeigen. Wir werden, glaube ich, L... War das L? Ich glaube, wir gehen... Keine Ahnung. Also dann, wer dann gewonnen hat aus G und H, das ist dann einmal We Forgot That und RGM FBGM gegeneinander. Und im Bracket H, Solo-Team, das ist das Team, was aus den Solo-Spielern gebildet worden ist. Das war gar nicht mal so schlecht. Also es waren, glaube ich, wirklich vier Diamond-Spieler und ein Bronze-Spieler interessanterweise. Gegen die Asian-Boys. Gegen die Asian-Boys. Oh, das klingt gefährlich. Ja. Aber apropos, ich hätte langsam Hunger. Wir können uns was beim Masjaten bestellen. Gegen die Asian-Boys. Nein. Jetzt schon Hunger. Na guck, 14 Uhr ist jetzt schon. Ich habe immer Hunger, aber ich habe ja auch Gummibärchen. Gummibärchen, ja. Wir haben Gummibärchen. Gummibärchen. Wir machen keine Schleichwerfung. Wir haben das Etikett extra weggetrieben. Ja, und... Ich bin mal gespannt, wie sich das Solo-Team schlägt. Im letzten Turnier hat sich das Solo-Team nicht besonders gut geschlagen. Es ist gleich im ersten Spiel rausgeflogen. Ich hoffe, ich drücke euch die Daumen, Solo-Team. Ich hoffe, dass ihr weiterkommt. Ich fand auf jeden Fall gerade bei dem Spiel spannend, weil Team Blau lag ja lange Zeit eigentlich zurück. Man hätte ja eigentlich nicht gedacht, dass die da noch irgendwas reißen können. Team Rot hatte den Vorteil, hat allerdings so viele Fehler gemacht. Besonders in den Team-Fights. Ja. Sie hätten das Spiel sogar eigentlich securen können. Mit den Team-Fights haben sie ja quasi... Sie hatten sogar Nashor. Das heißt, sie hatten den Engage- und den Siege-Vorteil. Den haben Sie einfach verworfen. Ich habe jetzt gerade... Aber das sagen ja unsere Analysten, wenn das auch noch mal gleich dazu sprechen. Deshalb machen wir jetzt einfach nur noch Schwachsinn's Graber. Nein, was? Ich habe mir gerade gelesen, unzählige Stunden, und dann habe ich gedacht, schaust du mal, wieviel Zeit du eigentlich auf dem Spiel gewastet hast. Also bei mir waren es an die 5.000. Wir schauen mal an, bei mir sind es jetzt 1.749 Stunden wasted. Das sind ungefähr 73 Tage. Das ist wenig. Das ist wenig. Also bei mir sind es locker 5.000 Stunden. Der Spieler, der am meisten gespielt hat auf der Welt, ist 437 Tage. Aber ist, glaube ich, den habe ich mal nachgeguckt, ist interessanterweise, obwohl er über anderthalb Jahre oder sowas Loll gespielt hat, nur Gold. Ja gut, also das höchste, was ich erreicht hatte, war Platin und dann eigentlich die meiste Zeit Gold war bei mir auch. Und ich habe auch mit der Beta angefangen auf dem NA-Server. Dann bin ich auf dem EU-Server. Leider konntest du damals noch nicht den Account rüberbringen. Deswegen habe ich immer noch einen Level 30er auf dem NA-Server. Den habe ich nie rübergeholt. Dann habe ich meinen ersten Account auf dem EU-Server meiner Freundin gegeben, habe einen neuen angefangen und mittlerweile habe ich vier Accounts auf dem EU-Server. Also alle Level 30 und zwei davon Gold. Kann man mal machen, wenn man zu viel Zeit hat. Aber mittlerweile, also ich spiele jetzt fast nicht mehr, die letzten Wochen nicht mehr gespielt. Jetzt das Turnier, lieber Carsten. Ja, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen weiter drum schwätzen. Ja, die Analysten kommen gleich. Wir essen einfach Gummibärchen und ich hoffe, ihr seid nicht so eifersüchtig dafür. Ist ja, glaube ich, ein ganz großer Trend, oder? Gummibärchen? Ne, über Twitch quasi oder so, Leuten beim Essen zuzugucken. Ja, tatsächlich, das gibt es, das habe ich gesehen. Ja. Also, es sind ja auch immer die Asiaten, die diese Schnellfresswettbewerbe gewinnen. Das ist krass, ja? So ein kleiner Asiater dann... Es sind immer so kleine Asiaten oder Asiatinnen, die dann einfach da sitzen und sagen, oh ja, komm, Chicken Wings, baue ich mir 50 Stück ein in 5 Minuten. Keine Ahnung. In einer Minute. In einer Minute. Ja, ja. Also ich habe mal, das Schnellste, was ich gegessen habe bis jetzt, war ein Liter Eis. Vanille Eis in 4 Minuten, 14 Sekunden. Ich glaube, da wird es mir schlecht werden. Ja, das war so mit 15, 16 im Skilager, da gewitzt du dann. Das ist kein Stress, aber das würde ich auch nicht mehr machen. Ja, ich habe früher extrem scharf gegessen. Also 700.000 Scoville-Soßen und sowas. 700.000? Ja, doch. Das Maximale, was ich bis jetzt hatte, war 250.000. Das war die Schwarz-Wetfe-Soße. Ja, ich glaube, die kann ich so. Die haben sie mir barock am Ring angetreten. Wenn man es nicht gewohnt ist... Wir haben gesagt, wir können die nicht essen, esst du sie. Und dann hatten wir... Sollten wir jetzt einfach... Komm, wir reden jetzt einfach über das. Dann war so ein Typ bei uns am Campingplatz, der kam immer und so, ja, habt ihr was zu essen für mich? Habt ihr was zu essen für mich? Und der war eh auf irgendwelchen Drogen, ich weiß nicht mehr auf was selber. Auf jeden Fall war der total verwirrt. Und dann kam am ersten Tag und dann haben wir ihm so die Raviolis gegeben, die wir übrig hatten, haben gegessen. Ach, die Festival Raviolis. Am nächsten Tag kam er wieder und ich habe diese Soße gehabt. Und die anderen hatten gekocht und haben die Soße reingemacht. Die haben gesagt, mach nur einen Tropfen rein, die ist sauscharf. Ja. Haben wir nicht geglaubt, haben halt da rein rein rein. Tabasco-mäßig. Hat ja nur 5.000 oder 7.000. Und dann hat jeder einen Löffel gegessen, weg. Wahnsinn. Okay, da kam der Typ wieder, ja, habt ihr was zu essen? So, hm, ja, okay. Aber, pass auf, ist scharf. Auf jeden Fall, fünf Minuten später war der weg. Er hat zwei Löffel gegessen und war weg. Und dann kam auf einmal Security mit Notarzt sozusagen. Oha, ja. Das Feldplatz runtergerannt. Haben den Typ dann auch nur tragen gehabt. Der hat sogar Feuer, Feuer, Feuer gerufen. Und, ja, der ist anscheinend im Verzug, den Zelte einzubrechen und Milch zu klauen und so Sachen zu machen, weil es halt so scharf war. Also, so eine scharfe Soße, also ab, ich meine... Musst du gewöhnt sein. Wenn du es nicht gewöhnt bist, kannst du schon so ab 300.000, kannst du schon dazu, oder ab 500.000 kannst du schon dazu kommen, dass du halt wirklich einen Kreislaufkollaps bekommst. Hier wurde schon gefragt, können wir Musik oder sowas einblenden. Nein, gleich kommen die Analysten und die sagen nochmal etwas zu dem Spiel, was wir uns gerade angeguckt haben. Dazwischen vielleicht dann, also später dann nach den Analysten eventuell noch. Ja, unsere Analysten sind soweit. Deswegen, wir sehen uns wieder oder hören uns wieder um 14.30 und wir geben ab. Ben. Ja, hallo zusammen. Ah, jetzt komme ich aufs Kopf. Wie ihr seht, ich meinerseits war selber noch nicht überzeugen, dass Root eigentlich dominiert hat. Das Root-Team hat ziemlich die meisten Teamwork-Files gewonnen. Das zeigen wir euch auch gleich nochmal. Und dann halt das Turnaround von 2 an den Raid, wo man es im Ziel geführt hat. Ja, das war mal ein sehr gut, das war mal ein bisschen. Ja, also, ich habe bei der Pick-Pace gedacht, es war ein ziemlich interessanter Team. Ja, es kamen gute Picks, Volli ist immer stark. Auf der anderen Seite Schwandl war in letzter Zeit so eine Art Sleeper. Kam dann in den letzten paar Patches dann wieder sehr stark raus. Das war dann gut auf sich. Und halt die zwei Balls, die am Ende dann doch das Spiel gemacht haben, waren solide Teams. Einzige, was ich da jetzt noch sagen würde, war das halt Voli-Bär mit dem Flip. Ziemlich dringend war, aber es gab halt keinen Vollmacht darauf. Und das einzige, was ich da jetzt noch bin, war Riktos dann. Aber der kam nicht so auf den Instan-Lein. Das heißt, ja, vielleicht noch was. Ja, obwohl der Voli-Bär, der hat ja beim zweiten Ace von Team Root auch nicht so unengaged. Ja, das war der Eindruck, den ich hatte. Also, Voli-Bär, der wollte den Flip unbedingt benutzen. Hat die meiste Zeit auch gleich geklappt. Aber dann im Late-Game war das andere Team dann mit dem Mann, die wieder rollen. Und dann haben wir mal so gedacht, nee, das wollen wir nicht. Und dann ist das Voli-Bär zwar durchgekommen, weil er schnell war. Aber war dann alleine und hat halt die Jinx getuntled und ist halt auch überhaupt nicht fertig. Ja, okay, dann könnten wir gleich mal das erste Greetings sehen. Von Team Root. Falls ihr zu weit sind. Ja. Ja, das sehen wir sehr schön. Erstmal der Nektorn geht auf den Tower. Wir sind jetzt ein bisschen hinterher, glaube ich, von der Zeit. Ja, dann gehen wir mal zur Nektionszene über. Und zwar war das kurz vor dem Baron für Team Root. Waren die ziemlich stark eigentlich dran beim Dominieren. War so bei der Minute 34 ungefähr. Ja, da sehen wir es gerade. Lee Sin kommt auch dazu. Ja. Das ist halt die ganzen Jungle-Fights. Da haben sie ziemlich gut gezeigt, dass wenn man halt den Victor hat, wo alle Leute in einer Reihe sind und man dann einfach die Gegner wirklich angreifen kann direkt. Wenn man drei Gegner trifft, zwei Gegner mit dem E, dann tut das ziemlich lecker. Ja, da sehen wir schon das Passiv von Braun. Fängt jetzt an. Das selber Ulti dann noch raus, aber leider nicht gereicht, weil der Gegner war dann noch zu weit weg. Mit der Ball hat dann Anivia das Teamfeld beendet. Trotzdem ist dann Team Root beim Baron ganz klar. Ja. Und wenn man jetzt auf Victor aufpasst, der läuft jetzt gleich rechts zur Seite und hat dann seine Situation gesehen. Hat es auch direkt genommen. Und kam jetzt eh raus. Gut. Und dann war die Sache auch gegessen. Und zwar fand ich ein ziemlich cooler Play und ja. Ja, bisschen overextended von Trundle, dass er so weit reingeht. Anivia will noch helfen, hat aber auch keine Chance mehr wegzukommen. Das ist dann immer so eine Situation, gehen wir jetzt weg und versuchen jetzt so den Schaden zu minimieren. Oder versuchen jetzt trotzdem nochmal reinzugehen und die Sache umzudrehen. Klappt halt nicht immer und ja. Ja und da sehen wir, wie Renekton weggeht mit vor allem Leben. Dann entscheiden sie sich doch für den Baron. Eigentlich der erste große Momente. Der Root liegt jetzt in dem Moment ziemlich weit vorne. Würden jeden Teamfight gewinnen, so wie es jetzt ist. Aber wir haben jetzt auch schon schlechtere Momente von Team Root gesehen. Zum Beispiel auf der Top-Lane von Wully Bear Engaged. Unter dem Tower drauf gerammt, bei Minute 38, 39 war das. Und ja, dann hat Anivia einfach Root hingesetzt und hat dann gesagt, nee, ist nicht. Und dann wurde aus diesem Engage nichts. Dann sehen wir das jetzt auch nochmal. Mal schauen. Ja, wie halt Blau flüchtet sich halt in den Jungle. Kann jetzt nicht in den Teamfight engagen. Stark gepusht Top-Lane sehen wir. Und danach sieht man auch, dass Anivia, wenn es gerade eben so um Siege-Comps geht, ein richtig guter Counterpick ist. Weil einfach Brave Clear geht eigentlich fast nicht besser. Ja, zusammen mit der Jinx und den Rockets kommt man eigentlich ziemlich wenig weit mit Bernd. Ja, die Rockets von Jinx sind auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, das war auch ziemlich gut. Weil Fishbones einfach die extra Range, die Crits auf flächendeckende Crits. Das macht am Anfang einen guten Poke. Später dann kann es die Teamfight jetzt umdrehen. Dann hat man zwei Lucky Crits und dann hat der Gegner noch die Hälfte von seinem Leben. Und dann kommt der Engage von seinem eigenen Team und dann hat man den Teamfight oft schon gewonnen. Jetzt wo gerade Team Rot siegen will, Stabaron abgelaufen, haben jetzt keine Chance mehr. Wie du gesagt hast, der Brave Clear von Anivia. Ziemlich geklärt ist alles auf der Midlane. Und was mich ziemlich überrascht hat eigentlich in einem Game war Lee Sin. Der hat eigentlich wirklich einen großen Beitrag fürs Team Blau geleistet. Die zwei Dragon Steals und am Schluss dann den fünften Drachen. Genau. Und dann ist Team Blau wirklich gut in den Teamfight übergegangen. Hat dann auch dominiert. Da sehen wir gerade, wo Team Blau jetzt schon den Drachen hat. Fishbones Range. Ja und bei Lee Sin, also da habe ich mich gefragt, ob sie denn wussten, ob die zweite Q-Aktivierung denn prozentual Schaden vom fehlenden Leben macht. Das heißt, wenn so der Dragon schon sehr low ist und das Q von Lee Sin noch mal aktiviert wird, dann ist das fast Höhe von einem Smite. Das heißt, wenn er noch seinen Smite drauf macht, dann hat er den, egal wie groß der Schaden vom gegnerischen Jungler ist. Das heißt, das war so ein Moment, den muss man blocken, den muss man sich vorne hinstellen. Konsequent, selbst wenn man dann selber den Schaden nimmt, aber ist halt besser als der fünfte Dragon auf dem Gegner zum Team. Ja. Und beim ersten Dragonsteel von Lee Sin haben wir auch gesehen, da war ein Level unter dem Gegnerischen. Also da hätte man eigentlich schon mit dem Smite gewinnen können, aber wenn wir jetzt nicht vorbereitet sind, wie wir gesehen haben, die Wards waren jetzt nicht so gut platziert, die haben nicht wirklich Vision über das blaue Team gehabt und waren völlig überrascht jetzt von einem Dragonsteel von Lee Sin, der da einfach reinläuft und da wieder rauskommt. Genau, da hat einfach die Vorbereitung gefehlt dafür, da muss man sich reinstellen. Aber da ist dann wieder auch immer das Problem, weil das Gegnerische Team ist ja auch sehr flächendeckend gewesen, das heißt, vielleicht hatten sie auch Angst, auf die andere Seite zu gehen, damit sie halt nicht weggefickt werden. Ja, sobald Team Rot in den Jungle gelaufen ist, hat man schon gemerkt, da hat Team Blau einfach die besseren Karten mit der Wall von Anivia einfach das Team gesplittet und dann mit der Ulti einfach alle runtergehauen. Ja. Es gab ja auch diesen einen Teamfight beim Dragon bei etwa Minute 28, wo der Blau das erste Mal gezeigt hat, dass sie das Spiel auch noch vielleicht in den Griff bekommen können, wo Trundle einen sehr schönen Pillager hingelegt hat gegenüber von Dragon. Und da wäre dann ein Moment gewesen, sie hätten einfach disengagen sollen, Viktor eh auf den Boden gelegt und einfach weglaufen sollen. Ja, das Problem war halt, Team Rot hat halt versucht zu engagen, ist dann halt in den Jungle nachgelaufen, fünf Leute auf einem Fleck und da kann man ziemlich gut mit Anivia und Jinx dagegen wirken. Jinx hat dann ziemlich gut gefokust, hat dann Sivir Raketen verpasst, dass sie ihr Positioning aufgeben musste im Teamfight. Ja. Und als dann Team Rot einfach auf dem Rückzug war, hatte Team Blau einfache Karten und konnte so den Teamfight gewinnen. ja. Also das war's von unserer Seite aus. Um 14.30 Uhr, wie gesagt, seht ihr das nächste Spiel. Und wenn ihr dann bis dahin wieder reinschaltet, sehen wir uns dann. Laudate. Ja. 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 Vielen Dank. 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 die meisten davon kennen. Nicht sagen, was genau sie am häufigsten spielen, gerade wenn die Gegner uns noch ghosten, will ich denen keinen Vorteil geben. Ich spiele immer Timo Cangl. Timo Cangl, normalerweise immer ein Yordle-only-Team. Das haben wir aber laut den Regeln verboten, weil Yordle-only Overport ist. Außerdem ist jetzt Irelia, Soraka, Tamketch und Dr. Mundo gebannt. Dr. Mundo-Bahn ist natürlich sehr erklärt. Und jetzt halt noch Ilaoi und Poppy nach uns. Jack, wie sprechen wir die aus? Heißt die Ilaoi, Ilaoi, ich weiß nicht, ich kann das, ihr habt die noch nie gehört in einem Cast. Das ist vom All-Star, haben sie für All-Star gespielt? Alloy, keine Ahnung. Ich nenne sie Ili. Alloy, Alloy, Alloy. Könnte natürlich nervig werden. Alloy ist, Stahloy ist jetzt, egal. Könnte natürlich jetzt nervig werden, wenn sie gepickt wird. Das ist aber ganz speziell. Brand ist gerade in der Mitte oder als Support mittlerweile mit Thunderbird extrem hässlich. Ich meine, Brand wurde ein bisschen genervt, was ihn jetzt als Supporter ein bisschen schwerer zu spielen macht. Aber interessant finde ich den Trash-Bahn. Gerade weil wir haben jetzt einen Jacks-Often, was extrem wehtun kann. Auch wenn das Rage-Spray ein bisschen genervt wurde, ist immer noch Jacks mit Devourer den Wildschneid erleben. Wenn du jetzt als Jungler den Herald assistest, kriegst du fünf Stacks auf dem Jungle-Item. Mittlerweile Kragas. Kragas, lange nicht mehr gesehen. Okay, da wird Leona geförstbückt. Jungler Kragas sehr gut mit einem Frozen Heart, jetzt momentan sehr stark. Aber eigentlich sollten jetzt die Engel auf jeden Fall Jacks picken, wie ich finde. Gerade Jacks ist momentan noch ziemlich OP. Ich frage mich auch, warum sie Thrash gebannt haben. Vielleicht haben sie auch da beobachtet, ob irgendjemand häufiger Thrash spielt. Ich meine, aber Thrash ist auch einer sehr starken Supporter auf der Botlane. Ja, aber kein Target-Bank. Also klar, Target-Bank, wenn man sieht, okay, das ist der, keine Ahnung, EU-Wests beste Thrash-Spieler. Jetzt haben sie hier komplett die Botlane schon gepickt. Ja. Jetzt können die anderen komplett Counter picken. Ja, aber dann hätten sie eigentlich Morgana picken müssen. Vorbei, Janna gegen Leona ist auch nicht so schlecht. Also du kannst halt mit dem Schild den Damage oder so und mit dem Ulti und mit dem Tornado kannst du Leona ziemlich gut kontrollieren. Und Katelyn sollte sowieso nicht so stark in Bedrängnis kommen, da die durch ihre Range einfach gerade im Early den Poke-Potenzial hat und halt durch ihre Range ausspielen kann. Katelyn wurde auch noch gebufft, also sie kriegt jetzt schon bei sechs Outdoor-Attacks ihren Passiv Headshot. Dadurch ist ihr Poke-Potenzial noch mal stärker geworden. Also ich freue mich auch wieder, dass Katelyn öfter gepickt wird. Eine Weile lang wurde Katelyn so selten gepickt, aber es ist ein so toller AD-Carrie, wenn man ihn spielen kann. Ist eigentlich auch der AD-Carrie, den man können muss, wenn man AD-Carrie spielen will auf der Botlane. Der Maverick pickt wahrscheinlich Lee Sin und Lindsay Lohan. Lindsay Lohan! Spielt, mal schauen. Aber ich denke, Lucien hat trotzdem eine gute Chance gegen Katelyn, gerade seine Q hat eine unnormale Reichweite. Zumindest wenn man gegen sie spielt. Die haben ein gutes Gang-Potenzial auf der Botlane mit Leona und Lee Sin. Ja, also wenn da ein guter Gang von Lee Sin, wenn es Lee Sin bleibt, reinkommt, dann ist vermutlich Jenna oder Kate dran. Ich hätte eigentlich auch gerne sowas wie Sejuani gesehen oder so. Das war mal mein Name, Sejuani. Ich habe die gespielt, als sie noch nicht cool waren. Du Hipster! Also sie war ja immer cool, weil sie ja ein Ice-Champion ist, aber trotzdem einfach. Das war halt so ein Champ, den habe ich gespielt und dann auf einmal haben alle angefangen mit dem Sin da halt Petschi zu spielen und danach wurde es genervt. Und jetzt macht es mir keinen Spaß mehr. Ist Ari ein guter Pick, gerade am Anfang? Oder wenn man noch nicht weiß, was auf der Mitte ist? Wir wissen noch nicht, was auf der Mitte ist. Ari hat halt ein sehr gutes Positioning. Durch ihr Ulti hat sie halt so oder so nicht das Problem, sie erlaubt sehr viele Fehler. Man kann sich neu positionieren. Außerdem, der Charme gibt einem wirklich auch gute Gangs in der Mitte mit einem Lee Sin. Also ich würde sagen, der Ari pick ist wirklich nicht verkehrt. Also ich würde sagen, auf der Top 5 in Melfight kommt der witzende lustige Oriana Melfight. Okay, doch nicht. Darius, der geht dann auch rein. Ist auch nicht schlecht. Gragas ist wohl eher der Engager mit seiner Ulti und seinem Bauchbums mit der Oriana-Kugel dann obendrauf. Also mit Ulti dann Positioning ändern, dann hineinrollen und dann das Oriana-Ulti kann schon ziemlich böse werden bei so einem Gragas. Wenn es funktioniert und danach kommt halt Darius hinterher und dann wird es lustig. Also wenn es funktioniert, Janna oder so passt sehr gut in das Team hinein und hinten steht Caitlyn und poked halt down. Also mir gefällt es eigentlich ganz gut, was das Team Blau da zusammengestellt hat. Ja, Team Rot muss halt auf jeden Fall ihre Carries beschützen. Wenn da Darius rankommt, das ist halt... Das ist eigentlich, darf der Lucian nicht... Der Lucian darf eigentlich nicht in die Nähe von Darius, das ist an ihm selber. Guck mal in die Kamera. Was ist denn los? Nix. Einmal so. Die Leute haben uns gesagt, wir gucken zu wenig in die Kamera. Achso, ja, aber schmilch. Okay, Fiora? Wir gucken auch auf den Monitoren. Ja, das ist halt das. Damit ihr uns seht, haben wir gedacht, komm wir stellen die Monitore nach rechts und nach links. Die seht ihr jetzt nicht, aber wir müssen da halt auch teilweise drauf gucken, weil ja. Sonst wäre es halt blöd. Auf jeden Fall Renekton. Wird Renekton bleiben. Da hat eben noch eine Fiora. Ja, ja. Ja. Könnte auch in Checks werden, aber Checks... Eine Fiora hätte ich da eigentlich auch nicht... Ich würde ja gerne Poppy sehen, aber ich glaube nicht. Hätte ich nicht gerne gepickt. Hier Ilaui wäre auch wieder recht stark. Hat eine gute Range, kann Darius immer schön Nerven auf Abstand halten. Ist ein Renekton geworden. Ich finde einfach den Namen Bob Ross so geil. Mal gucken, ob er das Spiel malen wird. Was Darius mit dem Blut vom Gegner, gell? Ja. Und ob er natürlich den Duncan... Es wäre geil, wenn er dann sozusagen jedes Mal, wenn er einen Kill macht, so... Oh, a happy little accident. Kicks Dealer 90. Ob er Kekse verteilt wird? Er wird es wahrscheinlich welche dabei haben am Anfang. Aber die natürlich nicht weggeben. Ja, auf jeden Fall wundert mich, dass Jackson dabei ist. Das hätte ich jetzt eigentlich am... Muss ja nicht zwingend. So stark wie er momentan noch ist. Er hätte sogar reingepasst. So mit Leona und Renekton. Jacks hätte da reingepasst. Aber die Frage ist natürlich immer, spielt den der Spieler gerne? Ich würde eher sagen, die Champions, die man gut kann und nicht einfach... Oh, es ist overpowered. Ich muss es picken, ne? Das ist der größte Fehler beim Process und Silber, dass die Leute sagen, oh ja, komm, ich muss den Counter picken. Ich kann den zwar gar nicht spielen, aber ich muss den Counter picken, weil es geht. Das ist das Dümmste, was du machen kannst. So, bei den Teams lädt es das Spiel. Wir müssen es noch drei Minuten überbrücken. Drei Minuten schaffen wir auf jeden Fall. Okay Dave, und los. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Wir können jetzt einfach nochmal drüber gehen. Was meint ihr euch jetzt? Sind die Skins ein oder nicht? Und welche Skins würdet ihr euch wünschen? Ich würde mir den Pool-Party-Renekton-Skin wünschen, weil ich den so lustig finde, wenn er zurückportet. Dieses Hochhüpfen auf seinen Stuhl kannst du ihn durch ganze Zeit machen. Ich muss natürlich davon ausgehen, dass hier der Dank-Master Darius am Start ist. Dank-Master Darius wäre geil. Oh, die Reporter, Libre-Potler, Chana wäre auch ganz cool. Was sagt ihr, wer hat... Wer hat einen Skin und wer hat keinen. Oder was willst du wissen? Ich wollte sagen, was sagt ihr, wie sieht das Early-Game aus? Also glaubt ihr, es wird einen schnellen First-Blood geben oder eher nicht? Ich gehe von einem schnellen aus. Von einem schnellen aus? Für welches Team? Für welche Seite? Ich denke für das blaue Team. Gerade mit Caitlyn, Jenna, sehe ich da ein bisschen... Caitlyn poked von mir aus Lucian runter und dann kommt ein Kragas vorbei und holt sich das System aus. Ist dir was schade ist? Ist dir was auch schade ist, dass man in dem Spectator-Mode die Key-Masterys nicht sieht. Das ist auch sehr dumm von Riot geregelt. Siehst... Wollen wir bei Riot erzählen? Nein, aber es ist schade, du hast es im Klient. Im Klient siehst du die Key-Masterys. Du siehst im Klient den Dragon, du siehst im Klient den Baron und du siehst es im Spectator-Mode nicht. Da haben sich die Leute, die den Spectator-Mode bearbeiten müssten, eigentlich nichts dabei gedacht, weil es fehlt einfach wieder. Zeit und Geld, ne? Right. Ich meine, nach fünf Jahren haben sie immer noch Bugs, die vom... Die ist noch... Na, so arg sieht man jetzt nicht bei Riot. Wir spielen ja alle noch. Gerne. Ab und an. Ah ja, das Spiel ist wirklich sehr gut ausgeglichen. Man hört es natürlich, wenn das blaue Team ins Late-Game kommt. Mit den Oriana, das tut halt schon höllisch weh, wenn die ihre Ulti zwischen Ari und Lucian oder so reingeprügelt kriegt. Also von den Teamkommens ist das Recht, die rechte Teamkommens meiner Meinung nach, also die Purple-Team ist auf jeden Fall eher das Team, das Mid-Game orientierter ist. Das andere ist mehr Late. Auf jeden Fall. Ne, also ich hätte ja gesagt, das blaue Team ist sogar, also wenig, also jetzt nicht wirklich Late. Also mit Catelyn ist auch mehr eher Early-Game. Oriana ist mehr so Mid-Game, Late-Game ist jetzt so, ja gut, das Teamfight-Potenzial mit Kragas ist halt ziemlich stark. Ja gut. Also ich bin auch mal wirklich gespannt. Also die Kundenkommens haben ja auch nicht geschehen. Haben theoretisch zweimal einen Disengage, einen grob starken. Haben theoretisch zweimal einen starken Disengage mit Kragas und China oder halt einen Split, um die Carries von der Frontline zu trennen. Ja, also die Combo will ich unbedingt mal sehen. Also da Kragas-Ulti rein, hinterher daschen und dann Oriana-Ulti hinterher. Jetzt geht's los. Will ich unbedingt mal sehen. Boah. Jetzt können wir kurz den Lolli-Screen, das Overlayer machen, das wir selber haben. Also seht ihr nicht, tut uns leid. Seht nur wir, aber da können wir gucken, wer was für eine Elo ist und so. Wir können ja einfach drüber reden. Ja, sobald wir halt ein Bild haben. Ja. Ja. Jawoll. Guck mal, da sind John Paskins dabei. Na, Bro, Jack Leona. Ja. Da. Guck mal, die Runen können wir anschauen. Wir haben hier den Kragas mit minus 5% Cooldown, 15% Attack Speed, Ability Power per Level. 4, Armor. 4, Armor. Armor per Level. 4, Armor per Level. Hat jetzt noch nicht gespawnt. Leider der Nutcracker und nicht der Dunking. Darius. Ja, dann musst du wahrscheinlich kurz neu starten. Wir können über, oder? Nein, nein, nein. Das geht nicht. Kleine technische Probleme hier. Ja, jetzt geht's los. Da haben wir's. Kein Problem. Gut luck. Und dann wünschen sich und wünschen sich gegenseitig Spaß. Was soll denn HG heißen? Ich denke mal, er hat's verschrieben. Wenn er danach half. Habt Glück, dass die deutsche Partei hat. Gut luck, habt Glück, dass es nochmal gleich übersetzt ist. Hier Weihnachtsmann Kragas. Fassen zur Jahreszeit. Ja, die Oriana ist auch weihnachtlich. Da wird komplett der River von dem roten Team schon. Ja, theoretisch hat er das rote Team gute Karten für einen Early Invasion. Also, wenn sie da jetzt gut invaded hätten, hätten sie... Wenn Leona den dritten Skill zuerst. Leona, Adi hätten, gute Chancen kann. Aber anscheinend... Es wäre aber sehr schlecht für Adi den Charme als erstes zu skillen. Weil die Oriana mit ihren Outdoor Tags am Anfang noch einen kleinen Vorteil hat. Aber die hat halt weniger Range. Statt-Items, nichts spezielles Besonderes. Das wäre eine leichte Verzögerung. Oder dass der Kragas mit dem anderen Jungle-Item. Nicht mit dem Archite, sondern mit dem... Das ist alles mal unterwegs. Kann ich ja gleich wieder sortieren, damit wir das... Ja, ich sortiere es schnell. Da seht ihr ja noch nichts großartiges. Wann wird das erste Team wohl... Also die Bot-Lane das erste Jungle-Camp mal alleine übernehmen. Dass der Jungler bei den Wölfen startet und die Bot-Lane beim Grump oder so. Was meinst du? Werden wir das heute noch sehen? Jemand... Achso, dass der Jungle alleine startet? Ja. Und die Bot-Lane sich ein Camp schnappt. Jungle alleine starten ist... Selten geworden, ne? Selten. Auch, was ja am Ende von Season 5 war, hat es ja häufig auch der Top-Lane zwischen Camp geschnappt. Und es dann... Ja, es ging durch den Teleport halt. Aber du hast den Teleport nicht mehr... Du hast keine reduzierte Teleportzeit mehr, wenn du auf dem Tower teleportest. Ach was. Und dadurch ist es nicht mehr so gegeben, dass du dann da anfängst und sagst, okay, ich port mich da jetzt hoch. Also mach das Camp und dann port dich hoch, ohne dass ich was verlieren. Jetzt verlierst du nämlich die Zeit vom Teleport, die sozusagen länger ist. Und das macht es nicht mehr so attraktiv, für die Top-Laner das so zu machen. Mhm. Danke für diese Analyse. Das hab ich einfach nur bei Reddits gelesen, der weiß ich auch nicht. Nein. Nein. Okay, Catelyn lässt sich ein bisschen rein pushen, hätte ich das nicht gedacht. Ja, Ari, Oriana. Oh, schön, das Scham. Ja, der durch den Double Shot hat, Lucian hat schon seinen Vorteil. Aber eigentlich sollte Catelyn jedes Mal, wenn Lucian lastet macht, Lucian bestrafen dafür einfach. Das wäre einfach eine viel geringe Range. Bitte? Lucian hat, glaube ich, eine Range von 450 und Catelyn 600. Ja, aber Lucian's Q hat halt auch eine relativ hohe Reichweite. 550 meine ich. Aber 100% sicher bin ich mir nicht. Oh, das ist eine gute Tower. Also, ich hätte gesagt, dass der Darius auf die Minions aufpassen sollte, ja. Ja, der hat ja gerade die Minion-Damage überschätzt. Unterschätzt. Oh, da kommt der Leon reingabe. Die Ola ist aber noch relativ tanky, also sie wird noch wegkommen. Aber trotzdem, das war eine Potion oder ein Keks, den sie da verliert dadurch. Der Keks-Dealer muss auf seine Kekse besser aufpassen. Ja, Rennington am Anfang sehr viel aggressiver. Weil er sich vielleicht sicher ist, dass er Kragas nicht so schnell vorbeischauen wird. Das erstmal und Rennington early ist eine extreme Maschine einfach. Er ist, glaube ich, einer der stärksten early Toplaner. Also, early ist der einfach ekelhaft. Mitte wurde gepinkt. Okay, dass da ein Wort drin steht. Ja, die Oriana hat schon ihre Tränke aufgebraucht, die Ari hat noch einen. Leona ist natürlich auch ein extremer YOLO-Champ. Da gehst du rein, egal wie viele da stehen, ich will mein E treffen. Aber dann fehlt meistens bei einer schlechten Absprache der Follow. Wenn du da als Leona reingehst, denkst du, okay, ich geh rein, Ulti. Muss ja selbstverständlich sein, nicht? Die Jungs aber kein Problem haben, weil die hoffen alle zusammen in einem Raum. Die haben sich getroffen. Ja, die haben sich getroffen. Leider kommt ein Gang von Kragas auf Top. Und da wird dann Pizza bestellt und gezackt. Hat denn einer von denen so eine gute Internetleitung, ja? Kannst du gut? Nein, wir haben sie. Fünf Mann Disconnect. Katelyn lässt sich wirklich etwas reinpushen. Aber vielleicht ist es ja beabsichtlicht. Vielleicht wollen sie ja wirklich so, dass dann auch Kragas unten gankt. Allerdings sieht es nur dann so danach aus, als würde Kragas einfach am Anfang wirklich ja so das Farmspiel spielen, was bei Kragas auch relativ normal ist im Early. Wir sind versuchlos. Ne, nur cleared. Auf der Topplane auf jeden Fall hat für mich der Renekton gerade den Vorteil, weil er einfach schön harass die ganze Zeit. Ja, das ist halt Early Renekton. Darius halt zurückzwingt, jetzt frisst er relativ viel Minion in der Welt. Renekton wird sich wahrscheinlich auch als erstes einfach ins Absurd ist. Da kommt der Gang von Lise. Der Charm ging daneben und der Damage wird vielleicht verbreitet. Nein, da nicht mit dem Kragas dabei ist, konnte der Return kommen. Und da könnte der First Platan Adi. Nein, Kragas kommt nicht mehr ran. Das war sehr eng, aber hier war es vielleicht für Renekton. Ich glaube nicht. Aber er ist noch nicht. Darius hat noch nicht die Möglichkeit. Darius aber will Diven. Da kommt das. Das war der Greed. Das war der Greed. Jetzt ist er gar nicht weg. Da hätte er weg müssen. Da hat er einfach zu viel von den Minions geflossen. Ich glaube, das waren Darius Blutungen, die ihn da getötet haben. Darius Blutungen haben ihn getötet. Darius Blutungen haben ihn getötet. Okay. Aber das First Blood auf Renekton. Wird Darius dann ein weiblicher Champ sein, wenn er Blutungen hat? Ja, er verteilt ja Blutungen. Er verteilt ja Blutungen. Er verteilt ja Blutungen. Also, die Keule ist einfach viel zu groß. Oder Flangwir. Hat er auch Blutungen. Der blutet. Ja, egal. Der Darius offensiver Flash mit so wenig Leben in den Tower rein, das war definitiv Greed. Ja, das war unnötig einfach. Hatten wir nicht gesagt, das ist ein Platin- oder Diamond-Spieler auf der Topland? Ja, auf jeden Fall hatten wir viel mehr Ward-Control im letzten Game und Wards überhaupt, als hier jetzt im Spiel. Ich sehe jetzt gerade ein Ward von jedem Super River. Das war's. Aber es ist ja auch erst mit Ulti 6. Oh, jetzt hat er. Da hat es auch mittlerweile seinen Peak erreicht mit seinem Ulti. Er hat einen Ulti halt gezündet, klar. Und Renekton war es einfach fühlt sich confident. Er ist locker 15% von Million-Dampish noch gekommen. Interessant ist auch, dass Lucian farmmäßig wird gegen eine Caitlyn. Was eigentlich nicht passieren sollte. Naja, es geht eigentlich. Lucian, wie gesagt, hat ein besseres Farmpotential. Allerdings sollte Caitlyn ihn eigentlich harassen dafür, ja. Eigentlich sollte er jedes Mal einen Auto-Attack von Caitlyn abkriegen, wenn er halt versucht, einen Plastic zu treffen. Ja, das ist ein bisschen ängstlich. Die Caitlyn mit dem Schild jetzt zum Beispiel, wenn sie das Schild bekommen hat, hat sie so ein starkes Harasspotential. Dann müsste eigentlich die Janna sich so absprechen mit der Caitlyn, dass sie das Schild jedes Mal gibt. Beziehungsweise Caitlyn beobachten, dass jedes Mal, wenn Caitlyn hier den Headshot bekommt, sie kurz vorher das Schild gibt und dann einfach der Harass kommt. Headshot mit dem Schild zusammen ist einfach so viel Schaden, den du dann plötzlich mit einem, mit einer Outdoor-Attack reinbekommst. Da haben wir jetzt übrigens, klar, die ganzen Wards, die ich vorher kritisiert habe, dass so wenig sind. Es waren natürlich einfach, die Leute waren noch nicht in der Base zurück. Jetzt waren sie alle. Jetzt kann sie sehen. Jetzt haben wir im Ripper ganz viele Wards. Vom blauen Team. Diesmal ist Renekton wieder sehr aggressiv. Geht auf Darius, aber das Ulti von Darius. Da lässt er sich aber in eine Tower ziehen. Nein, da kam der Escape-Flash, aber es wird wieder reingegangen. Das Ulti von Darius ist noch nicht aktiv, deswegen kann sich der Renekton wahrscheinlich auch diese Aggressivität erreichen. Aber er hat noch 33 Sekunden Pulldown auf den Ulti. Ja? Aber Renekton sieht wieder in der Tower rein. Er hat es geschafft. Der Shutdown auf den Darius. Der Shutdown? Der hat schon zwei Kills? Der hat ihn zweimal getötet. Ja. Naja, der First Blood ging ja an Renekton als Darius. Ah, danach. Ja, ja, klar. Darius ist ja offensiv in den Tower rein geflasht, hat den First Blood abgegelt. Lissin versucht sich gerade in Red zu stehlen vom blauen Team. Alle Kills komplett auf der Top. Gragaz ist eigentlich langsamer im Jungle. Hat aber momentan noch mehr zuerst. Also Lissin ist, also so war es zumindest früher, ist einer der schnellsten Jungle eigentlich. Ja, Lissin hatte einen Reddorf und hat die Kleinen stehen lassen. Das war sehr schön von D'Ari, dass sie da auch die Unterstützung gegeben hat, weil Uriana war vorher zu sehen bzw. es war klar, dass sie ja nicht mehr da ist, also nicht kommen würde. Kragaz war back. Ich weiß nicht, ob sie es gesehen hatten, dass Kragaz back ist. Doch, Lissin hat im Busch vom Reddorf gewartet und Kragaz hat sich außerhalb vom Busch stand er und hat sich backgeportet. Ja, dann war das einfach sehr gut vom roten Team gemacht. Ja, und Kragaz halt außerhalb vom Busch und zwei Pixel nebenan stand halt Lissin und hat es halt gepflegt. Wir wissen uns überhaupt gar nicht in die Kamera drehen. Wir können echt auf den Bildschirm schauen. Nein, es ging nur darauf, wenn wir zu sehen sind. Ja, jetzt sind wir eh nicht zu sehen. Ja, jetzt sind wir nicht zu sehen. Das könnt ihr uns nur hören. Das sind so tollen erotischen Stücken, die wir haben. Nein, ach was? Ero-erotisch. 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 Und der erste Back vom Lucian. Lucian immer noch sein, oder? Erster Back? Ja. Und sogar noch seinen Keks dabei. Er hat einen leichten Minion-Vorteil. Er hat einen leichten Minion-Vorteil. Das könnt ihr sogar... Je nachdem, was er sich kauft, aber es wird noch keinen weg. Er pusht weiter rein. Die Keks sind einfach nicht. Aber mittlerweile massiven Farm-Vorteil. Ja, so massiver Farm-Vorteil ist das jetzt noch nicht. Aber da kommt irgendwie... Da kommt der... Boah, schöner Damage. Da kommt dann immer weg. Der ist mit Kragas... Der Kragas-Ulti war nicht schlecht, aber es wird nicht ausreichen. Es könnte sogar sagen, dass er jetzt da noch stirbt. Nein, da kommt der Creed. Da kommt der Creed! Ja, aber... Und Ranakton ist das wirklich... Also, der... 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 Der Endgeld-Schwürdigkeit war knapp. Das war knapp. Er ist mit 50 halb weggekommen. Und da unten in der Mitte ist es genauso... Ja. Aber... Ali, kein Mana mehr, kein Leben mehr. Aber die Ori... Tracet dann hinterher. Obwohl sie blau hat. Das ist halt... Ori ist da ganz cool, so wie der Name. Nogga Eis, kennt ihr? Ja, ja. Logischerweise... Ist aber von Nestle, würde ich nicht kaufen. Da ist nichts in der Nähe, was ihn verteidigen kann. Er lässt ihn stehen. Er lässt ihn von den Minions langsam, oder? Oder er will, dass der Top-Laner noch oben einigermaßen selbst verarmen kann? Er lässt ihn stehen. Es ist eigentlich sogar vom Vorteil, weil der Tower cleart jetzt Minions, dann nimmt Darius weg. Darius kann sich aber trotzdem nicht am Tower sicher fühlen. Das ist eigentlich ziemlich gut. Wieder kam Renekton extrem aggressiv heute unterwegs. Hat sich als erstes ein Tiamat gekauft. Eine Tiamat und Fatsch. Das tut halt auch schon weh. Sehr offensiv halt auch gebaut jetzt oben. Ja, mit 4-2, das ist halt schon eine Macht gegen... Minimäßig, also Darius ist ja minimäßig immer noch auf. Ist es nicht so, als könnte der Darius den Fight jetzt nicht gewinnen mittlerweile? Ja, ich denke, momentan unten relativ ausgeglichen. Top für Renekton ein bisschen. Und mittlerein sehe ich eigentlich die Oriana vorne. Der Darius schafft das sogar besser zu farmen. Auch wenn nur minimal. Ja, wenn er die Worte cleart, hätten wir jetzt Zuschauer hier. Ja, die würden alle gut führen. Die ist, wenn der Worte cleart macht. Nein. Wir stellen uns das vor. Oriana wird gechased, aber Gragas ist da. Darius kommt mit runter. Renekton kommt mit runter. Da kommt der Gragas OD schon. Das war sehr viel raus, nur für den Lissinn allein. Darius muss sein Flash. Da wird aus der Schockwelle rausgesprungen. Ja, Gragas wird auch sterben. Doch, Gragas tot. Ja, jetzt sagt er auch der Darius, weil der hat seinen Flash benutzt, um über die Worte zu kommen. Das heißt, er hat jetzt keine Flash mehr. Warum? Und der Tower ist kein Schutz mehr führen. Der Darius ist hier über die Wand zuvor geflasht. Warum Darius dann noch da hinein gelaufen ist, habe ich nicht verstanden. YOLO. Ja. Es war einfach hier, wenn ich... Auf dem Fall machen wir jetzt den Rift Scuttler. Ich hoffe, die Kamera springt gleich dahin. Naja. Äh, Rift Scuttler. Rift Harald. Genau. Dass wir das neue Item sehen. Dann springt die Kamera da nicht hin. Sorry Jungs, aber ich mache jetzt da mal die Kamera hin. Jetzt fällt die. Und wer kriegt das? Das Item. Nimmt keiner. Im nächsten Patch gab's die Wechselung, dass du das mitnehmen kannst. Da steht's. Oder sie lachen es. Ich weiß nicht, wie lange es liegen bleibt. Vielleicht hatten sie es nicht verstanden. Sie haben sich anscheinend die Patch-Source-Wett durchgelesen. Nimmt niemand mit und jetzt ist es weg. Um es mal zu erklären. Im letzten Patch wurde der Herald verändert. Und zwar kriegst du jetzt den Buff nicht mehr sofort. Der, der den Love Pit macht? Ja, sondern es wird ein Item gedroppt und dieses Item muss man aufheben, um den Buff zu bekommen. Und das wurde jetzt gar nicht gemacht. Und das Item wurde einfach liegen gelassen. Ja. Hat die Jungs ein bisschen Gold bekommen und das war's. Ja. Nicht gut. Vielleicht hatten sie sich einfach nicht gewusst, was da ist. Keiner hat das Item gesehen. Deshalb Leute Patch-Shows lesen. Hilft. Manchmal. Wobei die Pre-Season Patch-Lots, die waren ja schon fast ein halbes. Die waren ja schon 20.000 Wörter oder so. Da kannst du gleich eine Kinderbuchgeschichte durchlesen. Ist genauso viel. Meinst du so wenig, Kinderbücher? Ja, so ein Bilderbuch halt. Hast du? Ne, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall entspannter zu lesen. So ein Bilderbuch, Patch-Notes. So ein Bilderbuch, Patch-Notes. Aber ich finde es so geil, wie groß der Poppy-Hammer ist jetzt. Ja, der Poppy-Hammer ist schon mächtig. Klar gab es von hinten, aber Lissin hat ihn gesehen. Oh, aber... Lissin hat gewordet. Ja, schöner Kick von Lissin in die zwei hinein. Da holt sich der Lushin einfach den Kill auch sehr gut abgegeben. Und da kommt der Schockwelle jetzt schon wieder ab. Und der Mitteln auch. Oh, da... Ignite schon rauf. Und der Schockwelle, schön ausgewichen. Ja, das macht halt die Arie Mobility mit ihrem Ulti. Die erlaubt einfach so viele Fehler. Das war nicht richtig gut von der Arie, sich so nah an Liliana zu nehmen. Und da geht's der Tower ist endgültig weg. Und jetzt geht's Rambazamba weiter. Der Neck beim Crystal hat extrem viel Minion. Aber... Und... Prägt demnächst mehr. Der Neck gibt es mittlerweile einfach viel... Oh, das war ein Greedy-Redbutt-Steel-Dry. Und der ist halt nach Riegel losgegangen. Ja, die... Auch Jan hat sich gedacht, ich kann das machen. Da war einfach nicht mehr Division auf Modiana vorhanden. Momentan liegen sie ja wieder mit 3000 Gold vorne. Ist die Frage, ob sie sich jetzt wieder, wie unser letztes Spiel jetzt würde, zugeguckt haben, ob sie die Führung wieder weggeben oder ob sie sie weiter ausbauen können. Haben wir eigentlich... Ja, das Late Game ist ja eigentlich für... Das Late Game ist ja eigentlich so... Würde ich eher... Eher ausgeglichen, wie dich behauptet jetzt. Also... Haben wir an die Regie, haben wir eine Statistik, die uns vielleicht verrät, ob Rot oder Blau, welche Seite statistisch öfter gewonnen hat? Kann man das gucken? Ich weiß nicht, ob das überhaupt notwendig ist. Ne, kannst du ja auf... Lol-Skill kannst du ja gucken, welches Team zumindest die bessere Win-Statistik hat. Ja gut, das könnte ich ja auch kurz sehen. Laut dieser Statistik würde... Doch nicht, ne? Dafür sehen wir das Spiel immer sehr gut. Und ja, weiter geht's. Also ich würde sagen, das Roteteam, wenn sie weiterhin konsistent so spielen, wie sie jetzt spielen, haben sie sehr gute Chancen zu gewinnen. Natürlich, Renekton verliert ein bisschen ein Potenzial im Late Game. Fusion auch. Ari auch ein bisschen. Orianna ist auf jeden Fall stärker Late Game als Ari. Ja, und hat halt auch 30 Farmen mehr als Ari. Das ist halt... Einiges. Aber hier wird jetzt schön die Boards geklärt. Ich glaube, die wollen die nächsten Dragon anfangen. Das wäre auf jeden Fall zu empfehlen. Machen sie auch jetzt schon. Alle haben gerade angefangen. Orianna und Dagar ist auf dem Weg. Ist da? Ah doch, hier sieht man die... Ne, hier sieht man nicht. Kein Stil möglich. Kann ich irgendwo die Keystone Masteries von den Champions sehen? Ne. Das ist ein Aufruf an Riot. Bitte fügt das dem Spectator Client hinzu. Dass man die Keystone Masteries sieht. Das Roteteam mittlerweile zwei Tower in Führung. Und ein Drache. Ansonsten, ja. Normales Laning-Verhalten. In der Mitte der Ari... Der Mid-Tower vom blauen Team ist bereits gefallen. Damit ist die Kontrolle des Jungles und der Lane einfach an das rote Team übergegangen. Was die auch wirklich gut ausnutzen bereits schon am Anfang. Der Red Buffs-Deal war wirklich keine schlechte Idee vom roten Team. Wenn sie es weiterhin behalten und die Kontrolle aufrecht erhalten, können sie weiter den Vorteil ausbauen. Du kaltest halt auch als Lissiden relativ viel Counter-Junnel, wenn du willst. Ja, hat sie ja auch gerade eben den Luke, glaube ich, gesnackt, oder? Ja, aber dadurch, dass sie den Mid-Lane Tower noch haben, haben sie einfach hoffene Tode. Dein Duell-Potential ist einfach höher als das von Kragas. Ne, Lissiden kämpft einfach nur. Hat sein Zelt aufgeschlagen und schnappt sich den Krab. Der ist halt aber auch direkt gegen den anderen. Ne. Ja, sie haben einfach die Kontrolle über den Gegner-Junnel mittlerweile. Was sehr schlecht ist für Kragas. Ja, der ist gerade falsch. Der ist gerade mit dem eheliegen Wand. Da sollten sie jetzt besser raus. Nein, das könnte eng werden für Renekton. Ja, aber ich denke, es wird viel zu tief. Auch eng werden. Jetzt sollte Lissiden rüber zu Renekton. Ja, die kommen jetzt raus eigentlich. Könnte noch der Q von Dorianna kommen? Kragas wird zitiert. Oh, mit Flash. Und zwar beide sind mit Flash. Aber Lissiden gut reagiert. Ansonsten hättest ihn wahrscheinlich erwischt. Da wäre er dann nicht mehr rausgekommen. Ist schon da vielleicht der Greed vom blauen Team momentan, oder? Dafür, dass sie hinten liegen und mehrere Kämpfe schon verloren haben. Wir haben mehrmals schon Greed vom blauen Team gesehen. Alleine der First Blood. Der Rift-Terror ist eine Minute ab. Ja, dann nimmt eh keiner mehr das Item auf. Ja, das ist das Problem. Lass uns den machen. Also es ist auch so, das Item aufheben kann auch nur das Team, was ihn gemacht hat. Also wenn das blaue Team... Wir haben jetzt 20 Sekunden mal. Das rote Team hat ihn gemacht, gell? Ja. Und dann kann auch nur einer der Spieler aus dem Burbenteam aufnehmen. Was jetzt aber eigentlich recht interessant ist, weil jetzt könnt ihr noch zum Beispiel der Mid-Laner aufheben, wenn du dann so eine sehr starke pushende Lane hast. Und Sixx zum Beispiel hat jetzt auf seinem Passiv 100% Damage auf Turret bekommen. Wenn der dazu noch den Siege vom Herald bekommt, der pusht die Mitte einfach glatt durch. Das ist sehr geil. Ja, die wollen ja... Es soll, ich glaube vor der Preseason, ich glaube so gegen... Frühjahr 2016 soll das Reebok kommen von dem Control Midlane, ja. Okay. Nehmen wir... Sixx und was ich jetzt glaube ich auf der Liste steht. Die hast du oft in den Early Seasons gesehen, mittlerweile nicht mehr so oft. Die wollen sowas wie sowas mit den ATCs gemacht haben, dass sozusagen die Stärken und die Schwächen besser ausgearbeitet sind. Okay. Wobei die ATCs jetzt auch wieder schwach sind. Gehe im Vergleich zum Beispiel mit dem Mundo. Die sind ziemlich weit daneben von der Adi. Aber sie hat ihr Ulti dafür gewissert. Allerdings ist der Cooldown von der Ulti oder so relativ gering. Sie hat ja schon... Sie müsste jetzt 40% an die 40% Cooldown Reduction haben. Sie hat ja das Buch und den blauen Buff dazu und die Masters. Catelyn hat sich jetzt Hurrikan gekauft. War bei Catelyn Hurrikan das Problem, dass ihre Outletacks weitergehen als die Angriffe vom Hurrikan? Ich meine, das ist jetzt auch nicht so das Problem. Also die Range vom Hurrikan ist glaube ich kleiner, so wie du sagst, ja. Catelyn hat die höchste Range nach Tristana. Tristana halt im Late Game dann nur. Die fängt ja mit 550 oder so an. 540 glaube ich sogar nur oder so. Oder noch? Bin mir nicht sicher. 520 sowas vielleicht sogar. Ich weiß nur, dass Twisted Fate 455 Range hat, aber dann bin ich auch. Ja Catelyn hat meine ich 600 oder 650 sogar. Also ohne Level 1 zwölfste Reichweite. Die Masteries sehe ich nicht, aber die Range von Catelyn... 650, ja. Das kann ich schauen. Oh, die Ahri. Weg da nochmal die Ulti ab. Und Trist Ahri. Dann kommt nochmal der Engage von Leona, wird wegge... Kick? Ulti? Nein, die beiden ulti, ja. Oh, das ist Leona. Die Leona kommt nochmal raus. Die sind Ulti, um das Ganze aufzuhalten. Das hat der Teamfight in Anführungszeichen nur Ahri gekostet. Aber Adi hat sich ja einfach wirklich nicht besonders gut positioniert. Und da kommt Kallen aus. Kallen glaube ich, ja. Die Sin nochmal rein. Und die Flockmelle getroffen hat. Da nochmal Leona rein, da kommt die Darius Ulti. Aber Lucien mit seinem Damage konnte nochmal was holen. Aber gut, die Ahri war gestorben, also eher 3-2 getauscht. Ja, die Ahri ist ja schon vorher gestorben. Die werden versuchen, unter den Tower zu kommen, oder? Nein, die werden auf jeden Fall nicht hinterher kommen können. Das Ulti von Caitlyn ist auch schon down, also der Chase war total unnötig. Das ist einfach wieder die Gier, die man in diesem blauen Team sieht. Wenn das absolute Gier gewesen wären, wären sie wahrscheinlich noch unter den Tower hinterher. Ja, das wäre Bronze-Gier. Ja, nichts für die Bronze-Spieler. Es macht sogar Spaß, finde ich, auf Bronze hier zu spielen. Aber Dragon in 20 Sekunden ab. Wird er dann direkt angegangen, oder erst mal wieder stehen lassen, wie das Item beim Herald? Wir haben ihn jetzt das erste Mal gesehen und das Item wurde nicht mal aufgehoben. Ich glaube, im Spiel davor wurde er auch gemacht. Er wurde nicht gemacht, meine ich. Okay. Das ist der erste, den wir heute gesehen haben und der wurde nicht mal eingesetzt. Das ist schade. Wir sind mal wieder am... Der zweite Klammer. Wir sehen, Kragas ist da. Sehen wir gleich einen epischen Stil. Aber Sie sehen nicht den blauen Wort. Aber nein, Kragas war gecharmt, keine Chance da reinzukommen. Aber er hätte sein Ulti abgehabt. Also er hätte es vorzeitig reinschmeißen können. Der Damage mit seinem Ulti abschätzen. Damage mit dem Ulti dann mit... Also nach... Hinein dashen und dann smilten. Das hätte funktionieren können. So, jetzt push sie zu viert. Die Mitte, der Renekton muss top. Weil sonst sein Tower-Probleme kriegt. Wie viel hat der noch? Dürft noch relativ voll rein. Darius wollte sich verziehen, aber... Ja, Darius muss sich auch verziehen. Also... Das rote Team. Ja. Renekton mit 6-3. Ah, und er zieht sie dann noch. Er kriegt noch... Ja. Er aktiviert gleich sein Ulti. Den Bonusdampfstil bekommen. Also das wird wahrscheinlich Darius sein Tod. Da kommt die Ulti von Darius und... Ja, also das ist so, wovon ich gebrochen habe. Das ist halt noch nachträglich. Darius hat schon die Chance mittlerweile. Also... Vielleicht hätte sich... Renekton doch ein bisschen mehr Tank-Innes noch zusätzlich. Er hat jetzt bejagt. Zweit zu dem anderen hoch gepusht. Aber er ist low, ey. Die können sein. Mit dem Movement-Speed... Nein, da ist Ari weg. Ja. Ari hätte ihr Ulti da schneller benutzen müssen. Und... Leona verabschiedet sich auch gleich. Ja. Da... Nichts mehr. Das war's. Double Kill für Catelyn. Ja, jetzt werden sie mit dem Tower-Difte da drunter bleiben. Ja. Also die Ultis sind alle raus, bis auf Janna-Ulti. Das heißt also... Rein theoretisch... Können sie nicht wirklich viel machen am Tower. Es sei denn... Also wirklich das rote Team macht er jetzt nur. Also Lucien macht da einen enormen Fehler mit Lissin. Ja... Was? Die Fallen. Die Fallen. Die Katelyn hat auch gestöpelt. Also ich habe ja gerne gesehen, dass sie nicht werden sincht. Die Lane-Control von der Katelyn mit den Fallen ist jetzt auch enorm. Okay, der Fall war das da, würde ich sagen. Der Fall wird aus auf jeden Fall da. Ja, der ist da. Lucien hat ordentlich mehr zuerst. Catelyn geflasht. Lucien hat ordentlich mehr zuerst. Was, Catelyn hat gerade geflasht? Catelyn hat geflasht. Catelyn hat geflasht. Also... Oh, Baron. Mobility hat Ari auf jeden Fall genießt. Blau Team kommt gleich sofort hinterher. Das blaue Team hat das kleine Bisschenliss. Werden sie auch schnell genug einschreiten. Das rote Team bricht ab. Breschen sie ab und Leona kommt einfach nicht aus dem Bisschenliss. Ari kriegt das Ulti von Catelyn ab, ja. Dann kommt sie. Könnte sein, dass jetzt das blaue Team versucht, dasselbe zu machen. Sie sollten, eigentlich hatten sie jetzt den Tower in der Mitte geschenkt. Also... Ja, den hätten sie sich nehmen können. Ja, vielleicht machen sie es ja noch. Also, die Minions sind ja gerade erst erschienen. Wenn sie jetzt zur Mid-Tower gehen, ist es ein Free Tower. Da hat das rote Team einfach verschenkt jetzt. Vom Kick hin nimmt sich den Tower Damage und springt nochmal hinterher. Ja, das war's für den Mid-Tower. Auf jeden Fall. Schade. Ich hab gehofft, dass das rote Team etwas konsistenter spielt. Naja, es gibt dann, würde ich mal sagen, zwei Arten von Teams. Die, wo quasi Solo ihre Lane gewinnen, das Team quasi ins Mid-Game bringen. Aber halt dann in Team-Fights nicht so gut abschneiden. Kein Strom mehr. Oder halt die, die möglicherweise das Early verlieren, aber dann halt, sobald es in die Team-Fights geht, wieder anfangen, stark zu sein. Da sehen wir einen Chase auf Lee Sin. Er benutzt sein Ulti, wird immer noch hinterher gezogen von dem Darius. Ari versucht ihm zu helfen. Jetzt haben wir halt die Vision dort in den Busch. Da ist uns unsere Legion of Legends Schachtel umgefallen. Wenn die erst Pappe und mal ein Dicker, dann sind sie nicht so her umgefallen in die Schachtel. Oh, Darius hat gerade den Lee Sin von da rübergezogen. Das sah gerade so aus, als wäre es mehr Range gewesen eigentlich. Lucian kann in aller Ruhe unten pushen. Das Blaue Team drückt jetzt allerdings nach. Kein großes Interesse. Catelyn geht alleine runter. Ich würde sagen, im 1v1 ist die Catelyn definitiv unterlegen. Lucian hat noch Ulti. Ja, der wird auch gleich aggressiv mit dem Ulti die Catelyn gepusht. Das Blaue Team interessiert sich überhaupt nicht vor Lucian, obwohl er so aufsteht. Sie könnten ihn total abholen. Hier wurde gerade die Frage gestellt, ist das ein LAN-Turnier? Nein, das ist kein LAN-Turnier. Jetzt hörst du mal Auto. Ja, ich muss das drehen, wenn du selber den Chat nicht siehst. Da, Kragas gegen Lee Sin, Ari und Leona. Kragas wird einfach nicht durchspielt für Klausi. Guck da nicht noch. Oh, was ist eine Kaffeewelle? Da kommt noch ein Telefon rein. Der hat Ladius und der Rennikon sind beide dran. Da wäre jetzt eine Leona-Ult geil, aber die ist halt schon raus. Oh, die Chana-Ult, das ist ja alles sehr voll. Flash Darius-Ulti, ein schöner Kill. Da wieder die Leona-Double-Kill Darius, das tut so weh. Darius hat eben einfach ab einem gewissen Punkt so ein hohes Damage-Potential, was ich einfach teilweise lächerlich finde, aber er hat sich auch sehr viel Damage gekauft. Also, der Handschuh... Der Darius haben sie ja seit der Season 5 nicht groß verändert, oder? Der hat einige Patches gehabt, also zuerst einmal... Ja, seit der Stream Dragon, die könnten aber auch einfach den Turm haben sie nicht, die konzentrieren sich auf den Dragon. Das wäre der erste Dragon jetzt für sie. Mittlerweile auch notwendig für sie. Naja, Bob Ross... Malz mit dem Glute-Gegner. Darius, die Front-Wall ist einfach das Beef. Und die Oriana trifft halt ihre Schockwelle. Die Oriana war auch, glaube ich, recht hoch, was das Ranking angeht. Die Oriana spielt wirklich gut. Es erinnert mich an die Schockwelle der alten Ahnen von Dragon Ball. Die Schockwelle, die sie gemacht hat. Die Oriana hat auch recht hohe CS. Die zweithöchste CS im ganzen Game. Nach Lusham. Nein, und das war der Tower und vermutlich die Arri, wenn sie das geschickt anstellen. Nein, Arri kommt nochmal weg. Aber, da hat das blaue Team das Spiel gedreht, liegt nur noch 400 Gold hinten. Also, momentan sieht es auch wieder besser aus für das blaue Team. Die Wards, die sie dir auch aufgestellt haben. Das rote Team hat allerdings deutlich mehr Tower geholt. Naja, einen mehr. Ah, ich habe oben den Tower übersehen. Ich habe gerade gedacht, der Tier 2 Tower wäre auch da. Ja, das kann ich nicht sehen. Ja, was machen sie jetzt, um am besten den Gegnerplatz zu machen, beide Teams? Was sollten sie tun? Das rote Team hat ihr Potenzial mit Renekton eigentlich verloren. Mittlerweile kann Darius Renekton besiegen. Das gibt ihnen nicht mehr die Möglichkeit einen Split-Bush mit Renekton zu veranstalten. Ich kann Ihnen nicht mal sagen, ob sie mit der Leonia-Ulti gegen die Janna so viel... Der Gragas und die Janna können das Team einfach wieder auseinander schmeißen. Trotz des N-Gage. Also sie sollten sich jetzt wahrscheinlich mehr auf sowas wie Nershoff konzentrieren. Auf so Teamfights im Jungle vielleicht, wo die Ultis nicht mehr so viel Auswirkungen haben wie auf dem freien Feld. Also Gragas-Ulti, wenn dich das gegen eine Wand schmeißt, bewege sie dich ja nicht weiter. So wie es aussieht, versuchen sie da... Aber die Oriana-Ulti, da müssen sie ja trotzdem auffassen. Wenn die Oriana-Ulti alle erwischt, dann wird es echt hässlich für das rote Team. Ja, mit Janna, Gragas, Oriana, wenn sie da quasi alle auf einem Haufen stehen, ist es fatal. Die Synergie des roten Teams empfinde ich jetzt einfach nicht als so gut gewählt wie die im blauen Team. Also die haben nicht so viele Möglichkeiten wie das blaue Team, das Spiel jetzt dann zu gewinnen. Wer ist der Turnierfavorit, wurde hier gefragt. Das Problem, das wir haben, ist, wir kennen kein Team, außer das Chief Duncan Team, da kennen wir ein paar Leute. Aber sonst kennen wir jetzt kein Team direkt. Und wir können die nicht einschätzen. Also wir glauben, dass... Wir kennen ja keinster Teams. Wir kennen keinster Teams. Es ist relativ schwer für uns zu sagen, wer der Turnierfavorit ist. Du bist ja dein Favorit, war ja das Solo-Team. So aus Sympathiegründen. Also mir wird es gefallen, dass das Solo-Team weiterkommt. Es gibt ein Team übrigens, das besteht aus Solo-Leuten. Die haben sich gemeldet und daraus wurde Team gebildet. Team Solo... Da finde ich es auch spannend. Ja, im Team Solo gibt es vier Diamond-Spieler und ein Spieler ist Bronze, wobei man nicht weiß, ob es tatsächlich Bronze ist. Da wollten zwei unbedingt zusammen spielen. Zwei Freunde, ein Diamond-Spieler und ein Bronze-Spieler. Da bin ich wirklich mal gespannt, welche Performance der Bronze-Spieler bringt, ob er tatsächlich Bronze ist. Interessant finde ich jetzt, dass quasi keiner macht irgendwie was. Es wird immer nur so ein bisschen abgetastet, aber keiner von beiden will irgendwie den Engage schlagen. Er will halt auch niemanden verlieren. Die wollen jetzt alle einfach safe spielen. Goldmäßig komplett ausgeglichen. Also was ich auch noch sehe, ist, dass das blaue Team mittlerweile einfach deutlich besser wardet. Sie haben zwei rote Trinkets, mit denen sie wards clearen. Sie haben mehr pink wards und sie haben mehr wards zusätzlich stehen. Das ist einfach wesentlich mehr Vision, was ihnen einen Vorteil gibt. Also da müsste das rote Team eigentlich nachlegen. Wenn ich da unten gucke, das rote Team zweimal das blaue Trinket, einmal die Laterne und nur zweimal das Warding Trinket. Das Problem, was ich sehe, ist, dass das blaue, äh das Team rot hat gar kein, hat nicht viel Disengage. Die können mehr den Engage machen. Die Disengage haben seine. Wenn sie das Uriana-Ulti abkriegen und die anderen Ultis abkriegen, ist oder so gegessen. Also die müssen halt gucken, dass sie irgendwie Leute einzeln picken. Die können Leute gut picken mit dem Charm, mit Renekton, die können mit Leona, wenn sie einen Champion alleine oder zwei Champions alleine erwischen, die können picken. Und die können sie dann töten. Und wenn sie einen Vorteil haben, können sie den Teamfight auch gewinnen. Aber in einem direkten Teamfight, wie das blaue Team, das war kein guter Pick einfach auf Kragas. Also sie müssten sich irgendwas picken wie Uriana alleine oder so. Aber wenn das blaue Team das schlaue anstellt... Sicher immer Uriana, Catelyn, Kragas, die sind irgendwie immer zu dritt unterwegs. Sehr schwer für das rote Team, weil das ist auch, glaube ich, die einzige Möglichkeit, Leute einfach zu picken. Auch in einem Teamfight, sie müssen sich komplett auf einem fokussieren, was aber gerade durch die Synergie des blauen Teams sehr schwer wird. Weil sie werden einfach durch die Gegend geschmissen und geschuckt und gezogen von fast jedem Spieler da. Es ist einfach fast unmöglich, einen Teamfight da noch zu gewinnen, einen direkten Teamfight. Renekton hat übrigens momentan gerade, ich dachte, den zweiten Tower... Er hat daran geknuspert. Darius kommt, hat er anscheinend gesehen und zieht es zurück. Eine Wortpanne. Blue. Also... Was ich finde, ist, was schade ist, wir haben hier zwei Teleports und ich habe noch kein Team gesehen, das ist jetzt von dem Teleport und da sind sich gebraucht. Ja doch, Renekton und Darius haben den ja beim Teamfight gefunden vom Tier 3 Tower. Da haben sie den Teleport benutzt, da kommt der nächste Drache. Können sie den Drachen schnell genug machen, bevor Team Blau da ist? Weil wenn sie reingehen, Team Blau ist... Und da kommt die Schockwelle aber halt auf die zwei Tanks, aber die Uniona wird ja halt am Nutzer pflückt. Ja, die Uniona kann auch gar nicht mehr viel machen, die Ulti hat fast gar keine Auswirkung gehabt. Lucian kann auch nur noch mit seinem Wett laufen, während der das ulti macht, ja? Ja, genau. Den müssen wir da hin. Ja. Es ist einfach mittlerweile für das Team Blau ein Piece of Cake. Oh, Lucian lässt sich da auch noch erwischen, da muss er sein Flash benutzen. Er hat sich vielleicht gedacht, dass er den Lucian retten soll. Lucian ist da noch immer der stärkste Spieler. Er sieht sehr schlecht aus für Team Blau, sage ich mal. Renekton kann mittlerweile nicht mehr seinen Job machen. Inhaver ist weg. Inhaver ist weg und ja. Ja. Könnten dann vielleicht... Die Uniona ist jetzt zurück, also die sind jetzt wieder zu viert, aber der Nibetor ist schnell genug da. Jetzt würde ich einfach raus und versuchen, die Mitte zu pushen. Der Chase ist auch nicht so besonders gut beim roten Team. Es wurde wahrscheinlich beim roten Team so gepickt, man nimmt einfach Champions, die man gut kann. Was in der Solo-Cue wirklich zu empfehlen ist. Aber die Teamfight-Synergie vom roten Team ist nicht so stark wie die vom blauen Team. Jetzt versuchen wir das nochmal am Baron, weil der Rache so gut geklappt hat. Aber der ist der Renekton da sein müssen. Der kommt jetzt erst und wird zu spät einfach. Das ist ja auch nicht so der Damage, den die an Nasher machen. Den meisten Damage macht der Lucian. Ja, aber dann kommt Tenkin. Das sieht sehr schlecht aus. Also in dem Teamfight-Synergie. Ja, das wird vermutlich ein Ls. Dann kommen die Drage als Ult und danach kommt die Roda wohl. Die Schockwelle, die einfach nur die Carries auseinander nimmt. Die standen aber auch alle drei schön zusammen, ne? Ja, Friskon, Darius quasi. Adi mit dem Ulti abgehauen. Damage von Catelyn reicht nicht aus, um wirklich viel auszurichten. Wir sind jetzt auch noch ganz knapp im Kong. Aber das wird ein Free Baron und ich sag, das ist das Ende fast. Ne, ist noch nicht ganzes Ende. Aber es bahnt sich jetzt sehr nahe an. Es bahnt sich an auf jeden Fall. Es wird vielleicht noch ein Inhib folgen. Vielleicht. Oder zumindest der T1 Tower. T2 oder von der Mitte. Und dann wird sich langsam dem Ende hinbewegen. Catelyn hat sich ein Blade of the Rune King gekauft. Ja, theoretisch. Leona kann man ignorieren. Muss man ja drauf hießen. Renekton ist das einzig. Leona hat sich kein... Leona hat sich jetzt nicht so viel Elspiel gekauft. Aber dafür... Renekton bis Sinn. Sinderhalk und... Cleaver und... Rangduins wird es noch eben. Aber... Das rote Team braucht zu lange, um die Super Minions, die bereits in der Base stehen, zu clearn. Ja, die anderen Lanes pushen auch noch. Sie werden sich jetzt wahrscheinlich noch den Top Tower holen. Den Top Tower, ja. Ja. Auf jeden Fall Baron gut ausgenutzt. Ja, ja. Die Foto-Zion des nächsten Semesters bestimmt. Im nächsten Turnier. Hm? Die sind wieder zurück. Auswegstehen. Achso. Ist es jetzt in drei Minuten schon vorbei? Nein, nein. Ich weiß nicht. Guck mal, da kommen Poros bei der Oriana von zurückporten. Wie geil ist das denn? Ja, das ist der Poro. Unter Wonderland Oriana Skin. Und da kommen sie jetzt alle. Also, zwei Inhibitoren down. Mit den gratis Homeguard Boots rasen sie da aus der Base raus. Der Turm, der am Nexus ist auch schon halb down. Ja, da wird auch nicht so wirklich drauf geachtet. Die Leona ist die erste, die dann da ist. Ja, das kann jetzt Team Blau gemütlich runterspielen. Vielleicht noch die Top Tower rausnehmen. Und dann warten, bis quasi der nächste Engage kommt vom roten Team. Und den Engage quasi wieder umdrehen und das rote Team zu pflücken. Also, es sieht eher so aus, als würden sie jetzt einfach versuchen, die Top noch zu pushen. Sie möchten wohl einfach noch eine Inhibitore down kriegen. Sie halten das wohl für notwendig, obwohl es eigentlich nicht mal notwendig wäre. Ja, die wollen einfach auf Nummer sicher gehen und sagen, komm, wir wollen sehen, bis komplette Basis leer. Wobei, am Tower wäre es sogar noch für das rote Team nicht ganz unmöglich, einen Teamfight zu drehen. Ich finde es lustig, dass die ganzen Squishies alle vorne rumrennen und die Tanki-Leute jetzt zu hüten bei dem Team. Na ja, Renekton auch wieder schön auf der Botlane. Die Super-Minions abfarmen, während oben sein Team zerlegt wird. Der Damage von der Odiana. Ja. Klar, das wartet für seinen Dodge. Und da kommt die Ulti. Aber nur zum Kiel. Oh, der Damage! Da verabschieden sich auch die nächsten zwei. Lucien von... ja. Das... Ah, die Löhner sagt, es wird kein Ace, oder? Wie gesagt, egal. Wie gesagt, egal. Klar, sie geht rein. Und dann kommt noch der nächste Inhibitor. Also das war ein ganz klarer Sieg für das blaue Team. Das war... Wieder mal ein Turn. Erster lag roto vorne am Anfang. Das war noch nicht so entschieden, hätte ich jetzt auch gesagt am Anfang. Also... Das rote Team hätte sich halt keine... Also wenig Fehler erlauben. Da kam am besten sogar noch das Render-Rot raus. Vielleicht vom anderen Team. Ja, wir haben jetzt... Wir haben den Nexus dauernd jetzt Render-Mann noch schnell noch. Fuck, wir haben verloren. Hab ich schon mal erlebt. Hab ich auch schon mal erlebt, ja. Ja, das Spiel war jetzt... So, jetzt können wir jetzt... Drehen wir das mal wieder. Das ist jetzt nicht mehr. Das Spiel wieder. Tolle LOL! Vielleicht müssen wir jetzt diesmal weniger lang analysieren. Damit die Analysten nichts mehr zum Analysieren haben. Aber... So, wir hatten eine 8-0-11. Orianna, die auf jeden Fall genial gespielt hat. Die Caitlyn 6-0-8. Die Channa 0-0-17. Weil die Caitlyn mit CS ziemlich weit zurück lag. Der Chang'a und der Top-Laner sind gestorben bei dem blauen Team. Der Rest ist... Würdest du sagen, die Carrie ist beschützt? Er hat gut gespielt. Naja, gut. Der Darius hatte ja am Anfang seinen Greedy-Engager. Das Blau-Team war am Anfang ziemlich oft Greedy. Und das rote Team hatte sich ja da schon gut eigentlich. Ja, du tastest dich dann einfach ab am Anfang. Und dann haben sie gedacht, Och, scheiß drauf. Ich geh da voll rein. Das war eine gute 5 oder 7 oder so. Das war relativ früh, ja. Und Darius war einfach rein. Das hätte das Spiel... Naja, das kosten kannst du das Spiel nicht. Aber es ist relativ böse. Oh, da kommt der. Jetzt kommen gleich die Analysten und denen nochmal über das Spiel. Ja. Oder kommen die Analysten? Ja, die Analysten kommen. Und wir sehen uns... Wir verabschieden uns bis zum nächsten Spiel. Und falls ihr über das nächste Spiel mitspielt, der wisst das jetzt schon, dann bleibt bitte vorher in der Lobby nicht, dass wir das Spiel nicht casten können, weil ihr schon wieder angefangen habt. Danke. Gute Info. Ja. Herr Schlöck, willkommen zu euch. Also... Ja, also... Das war jetzt das erste... Das war das jetzt... Interessantes Spiel zwischen... zwischen MBPS und 5ECD. Und... Ja, also ich muss sagen, das Spiel fing recht langsam an. Ähm... First Blood kam etwas später. Dann, ähm... wurden... Dann gab es immer wieder mal Kills, aber ich würde sagen, bis zur Mitte des Spiels war es recht langsam. Was? Ja, also was mir aufgefallen ist, das Rot, top, war erstmal sehr aggressiv. Da können wir, glaube ich, immer ein Replay sehen vom ersten Gank auf der Top-Lane. Da fand ich, dass ein bisschen overextended von Renekton wurde. Ja. Ja, trotzdem... Ja. Ich meine, Renekton... Du spielst Renekton, um deine Lane zu gewinnen. Sonst bringt das dir nichts, weil wenn du am Anfang nicht vorne liegst, dann wirst du nie vorne liegen mit Renekton. Das heißt, äh... Aggressiv spielen muss man. Mhm. Leider haben wir es aber nicht geschafft, das Spiel abzuwickeln, bevor er dann halt zurückfällt. Und, äh... Ja, und der Pure Damage von Darius macht dann halt das Spiel dann irgendwie auch schon richtig nervig. Ja, was mir... Ja, erzählen wir grad das Replay. Darius war erst an Renekton und sah eigentlich ziemlich gut aus, aber da kam halt Lee Sin und hat ihn halt den Neid und Renekton zündet seine Ulti. Ja. Dann versucht es noch, Gragas aufzuräumen, aber, ähm... selbst der Flash redet nicht mehr. Renekton und Tanki genug, um einen Tower zu tanken. Ja, unser Ulti. Was ich auch sehr schön fand, war jetzt, ähm, die Plays in der Mitte. Da ist mir jetzt Oriana aufgefallen, die hat ja wirklich jeden Teamfight gecarried. Also, da hab ich mir jetzt auch, ähm, ein paar Replays, wo wir euch zeigen, wo wirklich richtig gute Ultis von Oriana, ähm, waren. Zum Beispiel jetzt in der einzwanzigsten Minute, ist es mir aufgefallen. Ähm, sie hat halt ihre Ulti richtig gut geplaced und immer mal zwei oder sogar drei Spieler. Ja. Und sie scheut sich auch nicht, auch wenn nicht das ganze Team drin ist. Einfach direkt. Es ist Schaden. Das hilft uns. Ja, jetzt sehen wir es glaube ich gerade. Ja. Ist gerade eingeblendet. Lissin und Renekton, beide Tanks, sind gleich ausgeschaltet. Und da ist es eigentlich ziemlich einfach, sobald die Tanks weg sind vom roten Team, für Blau, äh, zu chasen. Bei Blau ist jetzt aber auch kein Tank dabei, sind jetzt nur die zwei Squishish und der Support. Und da überlegen sie es sich nochmal. Da öffnet es nicht. Okay. Ähm. Wir haben noch weitere gute Ultis gesehen von, äh, Oriana. So in der 28. Minute. Und, äh, eine Minute später, hat sie gleich wieder eine Ulti gemacht. Äh, können wir das jetzt auch noch kurz sehen? Und, ähm, wenn man sie einfach sieht, sie ist einfach nicht gestorben die ganze Zeit. Sie hat das, äh, war immer schon hinten, hat Schaden gemacht, wenn sie konnte. Also ich muss sagen, ja, äh, Oriana war da schon im Team. Und, ähm, ja, leider muss man dann sagen, also das Spiel hat sich dann irgendwie dann auch schon in der Pick-Face dann entschieden, weil, ähm, rote Team hatte keine wirkliche Team-Composition. Sie hatten zwar individuell Schaden zu hätten. Ja, obwohl sie im Early eigentlich ziemlich weit vorne lagen, mit dem Gold. Genau. Bis hin zur 10. Minute ungefähr. Die, ähm, die, die, die Stärke der jeweiligen Charakter, die über ihren, äh, äh, kam dann da halt raus. Aber dann im Teamfight flächendeckend wieder hier mit, ähm, mit Oriana. Du hattest, äh, Darius mit seinem Crew, der auch ziemlich viel Schaden macht. Dann mit seinem Passiv, den man auch nicht vergessen darf, wo man ja dann top gesehen hat, dass er dann doch schon am Ende 200 Schaden gut rausholen kann. Ja, aber robust Teamfight. Also der, ähm, Gragas hat sich ja immer versucht am Dragon. Da gab's einen Dragon-Stil. Auch, äh, den würd ich auch nochmal kurz angucken. Der war eigentlich ganz gut. Und daraus hat sich dann wirklich, äh, einen schönen Teamfight, äh, für Blau ergeben, den sie dann auch gewonnen haben. Ja, da sehen wir es drauf. Ja, das war, das war, das war gut. Ja, das war eins der ersten Momente, wo es sich dann wirklich herausgestellt hat, dass jetzt, äh, Blau weit vorne liegt, und Rot hat sich seitdem nicht mehr aufgeholt. Ja. Ähm, ja, nach dem, nach dem Blue ging es ja direkt weiter an die Tower. Zwei Tower haben sie, glaub ich, gemacht und den Inhibitor noch geschafft. Und ab da war es dann eigentlich entschieden, Rot hat noch safe gespielt. Ja, jetzt sehen wir die, äh, nächste Oriana-Ulti gleich, glaub ich. Ähm, hier Blau sehr stark am Siegen, Tank-Fail wieder von, äh, äh, vom roten Team. Ja, kommt der, äh, Team. Da kommt die Zweiecke. Ja, gerade, äh, Ari mit sehr starken AP-Schaden. Ja. Keine, keine Gefahr mehr. Oriana, äh, äh, nicht Oriana, äh, Leona ziemlich weit hinten. Kann nicht viel ausrichten, äh, da ist es verschenkt der Inhibitor. Und von da war es ja schon zu Ende. Eigentlich ein sehr spannendes Spiel, finde ich, im Gegensatz jetzt zum letzten. Ähm, es war bis zum Late eigentlich nicht so klar, wer jetzt vorne liegt. Es war wirklich sehr ausgeglichen vom Gold und so weiter, bis dann halt, äh, Blue mit einem raffinierten Dragonsteel dann einfach das Spiel für sich entschieden hat. Ja, 6% Bonusschaden. 6% Bonusschaden. Ähm, weißt du, welches Team wir als nächstes sehen? Nee, weiß ich nicht. Ich hab, die wurden noch nicht geupdatet, die hab ich noch nicht ins Gesicht bekommen. Um, äh, 16 Uhr, grad unten hier eingeblendet, kommt das nächste Team dran? Primetime gegen das Solo-Team. Okay. Also, Primetime gegen das Solo-Team wurde uns eben mitgeteilt. Mhm. Genau. Um 16 Uhr. Also, ähm, wenn ihr wieder reinschaltet, um 16 Uhr, dann sehen wir uns wieder. Okay. Das war's für heute. Ich liebe es, wir haben einen weiteren Schiff. Ja, wir haben den, den fünf Uhr. Ja, wir haben den, den fünf Uhr. Bist du da? Ja, ich liebe es. Ja, wir haben den, mitgegenwissen, wir haben den, mit morgens immer noch. Ja, wir haben da. Und wir haben da, dass wir, äh, das problemen, aber ganz einfach nicht damit. Weil wir haben das viele, die, sind ein paar Mü rare, um so weit über oder? Und da ist es das, aber, kann da sein. Weil das ist, wenn es sein denn, passt extremwissen ist, oder? Ja, gerade fast. Ja, wir haben das, trainier es nicht mehr, um ebenso sehr, ganz klar. Und das? Vielen Dank. 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 man von den Jungs Sinch spielen will, aber es haben alle gesagt, nö, machen wir nicht, wir bannen den. Du magst Sinch oder wie? Ich mag Sinch gerne. Es macht Spaß, einfach so rumzurennen, alle zu holen. Also, was ist denn dein Favorit? Einfach Champions. Ich will Poppy sehen. Du willst Poppy sehen? Ich will Poppy sehen. Ich hätte gerne einfach mal einen Gnar auf der Topline gesehen, aber das sieht man ja immer. Aber Gnar ist einfach so ein toller Champion. Ich will Poppy und Tristana. Tristana mit 90. Tristana hat wieder einen neuen Skin, oder was? Dragon Trainer, Tristana? Das Layout wechseln, ja super. Na, Twisted. Okay, der erste Twisted Fate-Bahn, Munzo-Racker-Bahn, das geht jetzt schnell. Obwohl Twisted Fate ja ein bisschen genervt worden ist. Sein Coup macht jetzt weniger Damage. Ja, beim Late Game tut er immer noch genug weh. Dann Mundo. Ja, sein Wave-Clear ist halt, also... Mundo war klar. Wir hatten da so einen Textblock, den ihr uns wollt, ihr uns damit irgendwas zeigen, oder was? Das ist zu klein. Also, wenn wir davon was lesen sollen, ist das zu klein. Wir sehen, das ist nicht auf dem Stream. Okay. Das ist nicht auf dem Stream, haben wir gesagt, wir kommen. Und jetzt geht's weiter und wir haben immer noch der letzte Bahn, nach noch zwei Sekunden Zeit, vielleicht wird's... Ein Jacks-Bahn. Ein Jacks-Bahn? Okay. War jetzt, also Mundo und Jacks sind jetzt ein Sodaka, auch nicht wirklich was... Twisted Fate. Vielleicht, wenn die Twisted Fate-Bahn, vielleicht wollen sie dann verhindern, dass sie so viel Global Zeug haben. Oder sie haben gesehen, die anderen haben Twisted Fate gespielt. Und der ist ja so dick raus. Weil Twisted Fate eigentlich auch sehr stark ist. Also ich hab gelesen, dass er in der God-Tier ist momentan. Auf jeden Fall in der Heil-Elo. Trotz des... Trotz des Nerves jetzt im Patch 2-4. Aber relativ spät, also Jasu eigentlich, durch die ganzen Grid-Items, ist ja relativ stark geworden. Dafür haben wir ihn weder gesehen, noch wurde er gebannt. Es ist aber auch so ein Champion, der in der... Also bis Platin wirklich schwach ist, weil einfach die meisten Leute bis Platin hier nicht spielen können. Meistens feedet ein Jasu so in der Gold. Bis Gold ist es meistens ein Feeder. Ja, Vayne früher pick für den ADC. Außer man schickt ihn vielleicht Toplane oder so. Vielleicht wollten sie nicht, dass Vayne weggepickt wird. Ist momentan auch God-Tier-AD-Carry. Also Season 4 war der Master. Da, der Sinscht. Season 4 war der Master, Mensch. Boah, Sinscht da, da will er durchs Trollen, dann denkt er, ja, komm, ich bin jetzt geliefert. Und dann... Es wird doch kein Sinscht. Sekunde später mache ich den weg. Ja, es wird kein Sinscht. Aber es wäre toll, es würde mich freuen. Ja, Sinscht, Urgott. Ja, Sinscht, Urgott. Tarek. Es wird eine Lulu. Bleibt es sein Urgott? Also, ich hätte mir was ich auch wünschen. Fettelsticks habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Fettelsticks ist aber auch so ein schwieriger Champion, den du nicht in jeder Team-Konstellation spielen kannst. Oder wir würden... Der ist auch zu Counter. Ich kenne dir Team Brawn Zodiac mit Amumu, Nasus. Ist das so ein Troll-Ding? Ja. Urgott, so knar gewechselt. Ja, knar. Also, knar ist so ein Champion, der passt einfach in jedes Team hinein. Du kannst ihn immer in die Top-Lane stecken. Es ist einfach einer der vielseitigsten, besten Champions, die du in LoL überhaupt spielen kannst. Kann man ganz... Wir haben Timo. Komm, bitte mit Timo. Bitte mit Timo. Das ist ja übrigens der Bronze-Spieler. Der Raver333 hat eine Bronze-Evo. Also, Bronze-Zodia ist Blitzcrank, Amumu, Malfight... Was ist das denn? Das ist ja mit Yu-Gi-Oh-Karten. Und Nasus. In dem Fall habe ich gerade nachgeguckt. Also, Raver333 mit Timo. Raver333 ist der Bronze-Spieler. Ja, hat Bronze-Eins momentan, glaube ich. Aber es macht Nix, der ist bestimmt trotzdem gut. Ja, vielleicht ist es auch gar kein echter Bronze-Spieler. Wir wissen es ja nicht. Peng, peng, Pingu. Und der Mobi, der hier im Klient ist, ist leider nicht der Mobi von Surrender20, weil der schadet sich mit zwei O. Und das ist, glaube ich, Engländer, oder? Ja. Ja, wir sind ja nicht nur Deutschland begrenzt. Hier hätten sich ja auch theoretischerweise Internationals einloggen können, solange sie UE-West haben. Theoretisch. Boah, und der andere, der kann sich nicht entscheiden. Der geht einfach mal alle Champs durch, die er sieht. Einmal den Random-Button vergewaltigen. Swain mit seinem Never-Move. Jungle Swain wäre sehr interessant, würde ich gerne sehen. Ist sehr schwer, wegen dem Mana. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich habe alles was ausprobiert, das Kevin kann es bezeugen. Jungle Swain habe ich noch nicht getestet. Ich habe mal Attack-Speed-Braum ausprobiert. Sobald er über die Early-Phase rauskommt, funktioniert es. Das war toll, da haben wir zusammengespielt. Aber es geht. Also wenn ihr mal richtig viel Zeit habt in einem Game und die Gegner richtig euch komplett in Ruhe lassen, dann könnt ihr den Jungle-Braum richtig auspacken. Das wohnt dann auch ziemlich ruhig. Zack, Chogart und Xingqiao, das wird ein Knock-Up-Team bisher. Schau mal, die anderen, die haben relativ viel. Die haben Zack und Lulu, da kannst du einen Riesenseck machen. Mit dem Elixier noch dazu, Giganto-Sack. Der hatte auch mal so einen Bug, meine ich, dass er noch größer war. Der ist dann größer als ein Tower, wenn du das richtig machst. Thresh und Morgana? Okay, das ist ein... Thresh, äh, Morgana in der Mitte. Ja, ja. Das ist aber ein sehr krasses Team. Und dann? Wäre das eine Lulu Support oder eine Mitte? Das ist jetzt die Frage. Lassen Sie uns zappeln. Es ist die Mit-Lulu. Da tue ich jetzt einfach callen, das ist mir egal. Ich kann das. Nein. Wird es den Sinn machen, eine Mit-Lulu bei dem Team? Theoretisch ja, aber das ist mit Zack und Gnar. Blitzcrank. Würde es gehen, also problemlos. Blitzcrank, Brown. Blitzcrank, gegen das Team? Nein. Leona. Sonst wäre er einfach verschenkt. Der alte Metzger, die Leona. Aber die haben wir schon öfters gewechselt, kurz vor Feierabend. Ja. Aber die ist drin? Ja, die ist drin. Aber jetzt schauen wir mal, wie geswitcht wird, was der Masterspieler sozusagen am Ende spielt. Wer ist das? Der MyD ist extra small. MyD ist extra small, ja. Höchstes Ranking bisher an unserem Turnier. Spielt mit Delulu. Ich finde auch den Namen PengPengPing-Geruch hier nicht cool. Ja. Battle December gilt auch. Ja, unsere von der Team-Komp, welche hat zumindest von der Komp her besser. Der Komp. Also mir gefällt das blaue Team sehr gut. Sie haben sehr viele Möglichkeiten. Aber das ist, also eigentlich kann ich jetzt so gar nicht so, ich weiß nicht, was denkt ihr? Ich kann jetzt gar nicht so was vorhersagen. Das Purple Team hat auch wirklich eine gute Kombo. Also sie haben sehr starken Engage einfach. Und Lulu-Ulti noch dazu mit Zack, der reinhüpfen kann. Gnar, der reinküpfen kann. Der mit seinem Ulti Leute durch die Gegend schicken kann. Leona mit ihrem Ulti, die rein springen kann. Und dann noch die Lulu-Ulti hinterher. Jinx kann dahinter stehen, ihre Feilen vor sich legen und einfach reinprügeln. Das ist auch gar nicht so eine schlechte Kombo. Aber der Control, den das blaue Team hat, ist auch wirklich, also wenn sie einen erwischen, dann ist der definitiv. Naja, Morganas dann, Trashhook, das ist einfach. Das hier auch haben wir jetzt drei Tanki-Leute in dem rechten Team. Und im linken Team haben wir aber die Vayne. Die Vayne kann ja da mit ihrem True Damage schon ein bisschen was regeln. Dazu muss die Vayne erstmal so weit kommen. Die Vayne muss halt fett werden. Ja, sie ist halt extrem late-game. Ja, aber Jinx halt auch. Und das gleicht dann einigermaßen aus. Klar, Jinx ist, würde ich sagen, ein bisschen stärker. Vayne muss wirklich gut spielen gegen Gnar und Lulu und gegen Zerg. Sie darf sich da wirklich nicht falsch positionieren. So, das Spiel geht bei den Jungs schon los. Wir müssen noch zweieinhalb Minuten warten. Über was reden wir diesmal? Über diesmal reden wir über... Deinen Lieblings-Nicht-Meta-Jungler. Mein Lieblings-Nicht-Meta-Jungler? Boah, da sagst du Sachen. Oder was würdest du gerne mal ausbilden im Jungle? Was? Ich habe schon alles mit mir ausprobiert. Bad Jungle geht nicht. Ich habe Garen-Jungle ausprobiert. Garen-Jungle ist langweilig. Das macht keinen Spaß. Aber es gibt... Ja, wir können auch über die neue Änderung auf dem PBE... Auf dem PBE gibt es eine Änderung für das neue Jungle-Item. Das AP-Jungle-Item. Das neue ist jetzt so, dass es... Was macht es? Das macht jetzt... Ich kann es dir auch direkt zeigen. Un-Hit. Ne, macht kein Un-Hit. Also ich habe gesehen, dass jetzt das... Ja, das ist so wie Ludens Echo. Das heißt, wenn du dich bewegst, lädst du auf und dann kannst du das auf die Monster oder so ablassen. Den Damage. Dadurch kannst du jetzt mehr Jungeln. Dann kannst du jetzt den Kartus-Jungle und den... Kannst du viel mehr AP-Jungle da auspacken, weil du jetzt einfach mehr Damage dafür kriegst. Das war in Page 2, 3? Ne, das ist auf dem PBE, also auf dem Test-Server. Achso, das ist noch... Es ist noch kein Final-Change, aber der wird wahrscheinlich kommen. Ah, okay, deswegen habe ich davon auch noch gar nichts gehört. Aber jetzt beim letzten Patch haben sie jetzt halt den Devourer verbessert, aber das habe ich ja schon im letzten Spiel gesagt. Also man kriegt jetzt beim Assistant vom Herald, kriegt man 5 Stacks drauf beim Devourer. Damit geht es deutlich schneller, dann die Stacks aufzubauen. Dann hoffen wir mal, dass die Jungs es hier diesmal rachen, wenn ihr den Herald macht. Dann droppt er ein Item. Ja, ich denke... Und dann pickt es bitte auf, weil das haben wir ja vorhin gesehen bei dem Team von 5 Engel für Chief Duncan. Die haben den schön gemacht und dann haben sie das liegen lassen. Ja, schade. Hätten sie die Patch-Shows lesen sollen. Ja, ja. Ja, ansonsten Quinn Jungle. Sehen wir das vielleicht noch? Quinn Jungle. Also sie wurde jetzt genervt. Sie wurde ordentlich genervt, meine ich jetzt. Ich kann mal ganz kurz gucken, was wir hier zum Quinn... Es geht in 30 Sekunden los. Was meint ihr zu den Skins, die die Leute einsetzen werden? Auf jeden Fall Brojack Leona wieder. Ich würde sagen, Vayne. Jeder Vayne-Spieler hat einen Skin. Also wenn man ein Turnier Vayne spielt, hat man auch einen Skin für Vayne. Der Säck, ich würde mir den Pool-Party-Säck wünschen. Quinn. Quinn hat auf ihren Coup einen Nerf bekommen und ihr Base-Attack-Damage wurde ebenfalls genervt. Ups, jetzt bin ich wieder weg. So, 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1, Game. Base-Damage vom Coup wurde bei Quinn genervt, Ratio wurde genervt und Mana-Kosten wurden erhöht. Also ordentlicher Nerf sogar. Jetzt wird das Layout gewechselt und da haben wir das Layout gleich und jetzt werden gleich sehen wir den Start-Wildschirm. Und dann sehen wir, was für Skins eingesetzt werden. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass ein Lulu-Skin der Winter-Wonderland-Lulu-Skin oder wie der heißt. Oder vielleicht auch der Dragon-Lulu-Skin, der ist auch süß. Der Blubber, dieser Wasserskin. Der Säck, Pool-Party-Säck meinst du. Der geht mir so auf den Keks, immer dieses Blubber-Blubber-Blubber-Blubber. Okay, den hast du nicht. Aber wir haben den Snow-Day-Gnar, der ist ganz neu. Der neue Gnar? Ja. Ist der so neu? Ja, der ist das. Ah, Dragon-Drager-Lulu, wie ich es mir gewünscht habe. Die Vayne hat natürlich die Skin, da hast du recht. Der hat auch 5er Mastery. Also er hat einen Champion-Mastery. Aber das sehen wir bei den unteren Teams ja auch. Dreimal die Champion-Mastery. Auf Level 5. Ah, der Commander-Table ist noch nicht connected. Bei mir, hier. Ja. Dauert vielleicht noch kurz. Schauen wir nochmal durch, was sie für Runen haben, wenn ihr das sehen wollt. Sehr, also... Commander-Table, 12 Magic Resistance. Hat ordentlich Magic Resistance reingetan gegen das Gegner-Team. Ah, die Lulu in der Mitte hat Health per Level. Die hat gar keine Arme dabei. Ist meistens in der Mitte auch gar nicht notwendig, zum Beispiel gegen Morgana. Aber du kannst halt doch ordentlich... Also bei manchen Champions brauchst du es einfach, weil du auch ordentlich Minion-Damage bekommst. Allerdings, Lulu hat ihr Schild. Also sie kann beim Harassen immer ihr Schild benutzen. Also, Lulu nimmt überhaupt keine Ability-Power mit und Morgana hat halt 25 Ability-Power. Bam. Ja, Morgana hat aber auch deutlich mehr Probleme, Lulu zu harassen auf der Lane. Mit der Pfütze? Ja, Lulu macht einfach ihr Schild und läuft raus. Außerdem bringt es halt Morgana, was für AP mitzunehmen, weil ihr ihr Spell-Demper und Stammung-mäßig habt mit ihrer Passiven. Und da ist es überhaupt kein Problem, wenn ihr einfach sagt, ja komm, schleiß mal auf den AP mitzunehmen, dann haue ich mir das Leben wieder hoch. Es geht los. Und da sind sie. So. Und jetzt spawnen die... Mal die Start-Items beobachten. In drei Sekunden. Nee. Zwei. Eins. Da sind sie. Hä? Okay, dann schauen wir uns einfach das Minozo-Haus da ein bisschen besser an. Mit dem... Oh, meine Pause. Ich glaube, da hat der eine Spieler, der noch nicht connected war. Ja, wahrscheinlich. Kann sehr gut sein. Ich kann jetzt leider nicht nachfragen, aber Peng Peng Pingu hat das Spiel pausiert. Er startet den PC. Ja, gut, dann kann man wieder irgendwie die Pause überbrücken, bis es wieder losgeht. Ja, das ist kein Problem. Jetzt gucken wir uns einfach mal auf den Rift um. Ach, geht nicht. Wir können nicht mal bewegen. Schauen wir mal die Items, die gekauft wurden. Dorans Blade. Gut. Dorans Blade. Sie haben ja noch nicht so viel darüber reden. Können Sie uns ja mal angucken, ob irgendwelche Champions davon verändert worden sind im letzten Patch noch? Ja, der Masterspieler weiß anscheinend nicht, dass die Zuschauer den Chat nicht sehen. Die Jinx wurde leicht gebufft. Ja, der Fishbone, die Cast Time, wurde etwas niedriger gemacht. Die kommt jetzt schneller von den... Die kommt jetzt schneller, die Jinx. Ja, die Waffe wechselt schneller. Die Jinx kommt jetzt auch schneller. Das ist vielleicht, ja. Wer weiß. Außerdem, ein Bug wurde gefixt und Hurricane Bowls are now Mini-Rockets while using Fishbones. Das ist ja wahrscheinlich kaum spürbar. Ja, da werden Nettigkeiten im Chat ausgetauscht. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ja, nicht viele, außer in der Pause. Wir haben eine neu startet. Wir haben eigentlich einen... Ne, doch nicht. Hey, können wir uns nochmal die Roten einfach anschauen? Ja, okay. Ist doch egal, wenn wir jetzt eh gerade Pause haben. Dann schauen wir doch einfach mal und sagen... Wir haben auch noch gar keine Asie gesehen, oder? Asie nicht, nein. Er ist auch so stark, nur unter andachtlich. Wir haben hier gerade das andere Halbfinalspiel, wenn ihr darüber reden wollt. Wir können über das andere Halbfinalspiel reden. Wir können über das andere Halbfinalspiel reden. Wir haben es hier gerade gekriegt. Uns wurde es zugeschaltet, aus der Regie. Allerdings könnt ihr jetzt leider das Spiel nicht sehen. Momentan steht es noch 0-0. Ja. Wir haben im einen Team, nein, Wukong, Malfight. Welche Teams sind das, Lukas? Es ist Team MPB gegen... Das sehen wir da jetzt nicht. Gegen Geld. Gegen Geld. Achso, hast du noch ein bisschen Kleingeld gegen MPB. Oh, unser Spiegel weiter. Unser Spiegel weiter. Okay, dann doch nicht. Los geht's jetzt. Da haben wir hier auf der Konferenzschaltung. Und da wird schon fleißig gekauft. Und boah, jetzt ging es aber schnell. Aber der Zack hat noch nichts. Jetzt haben alle Items. Jetzt gehen alle los. Jetzt fährt die... Standard Start. Und ab geht's. Was meint ihr? Die Diamonds carryen das Ding oder der Master hebt zwischen Bruch? Das sehen wir dann mal. Also ich bin mal echt gespannt, wann der Durchschnitt wird wahrscheinlich eher gleich sein. Aber naja, drei Diamonds sind halt drei Spieler, die auf einem guten Niveau spielen und ein Master. Es ist halt wirklich die Frage, ob der eine Master so den Unterschied ausmachen wird. Ich habe mal gegen einen Challenger-Spieler gespielt, gegen White Knight. Der war damals für Challenger Platz zwei oder eins. Und der hatte dann die Invades-Versuche. Die Invades-Versuche. Die Invades-Versuche oben von Rot, unten die Trap von Blau. Es wird gewartet, ja. Aber Team Blau hat eine Wort. Team Blau hat eine Wort. Jetzt haben sie es entdeckt. Jetzt haben sie es. Bescheid. Ja. Aber die laufen, die wissen Bescheid, dass die kommen. Die waren sie sich bereit. Die wollten die abfangen bei den kleinen Golems. Es könnte böse ausgehen. Es könnte böse ausgehen. Leona läuft vorne. Und jetzt... Werden sie eine Wort reinstellen? Nein, sie facen einfach. Ohne Wort. Der kommt schon der erste Teamfight. Die ersten Flashes werden bereits geburnt. Ähm... Immer noch nicht. Leona... Aber das Blau-Team hat wesentlich mehr Damage bekommen. Und jetzt ist Zack immer noch drin. Sehr schlecht aus für Morgana. Morgana stirbt als First Blood an die Jinx auch noch. Und da kommt Fresh. Nein, Fresh überlebt noch. Aber... Für die Jinx. Wow. First Blood und Double Kill auf die Jinx. Ja, der Zack hat seinen Passiv-Deck. Ist egal. Jetzt kommen... Jetzt gehen die Jinx weiter. Und die Jinx verfolgt die Vayne. Von oben kommt noch die Lulu. Das könnten sie natürlich auch. Vayne keinen Flash mehr. Das war gemein. Aber... Können sie da noch... Die Wörter werden es schaffen? Ganz knapp, ja. Aber sie lassen es. Sie lassen es einfach. Sie haben keinen Flash mehr. Fast alle Flash sind raus. Zwei Kills reichen uns. Ja, Leona hat noch Flash gehabt. Aber sie war nicht nah genug dran. Also sie war ja unten. So rum. Und dadurch hat jetzt... Das war einfach so stark für die Jinx jetzt auf der Bot. Das ist halt schon wieder 1k Gold Vorteil mit zwei Kills. Minute 2 und 1000 Gold vorne. Das ist halt... Jinx hat sich Boots gekauft, um schneller auf der Lane zu sein. Also nicht mal ein Dorans Blade oder so da rausgeholt. Äh... Vielleicht... Nicht mal ein Longsword rausgeholt, aber... Aber dafür hat sie ein Pinkbot. Das heißt, das bringt ihr ein bisschen Vision Vorteil irgendwann. Demnächst, wenn sie den aufstellen. Ja. Auf jeden Fall sind die Boots auch gut geeignet, um den Trashhooks auszuweichen. Das stimmt auch allerdings, ja. Weil die werden dann natürlich fatal. Ein Trashhook, ein E von der Vayne an die Wand und es tut dann halt weh. Du musst aber überlegen, dass man die Position von Jinx bestimmt oder so, ob Vayne sie an die Wand nageln kann. Normalerweise solltest du ja gar nicht die Möglichkeit geben. Da sehen wir den Masterspieler, wie er an der Morgana rumknuspert. Sein Play ist einfach... Ziemlich gut. Ziemlich gut. Also wenn er ein Meetingwetter vorgegangen wäre, wäre der Tower auf ihn drauf. Also was ich sagen wollte, ist noch... Der Thresh kann ja hooken die Jinx, allerdings muss er überlegen, dass die Vayne einfach in Early extrem schwach ist. Sie kann einfach nicht wirklich traden. Deswegen nutzt dir der Threshhook im Early-Game einfach gar nichts. Die Mitte harasst die andere Mitte total. Ja, die Beludo, die Morgana. Schöne ein Gate von Leona und das tut natürlich weh. Der kassiert die Jinx von der Runde. Der kassiert die Vayne. Das war das Ende für die Vayne. Einfach die Jinx holt sich jetzt immer weiter den Vorteil raus. Jinx ist halt auch so ein Champion, der Snowball relativ schnell. Auch sehr stark. Und zwei Kills in Early, jetzt hat sie drei Kills, das ist relativ krass. Da kann die Vayne quasi von ihrem Tower nicht mehr weg. Gerade mit einer Leona, wenn die Leona... die Vayne kriegt, dann ist halt einfach vorbei. Und die Vayne ist auch noch ein sehr starker, also ein kompletter Late-Game-Champion. Das heißt, sie liegt jetzt nicht nur weit zurück, sie wird auch noch ewig brauchen, um wieder zurückzukommen. In der Mitte schwindet mittlerweile ein Teamfight statt. Und da ist der Master-Spieler gerade downgegangen. Ja, aber auch die Morgana. Beide, aber der... Die Master-Spieler ist ja gar nicht. Die anderen, die wir es hier vorher gesehen haben, da sind die gar nicht gestorben, die Mitte, die Golliana. Ja, aber hier ist auch einfach viel mehr... Hier wird einfach viel mehr ausgenutzt. Die Mobilität... Die Vision und die Mobility wird hier einfach viel mehr ausgenutzt in diesem Spiel. Das ist wirklich gut. Ja, man sieht einfach viel mehr. Es wird schneller geschaltet, sagen wir so. Ja, der Midlaner kümmert sich nicht nur... Äh, der Toplaner bleibt nicht nur aus seiner Lane, sondern roamed halt auch mal, wenn er sieht, okay, da geht was. Mal runter. Es sind schon fast 3000 Gold Vorteile für das Rote Team. Jetzt fällt hier, der sagt schon mal, wer war nochmal der Turnier-Favorit? Wie nochmal wer? Es gibt keinen Turnier-Favorit, wie wir wissen, weil wir eure Tipps nicht kennen. Aber wir finden das Solo-Team lustig, weil es einfach Solo-Spieler sind, die sich zusammengerauft haben und gesagt haben, komm, wir bauen ein Team daraus. Beziehungsweise wir haben sie zusammengerauft, sie haben sich als Solo-Spieler registriert. Okay, das heißt wir sind schuld. Wegen schuld, wenn sie gewinnen. Okay, kann ich mitlegen. Weil eigentlich ihre Leistung ist schuld, aber sie wussten nicht, mit wem sie vorher spielen, selbst einen Tag vorher erfahren. Das ist doch nicht schlecht. Aber der Gold Vorteil mittlerweile von fast 3000 Gold beim Rote Team ist so nach 5 Minuten schon extrem früh aufgebaut. Was ich ja gerne für einen Spielmodi sehen wollte, wäre ja, du pickst das Gegner-Team. Und dann müssen die damit spielen. Das heißt, du machst den Lobby auf, zählst, pickst und danach gehst du raus und dann müssen die das picken. Meistens wurde es dann irgendwann mal lame, da hast du so Sachen wie Tadik oder so andauernd gesehen. Da bin ich auch sehr neidisch auf die Dota zwei Menschen, weil ich einfach sage, die haben... Oh, engage, also top lane. Und Feierabend. Ja, die haben Spielmodus, da können, die haben, wie heißt, Spellpick, das heißt, die können auswählen, was für Fähigkeiten sie sozusagen picken. Das wäre aber krass. Das würde ich mir bei LoL manchmal wünschen. Naja. So ein Mod. Ich glaube, die Fähigkeiten von LoL lassen das gar nicht zu. Der Klient ist einfach zu veraltet. Adobe eher noch. Ich denke, das wäre dann einfach teilweise zu overpowered mit den Tadik. Es wurde gesagt, dass die aktiv an den neuen Klienten arbeiten und dass der vor der Preseason, also bevor es Preseason Ende noch kommen soll. Ich bin immer mal gespannt. Der Replay wurde es versaut. Gnar hat mittlerweile fast doppelt so viele Minions wie der Cho'Guard, also die top lane vom Groen Ring ist ebenfalls. Jinx hat auch fast doppelt so viel wie Wayne. Ja gut, aber das war ja zu erwarten, dass die Jinx einen großen Vorteil hat. Und da kommt bereits das BF-Sword auf der Jinx, dann wird es richtig wehtun. Auch der top lane, klar, auch schon ein Vorteil. LoL hat auch doppelt so viele Minions. So, jetzt ist es wieder sortiert. Glaubt ihr, dass die dann auch wieder den Vorteil, den wir am Anfang haben, wieder hergeben werden? Haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ich denke, dieses Mal wird es nicht so laufen. Also ich vermute jetzt einfach mal nur, weil die Teams spielen da jetzt schon. Und die haben schon einfach ein bisschen mehr gezeigt. Naja, der Seck geht wieder festchecken. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war von Jinxiao da den Seck zu knuspern. Aber in LoL ist nicht schnell wieder da. Aber Seck geht da auch noch mal hinter. Und wurde dann noch von dem Binding getroffen. Das Binding hat auch die höchste Kontrolle im ganzen Spiel. Wenn du es auf Stufe 5 killst, kommst du auf 3 Sekunden. Es gibt sonst keine Kontrolle mehr, die 3 Sekunden hat früher getaunt. Es gab den Fiddlestick. Der Fiddlestick 4 war relativ lang. 3 Sekunden war auch. Und dann wurde genervt. Und der Ramos Taunt war auch 3 Sekunden früher. Mittlerweile sind sie beide bei 2,5. Weißt du noch, wie Jacks Dodge hat dafür? Ja. Da gab es noch Dodge-Ruhen. Ja, das war ja noch ganz am Anfang. Na ja, Jinx gehuckt, aber... Ja, aber wie gesagt, Wayne kann einfach nichts machen da. Selbst wenn Jinx gehuckt wird. Ja, die werden überall ausgefahren eigentlich. Da wird die Kabe geklaut. Erster Sieg für Team Blau in diesem Spiel. Kabe, ein guter Gold. Und wir haben in der 8. Minute bereits 4.000 Gold vorne oder 3.000. 3.000, immer noch 3.000 seit Minute 5. Das ist der Wahnsinn. Der Kill-Unterschied ist aber auch schon ordentlich. Was meint ihr, welches Team ist in diesem Fall besser im Late Game? Der Ausgangssituation? Ne, jetzt allgemein. Allgemein von den Lanes abhängig. Also die AD Carrys, da hätten die Lanes bessere Late Game. Aber die Jinx ist ja fett jetzt gerade. Trash. Ja, na. Also ich persönlich würde jetzt auch... Besser als Modana würde ich sagen. Und 6 geht es besser als... Ne, jetzt sind Saug. Fällt eigentlich auch ganz gut. Ich hätte auch gesagt, das Blau-Team hat ein sehr starkes Late Game. Mal sehen, ob sie überhaupt eine Chance bekommen. Interessant ist, dass der Bronze-Spieler in der Mitte ist. Also ich bezweifle ernsthaft, dass er Bronze-Spieler ist. Naja, er hat sich wahrscheinlich mit einem Bronze-Account reingesetzt. Sag das so, auf jeden Fall. Also man hat schon deutlich Schlimmeres gesehen. Oh, er macht wirklich keine schlechten Bindings. Aber Gnar kann halt pushen ohne Ende und kann machen, was er will quasi. Gnar ist oder so ein sehr vielseitiger Champion, der für alles eingenommen wird. Ja, doch, um Sustain einfach. Unten auf der Watch-Land wird er... Na, oh... Wobei Cho'Gard schon zweimal gestorben ist. Nur halb so viele CS hat. Ja. Ja. Da poppt die Passiv. Also ich würde schützen. Dann aber... Jinx ist einfach zu fett mit jedem BF-Sort. Da kommt noch die Lulu. Die Lulu hat sehr schnell und gut geschaltet. Sie hat gleich gesehen, dass Xingqiao wahrscheinlich in die Richtung laufen wird. Jetzt haben Morgana geht auch nach unten mit. Jetzt der Lulu, das sehen wir jetzt gerade noch nicht, weil ihr gerade auf die Top denkt. So, ja, jetzt geht sie da da runter. Und da geht die Lulu-Ulti raus. Hook von Trash. Aber da kann er nicht viel dagegen machen, außer Morgana zu retten. Dann der Truge, da kommt das Ulti. Und die Laterne wurde nicht... Morgana ist nochmal zurückgegangen. Warum denn das? Die Laterne wurde nicht genommen. Der hätte sich Morgana einfach, nachdem sie safe war, komplett wieder raushalten sollen. Dass sie nochmal umgedreht hat, war einfach ein Freekill. Das war klar. Ja, der Legos, der nicht viel bringt. Geschenkt. Ja, die Vayne hat sie leider zu spät geschaltet. Sie hat sie an die Wand schmeißen können. Sie hat sie an die Wand schmeißen können. In Tower Range. Jinx, total clean. Oh, das war doof. Leider hat Vayne nicht den Kill bekommen. Aber es war auch sehr knapp. Das Potenzial von Trash ist auch einer der stärksten Supporter. Ich wurde gerade gecallt, dass TSM der Turnier-Favorit ist. Hat demnach kriegt das Yellowstar, der ehemalige Supporter von Fnatic, jetzt bei TSM als Supporter. Ich bin da gerade momentan nicht mehr drin. Ich habe jetzt Doublelift von CLG Gold, Yellowstar von Fnatic. Haben sie das so schlecht abgeschnitten bei den Worlds? Ja, also mittlerweile siehst du so nur noch koreanische Teams oder generell asiatische Teams in den Top. Nein, das kannst du so nicht sagen. Die letzten zwei Finalspiele waren beides koreanische, beziehungsweise asiatische Teams, oder nicht? Ja. Das Geld liegt halt auch inzwischen. Aber das krasse ist, dass die EU, wir gehen fast alle Spieler jetzt von der EU weg und gehen nach NA, weil es einfach viel mehr Geld ist. Und da kannst du einfach viel mehr machen. Der Gnar, der kommt noch am Gank. Aber Gnar ist noch tief drin. Aber das war ziemlich knapp. Alles gut. War da ein Gnar auf dem Sekt gerade, oder hat das nur so ausgesehen? Ich habe keine Gnar gesehen. Trogat hat tatsächlich seine Gnar benutzt. Auf dem Sekt, ja. Hätte das auf den Gnar benutzt gehabt, wäre der Gnar gestoppen. Vielleicht ist er versehentlich drüber gekommen. Aber mittlerweile der Gold-Vorteil ist schon auf 5000 angestiegen beim roten Team. Das ist wie ein zusätzlicher Champion. Das ist auch nicht schlecht. Das sind sechs gegen drei. Ein Teleport nach unten von Gnar. Wunderschöne Ulti. Ja, das ist das Potenzial. Die Fallen hätten es eh so noch abgesichert. Da kommt der Thresh einfach nicht mehr weg. Gnar müsste jetzt seine Ulti hochkriegen oder seine Mega-Gnar-Formel. Und dann könnten sie die... Die Tower kriegen sie auch so. Wain kann nicht viel machen. Sie ist viel zu schwach. Sie ist viel zu weit hinten. Sie macht die Ulti an und Fokus Leona. Das bringt nicht viel. Hätte das eh getroffen. Das Ulti wahrscheinlich, damit sie mit dem Tampel sich in Sicherheit bringen kann, weil sie unsichtbar wird. Morgana runtergekommen. Da hat jetzt Lulu einfach in der Mitte weiterhin freie Farm. Tower weg. Oder? Na, Tower noch da. Weiß auch nicht, warum Morgana jetzt runtergekommen ist und dass der Tower weg ist. War klar. Jetzt wird sie auch noch gechased. Ja, da ist der Tower fast down. Das liegt einfach daran, dass Morgana nicht mehr da war. Ja, das wird ein Dalt zwischen zwei Tower. Das wird auch der Mid-Tower, was die Tür öffnet und für das Voto-Team extrem stark ist, da sie so ein Rutsches-Series-Potenzial haben. Und da wird einfach einer nach dem anderen gemütlich. Das Jinx-Rulti holt sich noch die Morgana an. Oder auch die Triona. Chogard ist offensiv reingegangen. Er hat versucht zu flankieren. Allerdings wird sein Team einfach auseinandergenommen. Das hätte er vielleicht sehen können. Also das rote Team dominiert momentan extrem stark. Sie haben Besseris-Engage und Besseris-Siege. Es sieht auch wirklich so aus. Jinx so fett mittlerweile. 5-1. Besser CS. Das ist eine Führung, die sie vermutlich nicht mehr hergeben werden. Die Spiele, die wir da vorgesehen haben. Muss man sie noch am Inhibitor Tower in der Mitte? Oh, wurde schon aufgegeben. Leider. Nee, noch ist keine 20 Minuten. Die können doch nicht aufgegeben. Ja, aber jetzt holen sie sich vielleicht die Jinx. Nein, sie werden einfach weiter diskutiert. Die Lulu, sie holen die Lulu. Und sie gehen nicht auf die Lulu. Komm, fresh'n'hook. Die Jinx wäre eigentlich viel einfacher gewesen. Sie konnte nicht mehr zurücklaufen. Sie musste seitlich gehen. Aber leider haben sie die Wahl ignoriert. Ich glaube, die Spieler wissen einfach, wann es vorbei ist. Und dann hauen sie ab. Das ist auch einer der Unterschiede zwischen der höheren Elo und Silber. Sie haben halt den Fokus dann auf die Lulu umgelenkt. was ich nicht verstanden habe. Oh, oh, die Jinx. Oh, nee. Nee, trap, die trap. Ja, sie hatten nicht mehr ausreichend Zwischen darauf. Und es war auch klar, dass das Team sich noch in der Nähe befindet. Aber er hat es von mir zu treffen mit seiner Ulter-Jogart. Das hat nicht gereicht. Die Lulu-Ulti-Count hat auch einfach dann sowas. Riesige Jinx. Boah, die Jinx waren mal groß. Mal sehen, ob sie das Item mitnehmen. Also ich sage mal, sie nehmen das halt denn mit. Diesmal wird es wohl klar. Jetzt kommt direkt bei der Lulu jetzt raus. Jetzt haben wir schon fast doppelt so viel Gold. Da ist es. Wer hebt es auf? Die Lulu hebt es auf. Okay, der Masterspieler. Wir haben jetzt fast doppelt so viel Gold mittlerweile im roten Team. Also ich glaube nicht, dass sie das noch ins Late Game kommen lassen wollen. Jetzt könnte man natürlich sagen, haben sie sich als Ziel genommen, vor 20 die Gegner kaputt zu machen. Ja, das Team heißt ja Primetime 20-30, oder nicht? Also eigentlich müssen sie ja in die Minute 20 kommen. Ja, wahrscheinlich 20-30, weil 20-30 unser Finalspiel stattfinden soll. Wenn 20-30 erreicht ist an der Zeit vom Spiel, dann geben sie auf, wenn sie es so viel sagen, nicht geschafft haben. Ist das dann die Primetime? Wir geben jetzt auf. Für die anderen? Na, Dragon wird auch noch angegangen. Ja, das Blaue Team kann den Drachen überhaupt nicht contesten. Das hat gleich super, den Dragon gibt noch hier die Morgana gesnackt. Ja, ja, ja. Mitsamt dem Dragon jetzt nochmal 31.000 zu 19.000 Gold. Ja, was soll man da kurz sagen? Bisschen einseitig im Moment. Was macht das? Wir waren zeitverzögert. Ich sehe jetzt gerade im Stream, wo die Morgana jetzt gerade gefühlt ist. Naja, hast ja immer einen leichten Delay drin. Ja, du guckst ja auch diesen Spiel nach den Jungs. Ja, stimmt. Ja, Tower genommen ohne irgendwelche große Gegenwehr. Und da werden wir bis zum Nexus Tower. Zack sollte jetzt langsam raus. Ja, er zackt noch seine Passiv. Das ist so oder so. Jynx macht so viel Schaden. Sie kann einfach da hinterher chasen und schnappt sich da einen nach dem anderen raus. Vayne ist einfach noch immer, also die kommt nicht zurück ins Spiel. Die ist einfach immer noch zu dem Schwach. Guck mal, sie versucht dann Gnade umzuknustern, aber... Ah, der Gnade stirbt. Ja, der Cho'Gard hat einfach den Main-Damage auf Gnar gemacht. Vayne hat einfach den Lasted genommen, was aber besser für die Vayne war. Allerdings, ich glaube nicht, dass sie nochmal ins Spiel zurückkommen können. Top-Lane wird der Tower gepusht, Bot-Lane wird der Tower gepusht von den Minions. Wir haben 0-5 auf Cho'Gard mit 60 CS im Vergleich zu einem 5-1 mit 109 CS Gnar. Das wäre cool, wenn jetzt alle ihre Items verkaufen und den Modestream und einfach dieses Item kaufen. Sieg's Portals, äh, sieg's, wie heißt das? Nichts, nicht. C.C. Rockporting kaufen, einfach die Siege nach runterpushen lassen würden. Ja, das war total der böse Badmower, aber... Nein, machen sie nicht. Die Lulou ist ja nicht mal am Carrying, ne? Nein, die hält einfach nur ein bisschen gemütlich dagegen. Du siehst halt nur den Unterschied, sie hat... Ja, sie hat sich ein Mäd-Scheiß geholt, ne? Du siehst einfach nur den Unterschied, sie hat einfach... Die Lulou hat extrem viel CS und extrem viele Assists. Ach, klar. Der Hook. Das war knapp. Du hast dich halt mal bewegt. Das war ein stehendes Ziel. Aber die Lulu ist einfach für das Team so gut. Sie muss ja nicht carryen. Die Jinx carryt aber, die Lulu sichert auch einfach ab. Das ist halt der extreme Vorteil. Und der Masterspieler weiß halt, wie er das Spiel absichert. Du brauchst nicht mehr zu carryen, um das Spiel zu gewinnen. Also die Lulu macht da jede Sache verdammt gut und du merkst halt einfach den Unterschied. Und am CS siehst du es auch ziemlich gut. Wie ist es eigentlich? Das Finale ist ein Best of Three oder was? Ja. Das Finale ist ein Best of Three, da sehen wir dann dreimal. Vielleicht dreimal. Oder vielleicht auch fünf Spiele. Ja, wenn es Best of Three ist. Warum sollten wir dann fünf Spiele sehen? Ah ne, vier. Wie sehen wir das? Maximal. Drei. Zwei. Drei. 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 leben, 15 sind, je nach Regeln pro Sekunde, die man zurückbekommt und das sind können halt die 10 im Unterschied sein, dass man halt gerade noch wegkommt. Was wir auch gesehen haben, ist, dass sie beim Dragon immer dominiert haben, also da immer schön die Teamfights rausgeholt haben und ja, was soll ich sagen, bis zu Minute 20 eigentlich in der Base der Gegner gecampt haben. Das nächste Spiel sehen wir dann auch in einer halben Stunde, denke ich, das ist dann das Finale. Wir haben jetzt noch im Hintergrund das Spiel von dem zweiten Team, das Halbfinale laufen. Wir versuchen es noch kurz live zu schalten, das werdet ihr dann auch gleich sehen, wenn ich von der Technik es okay kriege. Okay. Und ja, ich habe auch noch so auf Twitch so einen Kommentar gelesen, dass wir ab der 20. Minute, wenn wir jetzt die streamen, dass wir dann zu den anderen schalten können und die hatten recht. Um jetzt nicht das Team Blau schlecht zu machen, aber da hat man halt schon gesehen, dass der Elo-Unterschied, der Unterschied von Erfahrung wirklich einen großen Unterschied gemacht hat. Ja, jetzt wird gerade versucht, jetzt seht ihr gerade das Bild von der Technik, wie verzweifelt versucht wird, den jetzt zu spektakten. Wir müssen halt nur noch eine Minute warten, bis das Bild geladen hat. Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit die jetzt schon sind. Wir müssen jetzt auch ungefähr bei Minute 20, 25 sein, so wie das andere Team. Und dann schauen wir gerade mal da rein und vielleicht sehen wir dann die anderen Finalisten. Und das Spiel wird dann auch gespielt. So, sobald wir das zweite Halbfinalspiel im Bild haben, gehen wir wieder zurück an die Caster. Die dürfen sich jetzt auch bereit machen. Wir brauchen natürlich auch noch das Spiel. Wir brauchen natürlich auch noch das Spiel. Ja, also, ähm... Also, was ich halt jetzt gehabt habe, dass... Ja, das ist ein bisschen klein, aber okay. Ja, steht gerade 6, 12 für Geld. Das ist Team Blau Geld. Die haben auch zwei Paar mehr Kreuz. Ne, das Team Blau ist doch MVP. Das Geld ist das Worte Team. Achso. Da ist ein schöner Süßball. Wir gehen hier rein. Wir gehen zwischen Mundo und Lulu. Und da sehen wir auch einen Jasu. Jetzt haben wir vorhin drüber gesprochen. Und da ist auch der Jasu. Mit der Malfight-Kombo natürlich. Und der Wukong-Kombo. Wurde gar nicht richtig gebannt. Dann haben wir das Leitbild. Es ist Team-Technisch auch sehr viel stärker, also Team-Fight-Technisch sehr viel stärker aus wie das Team Blau. Mit der Kombo. Hört man uns gerade überhaupt nicht? Ja, guckt mir. Ja, macht Jasu alleine den Drachen. Ja, wie gesagt, Jasu ist immer noch relativ stark. Das heißt relativ heiß auf jeden Fall noch sehr stark. Ja, mit der Team-Kombo. Ja, auf jeden Fall. innerhalb von MPBS, innerhalb der Base wird schon gekämpft. Mundo riesig unterwegs mit dem Lulu. Aber geht es auch. Den ganzen Damage kann er nicht entgehen. Inhip wird genommen. Nexus-Tower ist schon raus. Vier Spieler vom Blau und die sind down. Der Fünfte geht jetzt in dem Moment gerade down. Und der Team bei Nexus-Tower sind down. Und der Nexus ist halb. Jetzt ist er kaputt. Das war's. Das war unser... Finale von Geld gegen... Geld gegen... Geld gegen Primetime. Primetime 2030. Vielleicht kommen sie diesmal in die Primetime. Je nachdem, wie lange sie das Spiel ziehen. Schauen wir mal. Ja. Und ja, das nächste Spiel, also das Finale, findet dann voraussichtlich immer noch nach dem Plan um 17.30 statt. Und wir hätten natürlich... Isn't best of three. Also nicht nur best of one. Und wird natürlich auch wieder gecastet, analysiert. Ja. Fast maximal drei Spiele. Maximal drei Spiele. Das habe ich mich dann da gebracht. Zwischendrin spielt auch noch... Wo auch immer. Das Solo-Team spielt zwischendrin auch noch gegen MPBS um den dritten Platz parallel. Und ja, die Sieger kriegen ja von uns unter anderem Bright Points, Skins... Nee, Brighten... IP-Boost war das. IP-Boost, Skin und Medaillen. Medaillen, ja. Die ersten drei Plätze. Haben die Medaillen gerade da? Können wir die zeigen? Holen wir... Wir holen die Medaillen nachher, dann zeigen wir sie euch. Oder wenn wir jetzt Pause haben, auf jeden Fall, dann bis 17.30 und wir sind raus. Haut rein. Macht's. Maches. Was sind das? Schade? War die Medaillen. Schade? Schade? Mannschaft. Schade? Schade? Schlange? achsen? Schade? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ghem Current Untertitelung. BR 2018 Uwe today Einfach so'n kleinen Pudel. So'n kleinen Brawl gibt's, das kannst du kaufen. Gibt's ne Right Merchant als Brawl. Aber du musst dich ja bald Geld geben. Also die Verlagen, das ist schon das, was mir wirklich einem LoL am meisten gefällt. Die Süßigkeiten, der Süßigkeiten. Guck mal, du reichst du. Porro-Helo-Standirgen, kickst dich. Sweet. Oh, wieso sterbst du? Einfach im Monat kein LoL im Spiel. Chaka-Bubble nur am Fieben. Also da kommen die Flames von Gegnern und Mates an. Vollkommen zu Recht. Also die Caster-Fieben grad. War auch zu erwarten. Ja. Wer castet, kann nicht spielen. Und wer spielt, kann nicht casten. Ich kenn' das jetzt noch von Vaga, oder? Wie ist das der? Vaga. 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 Ja. Nein, das ist ein Dealer von hier. Ja. 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 Na los, Chaka-Bubble, go! Nein! Der hat doch 2 AP! Ja, was soll ich machen? Ich will nicht sterben. Jetzt Jolo mal da rein. Ja. Jetzt bist du getauntet. Na, gut ab. Das reicht aber nicht. Zu viel Ten. Das ist eh... Nice! Oh nein! Scheiße, Lobby. Ah, ich hab mein eigenes Bett. Ja. Jetzt sehen wir jetzt auch gleich was unser toller Caster alles macht für sein Team. Eins gegen drei. Er blutet und schwitzt hier, damit er den Sieg davon checkt. Ja, vor allem schützt. Oh, das riecht, Mann! Let's go! Jaaa... Das kann ich einfach noch nicht. Hier, wo du stehst. Aber euch, oh Gott, ihr seid echt schon... Ihr seid keine Minuten in den Fall. Ja. Absolut richtig. Ihr verpasst einiges. Oh ja. Bleibt, bleibt im Mut. Das hat ja Action. Ja. Wer ist denn... Alex? Wie heißt denn du? Ja, jetzt ich... Ilaoi. Was? Ohne... Ach, du spielst! Ich hab gelacht. Aaaaah. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus dem Lauter. Ja, wir sind gerade relativ gut dran, aber wir haben die Tower schon angegriffen. Ja, ich seh es, ey, ein Hit oder so. Jetzt gucken wir, wie der Vorwarten steht. Nein, nicht das Vorwarten steht. Das einzige Route an dem Game Mode ist einfach, wenn du tot bist und der Pum am anderen Ende der Map ist, dann fliege ich über die ganze Map. Das ist besser als jeder Pum. 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 Ja, damit das... Spiel mal so schlecht. Du wirst aber voll gelobt im Twitch-Check. So, wir haben wieder geklaut. Scheiße. Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das denn? Wie ist das denn? Was ist das denn? Die Hätten sie schmücken wollen, aber haben sie vergessen. Das müssen wir jetzt einfach hier so hinhängen. Und nachher wenn ihr uns sieht, dann könnt ihr uns zum tollen Bilder bestaunen. Ja, das kommt in die Mitte. Hab ich dich! Ich kann nicht einkaufen. Aber dann sieht man gar nichts. Jetzt kann ich wieder ausmachen. Der Spaß steht im Vordergrund. Aber wenn er nicht gewinnt, rastet er aus. Der eine der Masterspieler. Der Spaß steht im Vordergrund. Aber wenn er nicht gewinnt, rastet er aus. Schenken wir die auch? Der letzte. Das kriegen wir jetzt auch wo denn? Nein, nicht der letzte. Dann viel Spaß. Sehen wir uns da noch. Okay. Deswegen holen wir den Balls, oder? Die geordnete Stimme. Eingeordnete Timo. Timo. Kaj. Kaj. Ich bin mir da auch mit dir. Ich bin mir da von mädchen. Ich bin mir da. Ich bin mir da rein. Oh, danke. Ich bin mir der Börse. Kaj. Kann ich mir da? Ist das genau so? Ich bin mir direkt. Ich bin dir da drin. Was haben wir denn, was wir jetzt auch hier im Taubkommen haben? Also was ihr erwartet, falls ihr unsere Stücke wieder sieht, ist ein super schön geschmücktes Hintergrundbild mit den besten Artisten, die wir hier haben, aufgreifen können. Ich darf nicht so akraschen. Raschel, raschel, raschel. Ist das richtig in den Rand? Bist du bei Dex? Bist du bei Dex? 1-4-4. Steht's denn schon? Nein. Ich wollte doch nicht die Zuschauer mit der Tollene rumschauen. Was hattet ihr da noch? Ja. Ja. Wurken für Team Blau. Macht aber nicht wirklich Team Blau. 5-5-4-5 jetzt haben sein Weg. Fangen an, das dann so vorhin im Team Lux ist. Das ist die Spiegel. Oh, kann ich nachher so eins mitnehmen? Genau. Ich bin auch ein. Ich muss die Lukas fragen. Ein Pämpchen macht der Garten. Das ist alleine rein, ich fahre bei Polis. Ich fahre mit der Eikon. Mach, mach. Hast du Platz? Du kriegst das dann jeder im Team, oder? Ich fahre mit der Eikon einfach mit. Das sind jetzt meine Säge. Das ist, was sie sagt. Nein. Er will nur gewinnen, oder? Er will ja nur gewinnen, weil er bei dem Masterspieler gespielt hat. Der ist hier in der Reihe von Polis. Ich fahre mit der Eikon. Ich fahre mit der Eikon. Ich fahre mit der Eikon. Ich bin geliebt. Wüsste ich gar nicht, dass Analysen so viel Aufmerksamkeit bekommen. Das Problem ist ja, als Analysen gucken dann alle auf dich. Und als Caster, dann zie ich wieder die Spielsache. Das ist schon nicht wirklich so im Vordergrund. Was man merkt, wenn man die ganze Zeit seine Sätze durchgeladen werden kann. Denken Sie? Denken Sie? Das ist immer leichter zu kritisieren, als selber zu tun. Sie sind, glaube ich, gerne. Ja. Einmal wieder in der Zeit mit der Eikon. Geist den Angelegenheit. Da eben die in der Zeit der Eikon geraten. Keine. Ich nehme. Bis zum Beispiel. Ist das nicht wirklich? Ich brauche so weit. Du hast ja die Listen genommen. Du musst ihn mitgenommen. Ich brauche. Das ist den Angelegenheit. Ich hätte dann irgendwann auch richtig, vor dem System erledigt. Aber ich sollte das mit der Facken, das ist ja lokal, oder? Vielleicht muss einer spielen. Ja, ich greife da zwischendrum, ne? Weißt du, wo ist der letzte? Wann? Ne, das weiß ich doch nicht. Dritten gegen Timo. Ne, zehn gegen Timo. Ich muss mit Räden woanders hingehen. Das ist ja eigentlich genau die Chance, die wir spielen. So wie im richtigen Turnier. Du wachst auch nicht. Ja, ich hab's gelesen. Sehr gut. Ich lass mich doch nicht von mir drohen. Geil. Also wir sehen jetzt der Chat, den ihr leider nicht sehen könnt, der ist wirklich sehr aufschlussreich. I can have a cheeseburger in Kanslok. Deine Familie guckt dir zu. HuSh! HuSh! Yunke HuSh! HuSh! Ist wieder tot! Pider! Smells-itty Leaport Gallio Leaport Gallio Leaport Gallio Der Aufschlusssteig Der 5 Als ob der 55 Kula wird erwischt Das wäre ja OP Das geht da mal Das war ja schlimm Hacked Rhyme Alles hackt Und so viel läuft Lackart Lackart Ich sitze halt so tief Richtig getötet Natürlich ist es eigentlich Also ich glaube das Spiel ist ziemlich alt Eindeutig wird es vorbei Totale Einstimmung mit meinen Midcaster hier Da kommt natürlich wieder der Greed von Sing Der DMF jetzt nicht vor Oh was hat der Ach es war ein Toro Das ist der Bumsabolt Das Bumsabolt Ich habe noch ein paar Kanten. Ich habe noch einen Kanten. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da draußen ist so ein kleiner Haufen, der ist 50 Zentimeter hoch. Der Furtwanger-Gletscher. Ja, genau, so ein Haufen, da kannst du den Fahrrad machen. Da hat die Jinx gerade Panik bekommen, die ihre Fallen einfach in den Busch geschmissen, obwohl niemand in der Nähe war. Lieber so als Face-Checken und dann steht jemand drin. Ja, also vorsichtshalber mal backen und dann die Fallen in den Busch schmeißen. Man hat ja nicht gesehen, wo die Gegner waren. Auch wenn man sich das anguckt, wo das blaue Team die ganzen Wards gestellt hat. Du hast jetzt hauptsächlich über das Trinket gestellt. Du hast vier Fahrsides total mit jedem Team. Sobald die auf Kohlen sind, werden die eigentlich meistens eingesetzt. Wir haben auch mittlerweile ein Gold-Lead von 5000 bei dem roten Team. Gerade auch durch den letzten Teamfight etwas in die Höhe gekommen. Der letzte Teamfight wird auch interessant für unsere Analysten. Ja, das Spiel haben sie genug zu analysieren. Auf jeden Fall, das war ein echt schöner Teamfight. Gnar geht rein, wird zu Mega-Gnar, schafft es Leona gegen die Tower-Reste zu klatschen. Da kommt jetzt Leona, holt die auf, Twisted Fate, sie fokust Twisted Fate. Allerdings stirbt Leona zu schnell und kann nicht mehr weiterspielen. Jetzt wird Jax auch noch geholt. Ein Double-Kill für Jynx. Das Ulti schafft es nicht, Adi noch zu töten. Adi mit dem Charm, allerdings kommt Jynx und holt sich jetzt noch ein Triple-Kill. Das sieht gut aus für das Rote Team. Das ist auf jeden Fall der L-Lift. Das ist einfach ein massiver Schaden, der bei der Jynx da durchkommt. 15 Kills auf Jynx mittlerweile. Das ist vielleicht sogar das Game. Das wäre auf jeden Fall hart gegen... Nee, das ist kein Hesse. Können Sie gehen jetzt zum Barron? Sie hätten die zwei Tower nicht, wahrscheinlich noch nicht so weit runterpushen können, bis die anderen zurück sind. Das sind ja bisher nur 17, 20 Sekunden gewesen. Also es war schon auf jeden Fall die bessere Entscheidung, dann zurückzugehen und Barron zu machen. Miss Fortune und wer ist es da noch? Die begeben sich auf jeden Fall mal in Richtung Pantheon, die begeben sich auf jeden Fall mal in Richtung von Nashor. Aber ich denke nicht, dass sie viel ausrichten können. Der kommt jetzt auch noch Leona, aber sie wird auf jeden Fall zu spät kommen. Vom blauen Team wird auch gepinkt, dass sie unten verteidigen sollen. Trotzdem haben sie direkt vor ihrem Nexus Tower halt die Super Minions stehen und dann kämen sie auch nicht mehr aus der Base raus. Tier 2 Tower ist ja auch noch da auf der Botlane, auf der Toplane allerdings. Das rote Team hat jetzt mittlerweile so einen starken Vorteil. Sie haben jetzt das Teach-Potenzial. Und die Fähigkeiten, ihren Vorsprung nutzen zu können. Auf jeden Fall. Sie sind jetzt sehr gut voraus. Mittlerweile 8.000 Gold. Mal sehen, ob das aus unserem Hybriden geworden ist. Ja, er hat sich ja bitte die Bau gekauft. Mit den Rabattons und das Lich Bane ausgebaut. 500 AP, 155 AD. Aber du siehst einfach an der Jinx den enormen Schaden. Ja, Jinx mit 15 Kills, sowas will sie nicht haben. Sie hat halt ihr Blood Firster, ihr Infinity Edge. Sie hat den Revolver, Rapid Fire, genau. Und jetzt kommt noch ein Skimitar dazu. Ist momentan auch, wie gesagt, das geilste AD Carry Item. Vor allem die QS ist das auch bei dem Gegner. Ja, aber bei DCC ist das QSS auf jeden Fall notwendig gewesen. Da schmilzt der Turm wie Butter. Ja, der hält da nicht lang stand. Und die können auch nichts dagegen machen. Sie ziehen sich auf jeden Fall zurück. Da kann man nur noch zuschauen. Ein riesiges Super-Minnion. Äh, Kennen-Minion. Gut, macht er die Sachen. Jetzt tun sie den einfach beschützen. Der macht den Turm langsam down und gut ist. Okay. Twisted Fate nur mit 6,5. Hat allerdings gut CC. 230. 15, so ein Assist. Das ist auch ein Wort. Miss Fortune mit 247 CC im Höchsten im Spiel. Aber in dem Tower knuspert man die ganze Zeit rum. Der ist schon bald down. Da muss das Miss Fortune-Ulti eingesetzt werden. Allerdings hat sie nicht sehr viel holen können. Ja, und dann müssen sie halt noch auf der anderen Seite gegen die Super-Minnions kämpfen. Die Hütte einrennen. Also, der Tower fällt über kurz oder lang... Ja, da kommt die nächste Wave und dann wird der Tower fallen. Ja? Ja. Da können sie auch nicht viel machen. Leona versucht reinzugehen. Da kommt der Pantheon-Ulti. Leona hinterher. Allerdings würde Leona von Thresh aufgehalten. Sie holen sich Twisted Fate, fokussen ihn. Jinx kann allerdings den Schaden von hinten reinpügeln. Macht Pantheon und Jax kalt. Ja, Jinx regelt das. Ja, Jinx schaden einfach. Sie positioniert sich auch verdammt gut. Oh, der Laser hat Adi noch getroffen. Das wäre echt knapp. Und da kommt der Ulti und trifft noch. Die Miss Fortune und nimmt die Adi damit mit. Und da ist der E-Nips down. Das heißt, wir haben zwei E-Nips down. Und dann können sie einfach weiterpushen. Das wird wahrscheinlich jetzt das GG. Die Minions sind ja immer noch stärker. Und jetzt gibt es mal richtig. Die können nicht, wenn eine Jinx da steht, die quasi alles mit drei Schüssen kaputt haben. Oh, der Disrespect. Ich glaube, die wollen alles abräumen. Ja, die gehen auf Nummer sicher. Und sie hätten jetzt Zeit gehabt sogar. Gehen jetzt nochmal zum Drachen. Holen sich ihren zweiten. Es ist wahrscheinlich auch die schlaue Wahl gewesen, jetzt sich zurückzuziehen und nichts zu riskieren. Sie sehen jetzt das Schall-Probietner-Team als Selbstbildungsrestaurant. Und zusammen fahren wir einfach alles ab. Ja. Was wird der zweite Drache jetzt? Der zweite Drache, die 10.000 Gold-Lied, das tut weh. Und ja, ist quasi durch. Die Gegner ist ins Lutten. Ja, gut. Man hat schon einiges gesehen. Ein gutes Ace für den richtigen Kampf. Ist mittlerweile das zweite Mal, dass wir bei dem Team die Jinx so stark sehen. Im letzten Spiel hatte sie ja das Double-Kill und danach war sie auch ziemlich fit. Ja, ich habe noch genau gesagt, das ist der Jinx-Pick, aber dann haben sie sich doch für die MF entschieden und dann haben die anderen Jinx gepickt. Ja. Könnte man sich überlegen, ob man nächste Runde selber Jinx bannen würde ich sie allerdings trotzdem nicht. Ich würde sie ja, ich würde mir halten. Wobei nächste Runde ist ja das Team von, dann ist ja das rote Team blau und umgekehrt. Ja, du kannst ja entweder dann Jinx bannen, picken oder dir einen guten Counter überlegen, den du selber gut spielen kannst. Ich würde eher das Team so bauen, dass die Jinx halt nicht mehr, wenn du jetzt als Champions wie Wukong oder sowas gegen Jinx spielst, würde er wegtimputieren können. Jaxx hat ja seinen Stunt schon weg, also er kann ihn nicht mehr aufhalten. Ja, da wird auch die Bude von Superminions fast eingerannt. Wir müssen einfach daffen, die können nicht mehr viel machen. Das rote Team bewegt sich frei über die komplette Map. Man sieht es auch an den Worts. Da wird gerade im Chat gefragt, CC ist Crowd Control, das ist richtig. Ja, und zuerst ist Creep Score. Ja. Jaxx holt mit Smite den Blau. Das rote Team geht auf Nummer sicher, pusht einfach unten den Tower. Zwischenzeitlich ist er mit in Hip wieder auf, aber der stirbt das nächste Ziel nach dem... Oh, da kommt der Flash von Twisted Fate und ganz knapp kommt die Missforschung weg durch ihr QSS. Da kommt Pantheon rein. Ein Engage, Leona schmeißt ihr den Stunt. Oh, da ist die Jinx down. Charm auf Flash, von hinten kommt der Lissin, kickt den Pantheon weg. Da kommt auch noch der Knarr rein. Knarr kann aber nicht durch. Ja. Lissin kommt, Knarr rein kommt. Das war jetzt besser für das blaue Team. Da hat das rote Team ein bisschen zu gierig gespielt. Da haben sie gut die Carries rausgenommen oder zumindest aus dem Kampf rausgehalten. Kann das das Comeback sein? Ist die Frage, ob sie das ausnutzen können. Reicht das schon aus? Twisted Fate Ulti, um zu gucken, wo die Gegner sind. Twisted Fate versucht einen Backdoor, aber das blaue Team ist schon dabei, hinterher zu kommen. Aber er schafft es noch. Er kriegt den Inhip. Ja. Jetzt läuft er natürlich weg. Jetzt läuft er auch in die... Oh, schafft er es? Nein, er wird auf jeden Fall gekiss. Trotzdem ist der Inhipitor Tower jetzt down. Das rote Team versucht weiter, da haben Jax. Die anderen müssen verteidigen. Ja, sie halten das blaue Team so beschäftigt, dass er quasi nicht aus der Base rauskommt. Da wird Jax gekillt. Oh, Knarr jetzt im Fokus. Baron in 25 Sekunden ab. Wird wahrscheinlich vom roten Team gemacht. Ich denke nicht, dass da das blaue Team irgendwie Druck aufbauen kann. Sie müssen Backpushen. Sie müssen einfach dann Backpushen. Sie haben gar keine andere Wahl. Ja, da wird es ja schon hinbewegt zum Baron. Jinx-Trash würde wahrscheinlich schon reichen. Tristed Fate natürlich immer die Möglichkeit zu Backdown, wenn beide Inhipitor down sind. Ja, aber noch ist Tristed Fate down. Ja, klar. Er hat auch noch kein Ulti. Er hat es ja gerade benutzt, um den Inhipitor zu Backdown. Er hat jetzt keinen Nasher-Buff bekommen. Er ist auch nicht nötig. Es reicht, wenn es auf der Jinx ist. Ja. Es sind ja auch immer noch vier Leute, die dann den Baron-Buff haben. Ja. Und damit dann genug Druck auf die Bot-Lane aufzubauen, um da auch den Inhip endlich mal rauszunehmen. Ja, es wird sich auf die Bot-Lane bewegt vom roten Team. Sie möchten wahrscheinlich unbedingt den letzten Tower haben. Zwischenzeitlich natürlich wieder der Top-Inhip aktiv. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es die beste Wahl war, sich alle Tower unbedingt holen zu müssen. Es hätte meiner Meinung nach auch gereicht, mit zwei Inhipitoren die Base einzurennen. Sie hätten es schaffen können, auszumachen. Es muss nur einmal passieren, dass das blaue Team ihre Combo perfekt herausspielen kann. Da kommt Pantheon und Jax. Aber Pantheon kommt zu spät, snackt sich. Fress wird trotzdem geholt. Oh, Twisted Fate kriegt das Leona-Ulti ab. Kommen sie noch hinterher? Nein, Leona schafft das ganz gerade nicht ins To-Sun. Gnar versucht hinten die Jinx zu holen. Jinx kann auch davon laufen. Jetzt wird Twisted Fate doch genascht. Jinx läuft davon. Aber in der Zwischenzeit Gnar in der Base. Gnar in der Base, ja. Da wird jetzt auch doch zurückgeport. Jinx cancelt den Teleport, kann Gnar schon ausmachen. Er wird sich auf jeden Fall einen oder zwei Tower holen. Ja, da ist der erste Tower da am Nexus. Der erste Tower haben wir ja. Währenddessen wird weiter fleißig das blaue Team. Das könnte das GG werden. Zweiter Tower. Pantheon, Teleport auf den Tower, aber Gnar stellt einfach den Tower. Das war nicht gerade wirklich die beste Idee. Das blaue Team kommt einfach nicht zurück zum Treffen. Die wird immer wieder abgebrochen. Nein, Gnar beendet jetzt das Spiel. Das blaue Team hätte noch eine Chance gehabt, aber es wird nicht mehr ausreichen. Oh, Gnar stunnt ihn einfach gegen die Tower-Liste. Jetzt kommt langsam das blaue Team hinterher, aber schaffen Sie es, Gnar aufzuhalten? Nein. Sie können es mal schaffen. Mal schauen. Es wird knapp. Es wird sehr knapp. Nein, Sie schaffen es. Komm. Ja. Sie schaffen es. Und jetzt kommt das Comeback. Sehr knapp. Aber Twisted Fate muss nur einmal mit seinen Ulti rein und eine Karte gegen den Nexus schmeißen und dann war es das. Da müssten sie es eigentlich dauerhaft drei Leute positionieren, um den Nexus noch zu fließen. Er hat seinen Ulti und er hat einen Teleport. Allerdings hat genau keine Worte aufgestellt. Und Teleport wird benutzt. Da ist Teleport auf der Topfläche. Er rennt mit Homeguard-Woods und wettet seinen Ulti einschalten. Jetzt kommt die Ulti. Da ist die Ulti und man hat nicht drauf geachtet. GG. Das war das erste Finalmatch. Ja, das erste Spiel geht an. Das war die Primetime. Ja, Team Primetime mit dem Masterspieler. Also Blau Team hätte jetzt wirklich zurückkommen können. Sie hätten mit den Teamfights echt noch was reißen können. Allerdings war einfach die Base zu stark eingerannt. Ja, aber es war auf jeden Fall lange Zeit ein Spiel auf Augenhöhe. Ja. Was erfreulich ist für ein Finalspiel. Interessantes Game. 36 Kills auf jeden Fall ist es relativ ausgewählt. Ja, ich freue mich schon auf unsere Analysten. Ja, schauen wir mal was ihr habt. Was ihr zum Analysieren habt, gab ja nicht so viel zum Analysieren. Nur um die tausend Teamfights. Es waren wirklich ein paar echt gute Teamfights dabei. Und der Lesin Kick, den dürfen wir auch nicht vergessen. Das war wirklich nice. Überragender Lesin Ult beim Drake. Ungefähr im Midgain, glaube ich. Und ja, wenn die Analysten bereit sind, gehen wir dann rüber. Aber schauen wir noch mal kurz rum. Wenn die Jinx mit 19 Kills am Ende das Spiel beendet. Ja. Kannst du mal Damage zeigen. Natürlich. Wahrscheinlich Leona ganz weit oben beim Damage. Ja, natürlich. Leona. Mach mal Graf. Da kennen wir uns auch. Damage. Dealed on Champions. Miss Fortune. Miss Fortune sogar knapp dran. 37.300 an der Jinx. Damage und Miss Fortune mit 36.000. Also doch ziemlich ausgeglichen. Allgemein vom Damage her. Leide die Supporter weiter hinten. Beide Teams ziemlich ausgeglichen. Wieso war die Leona so weit hinten? Das verstehe ich gar nicht. Die hat nur 2.000 Damage gemacht. Und hat 4 Kills immerhin. Ja, ja. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich den Unterschied gemacht hätte. Hätte die Leona die Kills nicht bekommen. Also Jinx war fett genug. Alles klar. Dann gehen wir rüber zu den Analysten. Und wir sehen uns dann wieder zum zweiten Finalspiel. 10 Minuten. Bis dann. See ya. Ja, hallo. Bei den Analysten. Ja, also was für ein Spiel. Also es war schon ziemlich cool für das erste Finale. War ziemlich spannend. Ich durfte nicht vergessen mitzuschreiben. Ja, also da fangen wir nochmal an. Ja, wir haben sehr viele große Teamfights gesehen. Wir haben auch viele Turnarounds von Blue gesehen. Jetzt gerade am Schluss. Hat aber leider ja noch nicht gereicht. Also das Team Rot hat schon wirklich das ganze Spiel jetzt nicht dominiert. Also es war sehr ausgeglichen. Wirklich die meiste Zeit. War auch schwer zuzugucken manchmal an manchen Stellen. Aber wirklich safe gespielt. Also ja, von der Seite von Rot aus. Also das Invade ganz am Anfang, das fehlt es dann auch zu gucken. Also da hat man sich schon gefragt von den, ja hier Dattelke gleich am Anfang. Wie sieht das aus? Letztes Mal war es ja auf der anderen Seite. Und da war das dann doch schon ausschlaggebend. Hier hat dann Twisted Face dann zu weit nach vorne gegangen. Hat sich direkt einen Charme ins Gesicht bekommen. Und dann war es dann auch zu Ende für ihn. Da ist auch der Ignaid drauf. Genau. Leona finde ich dann nicht so optimal. Jump, ein Flash von der Ahri, um sich noch einen neuen Charme rauszuhauen. Und dann war der nächste Kill auch gesecured. Und ja, dann haben sie noch weiter gespielt und dann irgendwann kam dann die Wende. Meinst du den Dragon Fight dann so bei der 20. Minute? Genau. Also sie haben dann, es gab dann einen Teamfight beim Dragon, wo sie dann so 26. Minute, wo erstmal schlecht aussah für die rote Seite. Und dann hat Lee Sin einen super Kick rein gemacht, hat die andere Hälfte vom Team getroffen. Hat sie alle ziemlich gut runtergebracht und dann kam Twisted Fate wieder zurück. Genau, da können wir zugucken. Die sehen wir es gerade. Ja, sehr gute Ulti von Gnar und MF, schön gecomboet. Also ja, von beiden Seiten wirklich gute Ultis gesehen. Trotzdem dann von Red hat sich, Team Red hat sich nicht wirklich gut abgesprochen, da ist Lee Sin overextended. Und ja, ist dann auch down gegangen. Dann war es das eigentlich, also von Team Blau eins der besten Teamfights, wo wir jetzt eigentlich nur Team Rot davor gesehen haben. Ja, wir haben auch später nochmal sehr gute Teamfights gesehen, so in der Mitte vom Game. Game für beide Seiten, sowohl für Blau als auch für Rot. Da haben wir wirklich sehr gute Plays gesehen, sehr hohes Niveau vom Spiel. Jetzt sehen wir gerade eine mittleren Pantheon, ja. So ungefähr bei der 28. Minute habe ich mir aufgeschrieben, war ein guter Teamfight. Schauen wir jetzt, was zum Stande kommt. Wir sehen jetzt Twisted Fate. Das ist jetzt gerade danach gewesen, da hat Team Red, Team Blue einfach überrannt und hat sich jetzt den Tower-Inhibitor geholt. Und da hat ja Leona dann direkt auf, hat dann gesehen, dass TF alleine stand und hat ihren Ulti drauf gesetzt. Haben versucht, Jax gleich hinterher gesprungen, hat es aber nicht geschafft, ihn umzubringen. Und dann hat Treasure ihn gerettet und ja. Ja, da gehen sie nochmal safe und holen jetzt lieber nochmal den Baron, um noch ein bisschen besseres Siege spielen zu können, besser zu pushen. Danach. Und dann sehen wir, dass sie dann die Bot-Lane pushen. Und da gab es jetzt einen Moment, wo man sich dann nicht sicher war, ob der jetzt Blau vielleicht doch noch zurückkommen wird. Weil TF flasht rein, stunt die Miss Fortune, bringt sie aber nicht um, weil sie einen Mark Curl hat und tut sie den Stunner direkt cleansen. Und TF geht dann down und noch ein anderer Teamkollege von ihm. Und Blau holt dann sozusagen sich ein paar Kills, die eigentlich ziemlich wichtig waren, konnten aber leider nichts daraus machen, weil der andere Inhibitor wieder draußen war. Und ja, und dann gab es dann später noch einen dritten Baron bei der 37. Minute. Ja, also der Turnaround, vielleicht können wir den jetzt noch kurz sehen, bei der 35. Minute, also von Team Blue. Das war so einer der Momente, wo Team Red nochmal aufgefallen ist, da können wir jetzt nicht einfach so durchlaufen, da müssen wir nochmal safe spielen. Aber ab dem Zeitpunkt hat man wirklich gute Plays von Team Red gesehen, die sind dann auch viel offensiver geworden. Haben dann versucht, jeden möglichen Tower und Inhibitor zu kriegen. Ja, da sehen wir es, der Jax will schon zum Sprung ansetzen und schafft es aber leider nicht mehr. Da kommt der Backdoor von Twisted Fate, der sich jetzt noch den Inhibitor holt. Ja, wie man dann später sieht, sehr wichtig war. Ja, also der Teleport hat er jetzt leider nicht mehr geschafft. Da war, Panthorn hat einfach zu viel Artischaden ja schon in dem Punkt vom Spiel gehabt. Da sehen wir noch einen schnellen Kill auf Jax. Und ja, bei der 39. Minute habe ich mir dann auch aufgeschrieben, dass gab es einen Teamfight bei der Botlane. Und Gnar hat es versucht, hat dann gebackedort. Genau. Während das andere Team, also das rote Team, hat das blaue davor abgehalten zu backen, was perfekt war in dem Zeitpunkt. Gnar hat den Tower, also den Nexus auf 200 HP 300 runter gehauen und es hätte wirklich noch ein Schlag gefehlt. Ja, aber da hat man auch richtig gutes Play von MF gesehen, gerade am Nexus. Also, die hat den wirklich nicht mehr herangelassen. Er hat noch zwei Hits gefehlt, hatte ehemalige Zeit, aber es hat einfach nicht mehr geklappt für den Jahr. Aber jetzt ist am Schluss einfach TF-Ulti, da kann man nichts mehr machen. Mit einem Schlag, da kann man eigentlich nichts machen. Er kommt raus aus seinem TP, er hat seine Autoattacke schon angesetzt, dann kann man nicht mehr mehr Stunnen oder sowas. Ja, also an sich eigentlich ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, hat am Schluss Richtung Rot gekippt. Mal schauen, was jetzt die Teams alles ändern werden, wie wir schon gehört haben, jetzt von den Castern, wie jetzt die Jinx gehandelt wird, ob sie jetzt gebannt wird oder ob sie von den Gegnern vielleicht gepickt wird. Das werden wir jetzt gleich sehen. Wann fängt das nächste Spiel an? Um Viertel vor. Um Viertel vor fängt das nächste Spiel an und dann sehen wir die Champions Selection und wir sehen uns dann. Junge Eจะ streetsverschины immer für die Zukunft der Fans in Mansion vor幫gen dasница Stadtト 어лю einfach oben hin, und noch es sieht aus den Hillen die Gruppe der Fans moderne aus dennochgan本当şa biohurt. Das ist ein paar Untertitel vor. Formuliert, Versenburg, Versen imperative Jungen Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 permanent in Bedrängnis. Wird zum Tower hingepusht, kriegt jedes Mal einen Auto-Attack von der Kalista mit, wenn sie versucht zu Last hätten. Sieht man auch, trauen sich gar nicht mehr richtig ran an die Caster Minutes. Er wurde gebackt, sein Coup macht jetzt auch mehr Schaden. Oh, in der Mitte, da kriegt es Asiya. Wukong kam runter, der Wukong hat einfach den Kill gelassen in die Kamera. Bart jetzt auch noch mal stärker mit Thunderlord dabei, macht auch noch mal zusätzlich Schaden, jedes Mal wenn er angreift, alle 20 Sekunden, das macht es aus hier, schöner Stun und es kommt gerade so weg. Da kommt der Coup einfach, Flash Coup, sehr knapp. Leona kann es einfach jetzt nicht mehr carryen. Es war ja die Ironie, da kommt der Gang rein von der Weih und Butz. Aber es hat Flash, aber Counter-Flash. Oh, Ignite! Ne, es war ein roter Buff, oder? War das Ignite? Ne, es war Ignite. Es war die Ignite. Also hier kommt Wukong, schnappt sich allerdings nicht. Wieso geht jetzt die Kamera weg, wenn die da noch kämpfen? Ja, da ist die Kamera wieder da und da geht es weiter und der Wukong rennt um sein Leben und die Weih... Sollte noch mit dem roten Buff auf jeden Fall kriegen. und die gehen trotzdem noch einen Schritt weiter. Und Leona stirbt auch vom Bart, ne von der Kamister. Ne, da wird der Kill diesmal auf dem ADC gelassen. Und da kommt der Telefon auf die Toplane und weiter geht's. Warum läuft der jetzt weg? Mundo ein bisschen unentschlossen. Ja, der trifft aber damit seine Beine dafür sehr gut. Das Beile ist aber relativ schnell. Wir haben allerdings auf dem blauen Team bereits einen leichten Goldglied von 2000. Die Karma hält sich verdammt gut in der Mitte. Sie hat einen Kill und mehr CS als Asien. Allerdings auch deswegen, weil Wukong so schön roamed. Ja, fast doppelt so viel CS, das ist schon sportlich. Die Karma ist ja auch der Masterspieler. Er muss ihm natürlich was zeigen, ne? Ja, aber trotzdem, Asir eigentlich einer, der ohne Probleme fahren dürfte eigentlich. Ja, Fiora vergisst. Wenn ihr wollt, dass wir mal ein Bronze-Turnier casten, dann könnt ihr auch. Dann schreibt ihr in den Chat, Bronze, Bronze, Bronze. Und dann die Chiffre 123, das ist die Chiffre von Kevin, da könnt ihr den kennenlernen. Was? Darum wusste der Kevin noch nichts. Das ist eine Kontaktbörse. Jetzt kommt der Gank in die Mitte, aber das ist zu spät. Der Wukong einfach. Einfach nur krass. Da wurde Asir einfach nur aus dem Quellcode gelöscht. Weg. Ja, ich hab ja erst mal gedacht, dass es ein Mundo-Jungle wird, aber der Wukong-Jungle macht auch wirklich einfach viel mehr Sinn. Sonst sehr viel stärker. Gerade in diesem Team. So, aber die Ward-Control hat Team Blau momentan noch, die Roten haben noch nicht viel Wards gestellt. Auf jeden Fall hier beim Casten hast du die Ward-Control. Ja. Da schau ich drauf. Aber Fiora hat doch ein ganz guter Pick eigentlich gegen Mundo. Dadurch, dass er jedes Mal True Damage macht. Da, aber die wissen, dass er da ist, wenn sie schlau sind. Es wird sich auch ziemlich viel Live-Teach holen. Also Mundo ist halt am Anfang für sie sehr unangenehm, aber ab einem gewissen Punkt wird Fiora einfach Mundo nicht mal in die Medien zwangen lassen. Und die Vi ist immer noch da. Die Bart sieht einfach. Denkt sich, ha, der Bart wird irgendwann kommen und denkt, naja, mach ich mal ein Wort da rein. Nein, jetzt kommt sie. Oder? Pratzt sie um. Nee, aber der Skin, ich find den echt cool. Der Bart war so hoch. Habt ihr die Kombo von den Chinks und den Vi gesehen? Also die Vi hat mit ihrem Coo den Bart in das E von der Chinks reingedrückt. Und Leona hat auch noch gestunt. Das war wirklich eine schöne CC-Kombo. Und der Mitte kann das hier gerade wieder so abhauen. Oder? Kann er? Nein, oder? Er hat seinen Flash benutzt. Ja. Echt lustig, wie die Karma da einfach so viel Schaden macht. Aber ich glaube, Karma, an ihr wurde auch was gemacht. Ja, vor einem Border 2 gab es mal ein Reverb. Wurde vor kurzem auch was dran geändert, ja. Seitdem hat man sie nicht mehr gesehen. In den Patch Notes. Nein. In den Patch Notes gar nicht mehr. In den letzten Patch auch nicht? Okay. Ich weiß es nicht, war schon ewig nicht mehr. Ja, dann tatsächlich. Ich glaube, die ist einfach so von der Bildschlecht verschwunden. Ist halt auch so ein Champion, der dann sieht keiner. Ich freue mich drauf, weil Poppy war ja extra. Die haben gesagt, der Ghost, wie heißt der? Ghost irgendwas, der ist von Blizzard zu Riot gewechselt und hat das Balance Team übernommen. Okay. Und in der Mitte ein Fight von Asia, schmeißt das Ulti, die wollte hinterher kommen, aber kommen sie auch raus? Ja, die auch raus. Oh. Irgendwas ist da wahrscheinlich. Wo kommt Disconnect? Oh. Ja. Dann wollen wir unser Gewinnspiel von vorhin auflösen. Das Tier. Das Tier ist alles. So ein Löwe. Ein Löwe. Kam keiner drauf im Chat, oder? Nee. Apropos Chat, mach den mal wieder hin. Ja, und was ich jetzt erzählen wollte, war einfach nur, dass der gesagt hat, sobald Poppy je gespielt wird in einem Competitive Match, bannen sie sie, äh, tun sie sie in Grund und Boden nerfen, bis sie reworked ist. Und jetzt wird sie reworked. Jetzt darf Poppy wieder gespielt werden bei denen. Prost. Jetzt kann sie wieder gespielt werden. Momentan steht es 14.500 Gold zu 12.900 Gold. Wir haben hier gerade eine Pause. Und die ist einfach deshalb, der Wukong hat Disconnect, wird wahrscheinlich demnächst wiederkommen. Vielleicht hat seine Mutter auch einfach keinen Bock mehr gehabt, dass er nicht zum Essen runterkommt. Und hat gedacht, da ziehe ich die Leitung vom Internet weg, das WLAN Kabel raus. Nein, Spaß einfach irgendwie. Kann alles passieren. Ihr kennt es ja vom Dings. Ihr spielt ein normales Solo-Cue-Game und auf einmal da hat jemand einen Disconnect. Ja, mein Kind ist aus dem fünften Stock runtergefahren. Kennen wir. Aufs Trampolin. Nein, keine Ahnung. Und du hast gesagt, nein, ich muss das Solo-Cue-Spiel weiter spielen. Es gibt die weirdesten Ausreden. Ich habe mitgekriegt, es gab so einen Artikel über einen chinesischen Kleinkriminellen, der hat irgendwas ausgeraubt und dann wurde der in einem Internetcafé gestellt. Ach so. Und er hat dann den Polizisten gesagt, er muss noch zu Ende spielen, er kann sein Team nicht im Stich lassen. Und die haben ihn gelassen. Und die haben ihn spielen lassen bis zum Schluss. Aber danach wurde halt gesagt, er war so süchtig, er wollte noch zu Ende spielen. Dabei wollte er nur sein Team nicht im Stich lassen. Aber so, dass er jetzt sein Team im Stich ist, ist er nicht. Wir haben jetzt noch 27 Minuten Zeit, bis der Bukong wieder reconnecten kann. Sonst würde ich sagen, geht der Sieg an uns. Das andere Team, dann steht es 1-1. Nee, an uns. Nee, wir gewinnen so oder so immer. Ja. Die Bank gewinnt immer. Die Bank gewinnt. Ja, wir machen ja dann auch einen Poker-Livestream oder irgendwas. Nee, wir machen nachher Strip-Poker-Livestream. Ehrlich? Aber dürfen wir nicht auf Twitch machen. Aber wir ziehen nur die Sachen, die unter dem Tisch sind aus. Das bringt euch also gar nichts. Was, du hast was an? Ich hab was an? Ja, ich bin so ehrlich. Ich mein, unterm Tisch? Unter dem Tisch hab ich nichts an. Wer hat denn bitte eine Hose an? Regie, hab ich was unter dem Tisch an? Nee, hab ich nicht. Deswegen haben wir die Bauchbinde da, oder wie das Ding heißt, das durchläuft. Ja. Damit ihr meinen fetten Bauch nicht seht, läuft hier unten eine Binde durch. Weil ich hab nämlich zugenommen in letzter Zeit. Ich hab mein maximales Kampfgewicht jetzt wieder erhöht. Jetzt habt ihr die weggemacht. Aber ist egal. Der Tisch ist noch da. Ich fühl mich noch sicher. Maximales Kampfgewicht kannst du jetzt wieder... Ach nee, Titschko ist ja gar nicht mehr Weltmeister. Ja, aber es wird gerade diskutiert wegen dem Typen da irgendwie. Hat er eine Anzeige kassiert. Ich kann nicht schreiben. Einen Chat sehen die gar nicht. Okay, dann bringt es gar nichts. Lockt ein. Kommt rein. Also er wird gleich kommen. Also er kommt gleich. Und dann geht es weiter. Hoffen wir mal. Vorfeed wäre auch eine Option, schreibt der an der Chat. Natürlich wäre das eine Option. Aber wir sind erst bei neun Minuten. Das geht noch nicht. Könntens natürlich auch versuchen zu viertes Tor zu spielen. Was war euer... Was war euer... Was war das beste Argument, das bei euch jemand mal gebracht hat, als er gesagt hat, ich muss jetzt gehen? Boah... Ich weiß nicht mehr. Oder das Schlechteste? Das Schlechteste. Das Schlechteste war, meine Mama will, dass ich jetzt ins Bett gehe. Das hatte ich schon. Okay, aber das kommt ja öfter vor. Keine Ahnung. Ich spiele immer... Macht schnell, ich muss in die Schule. Morgens um elf. Hatte ich auch schon. Das ist das Tolle, wenn man Student ist. Das hatte ich auch schon. Das ist einfach... Du kannst einfach zocken, wann du willst. Weil wenn du eine Vorlesung hast und du musst nicht hin, dann gehst du nicht. Das hatte ich mal letztes Semester vor einem Ranked Spiel. Also ja, ein Ranked geht es noch. Wenn es maximal eine halbe Stunde geht, dann kann ich es noch machen. Danach muss ich eine Vorlesung. Spielen geht dann so eine halbe Stunde. Ich gucke, ich müsste jetzt eigentlich eine Vorlesung sein. Dann weiter geht es. Das ist wichtiger. Ich bin leider krank. Das ist ja das Gute als Trend. Das hat mich mit GIF getroffen. Das ist ja das Gute als Trend. Du musst ja nichts schreiben. Ja, das ist toll. Außer es ist halt Pflicht. Außer es ist Pflicht, ja. Du haste gelitten. Ja, dann hat... Der Loading Speed of Doom hat er gerade. Primetime hat noch 25 Minuten Zeit. Es ist übrigens bei den neuen Klienten wird daran auch gearbeitet, dass man das Spiel zurücksetzen kann. Das heißt, wenn ihr in Zukunft ein Disconnect habt in eurem Game, dann kann das passieren, dass es dann heißt, okay, Abstimmung wollt ihr das Spiel zu dem Stand zurücksetzen, an dem der Disconnect passiert ist. Und dann macht es... Und dann ist es genau wieder da. Also in dem Aussehen ist jetzt der Hamster ist gestorben. Der Hamster ist gestorben. Wo kommt Disconnected? Das ist ein Kurbelmodell. Also jetzt ist es Reconnected, jetzt könnte es weitergehen. Ready, ready, los, weiter. Automotor. Ready. Unpause. Jetzt wissen sie, wie es auch in der Pause rauskommt. Jetzt geht es weiter und go. Und wir sind wieder mittendrin dabei. Und der Mundo wirft immer noch fleißig seine Äxte. Ich frag mich eigentlich, warum hat der keinen so Köcher für seine Axt? Ich meine, der hat so eine magische Axt, die er wirft und die kommt wieder auf. Das ist wie Thor's Hammer und die Axt kommt immer wieder zurück. Das ist Mundo, er macht was er will. Ich meine, Olaf muss seine Axt wieder aufsammeln, aber Mundo hat einfach ewig viele. Guck, der wirft die und hat sie immer noch in der Hand. Du verstehst nicht. Mundo untersteht nicht normaler Physik. Welcher Mundo-Skin ist dein Lieblings-Mundo-Skin? Der Mundo Mundo. Der Mundo Mundo. Der Mundo Mundo? Ja. Der... Was ist das? Mundo Mundo. Ja, das ist Halloween Mundo-Skin. Der Mundo Mundo. Ja, den gibt es gerade wieder oder gab es gerade wieder im Angebot. Zu Halloween wahrscheinlich. Ja. Ich bin Corporate. Habe ich Corporate Mundo, weil den habe jemand gegiftet. Habe ich Glück gehabt. Das ist doch relativ teuer, oder? 1.820 AP. Das ist gut. Also wenn du dir die Einzelnen kaufst, sind es fast 20 Euro, oder? Ja. Mich interessiert, wieviel Ride im Monat... Oh, Mundo mit Ultiras. Lol, so verdient. Ja, aber die hat er relativ schnell wieder, also... Jetzt nicht 50 Sekunden am Anfang? 70. 70 noch. Ah, okay. Die Karma harrestet da ganz schön schön in der Mitte den Nasir. Die Karma ist wirklich stark. Aber interessanterweise Kalista jetzt mal reingepusht. Ja, aber... Wie sieht es denn farmmäßig unten aus? Jinx sogar vorne. Ich hätte jetzt eigentlich die Kalista vorne gesehen. Da hat die Kalista aber zwei Kills. Da geht Karma down, der Gang. Allerdings, der Wukong holt sich noch die Vi und Flash davon. Er wird... Oh! Ach, sie hat noch... Maximum Range holt sich den Kill. Mit der Speerspitze gerade kurz angepiekst und die Luft rausgelassen aus dem Affen. Er fliegt ja jetzt komplett mit dem Soldaten, also der Soldat mit ihm zusammen nach vorne. So wurde er jetzt geändert. Ja, es kommt wahrscheinlich gleich, dass er immer noch einen Disconnect hat. Eines ist kein 1-1. Hier fragt einer, ob es gerade 1-1 steht. Es steht 1-0. Früher Primetime. Das könnte man vielleicht sogar da oben hinschreiben. Wird auch gleich gemacht. Unsere Regie ist so toll, die macht das jetzt einfach instant. Ja, wir müssen die auf Trab halten, ansonsten schlafen sie ein. Das ist ja auch schon eine späte Stunde. Also es ist 2-3-Stunden. Und momentan steht 1-0 für das blaue Team. P-T-S... Doch, ich weiß nicht, wie die abkürzigen ist. P-T-Z-D. 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 Kannst du das nicht merken, oder was? Ich sehe nicht. Unseres andere Team hat anscheinend zu viel Saufpack geguckt mit Kleingeld. Das ist ein bisschen Kleingeld. Der schlägt da ein. Freut euch eigentlich auf den nächsten Star Wars Filmen am Donnerstag. Auf jeden Fall. Diesen Donnerstag? Aber ich werde ihn mir nicht gleich angucken. Ja. Ich habe Karten für die. Moment, der gibt es gleich. Die war, wurde gepasst, aber der kann sich nicht mehr wegfahren. Und der Mundo. Der Mundo läuft. Der wurde geultet von der Fiora. Aber es hat nicht gereicht. Nein. Er hat einfach sein Ult gezogen und hat jetzt wieder fast zu sehen. Das Blau-Ulti möchte Arsia flanken. Vielleicht sogar am Tower. Oha. Da ist was im Busch. Das Ulti von Arsia schmeißt die Karma nach hinten. Reicht es auch aus um Karma zu töten? Ja. Aber Arsia stirbt auch. Ja. Aber Arsia stirbt auch. Aber Arsia stirbt auch. Sollen wir mal kurz eine Minute rein. Muss nicht sein. Ne. Ich habe keine Lust drauf zu rein. Das ist so. Ich weiß nicht. Wir können versuchen zu rappen. Oh je. Schlimmer hinterher. Bis sich Mundo heilt. So. Sie hat halt noch nicht den Life-Reach. Und die Leona. Da kommt allerdings ein Teleport von Arsia. Wukong kommt hinterher mit seinem Ulti. Beide werden da drin gefangen. Und dann stirbt die Leona und der Arsia. Beide an. Und die Jinx. Ja. Die Jinx sind auch noch gestorben. Könnt ihr eigentlich die Kalista und der Wukong-Skin? Die sehen sich so ähnlich. Was? Der Skin geht von der Kalista. Der Blood Moon Skin. Der Blood Moon Skin von der Kalista. Also der momentane Skin. Der geht ganz gut. Der Standard Skin wird relativ ähnlich sehen. Achso. Das meinst du ja. Magical Journey. Dann nehmen sie alle den Tunnel. Zum Drachen. Und der Mundo ist einfach immer noch auf der Topel hin. Das wird auch der erste Drache ins Spiel. Aber er verlässt es jetzt grad. Er verlässt es jetzt grad. Ja. Können sie nichts machen. Das ist das Loaded Team. Und da wird der Pinkboard getötet. Langsam. Ja, wenn jetzt das Blau Team gewinnt, war das der zweite Sieg. Und dann war das schon das Finale. Ja. Sie führen auch gerade im Rotan bereits mit 5000 Gold. Haben zwei Tower und einen Drachen. Ich würd gern noch einen Rift Harald Kill sehen. Jetzt sag ich's richtig. Rift Harald find ich viel besser. Rift Harald? Ich hätt gern einen Kill am Rift Harald. Ich hätt gern den Rift Jürgen. Rift Jürgen! Was ist mit dem Günther? Das ist mein Lieber Freund der Jürgen. Kennst du das? Ja. Das ist mein Lieber Freund. Das ist mein Lieber Freund. Und hier wird er mit dem Ulti. Aber Mundo läuft einfach mit seinem Ulti davon. Schafft es? Ja. Nochmal. Noch einmal. Und dann jetzt... Ja. Und jetzt... ...und jetzt Mundo dreht. Der hielt sich einfach so extrem dagegen. Oh, da kommt die Geister. Und weiter geht's. Da kommt Karma angedüst. Und macht den W an. Und dann wird der gestunt. Der Bart wollte eigentlich nur den Tower-Stank, der kommt die Jinx-Ulti vorbeigeflogen. Da kam kurz was durchs Bild geflogen. Das könnt ihr nicht sehen im Chat bei euch. Wir haben den drin. Wir wollen Flaming-Kommentare ausblenden, deswegen hast du den Chat. Gangbang ist kein Flaming. Nein, im Allgemeinen. Gangbang ist eine Sex-Praktik. Willst du das auch noch streamen heute? Tutorial-Video, oder? Dr. Sommer. Feet-Jugger-Bubbel. Dr. Bubbel. Wukong mit seinem Ulti drin. Das wird ein Double-Kill. Nein, kein Double-Kill, aber zwei Daumen. Also ihr Ulti war komplett useless. Der Mundo räumt auf, er macht halt was er will. Das war's für Jinx. Jinx noch durch, ja. Sieht sehr gut für das blaue Team aus. Bart fängt jetzt an zu Carrying. Und die sind schon am Tier-3-Tower aufgetoppt. Und die Mitte wird auch gepuscht. Oh, da fallen die Trümme. Ja, Mundo macht ja mit seinem E keinen Initial-Schaden mehr am Tower. Ja. Es ist ein Blutbad wie jemand Tiefen-Babylon. Nein. Noch mehr schöne Metaphern. Nee. Auf jeden Fall, Zweiter-Bass-Tower. Wir haben jetzt eine 10k-Gold-Fried. Da kommt zwei von hinten. Schmeißt hier Ulti auf die Karma. Karma wird gefokust, allerdings kann sie da noch weglaufen. Daher Frank ist raus. Ulti von Fiora ist auf Bart draufgegangen. Vielleicht stirbt der Mundo, aber... Nein. Wukong kommt von hinten, holt sich die Fiora. Die hat die Mundo gefokust. Und die Viona hemmt gegen Karma. Das wird noch gut ausgehen für sie. Das wird noch gut ausgehen für sie. Und das wird noch gut ausgehen für Asie. Das war's. Wukong und Karma zusammen. Einfach stark. Wukong hat gleich sein Eh wieder ab. Dann springt das einfach an. Die Jinx ist hinten noch. Sie haben sie entdeckt und jagen jetzt die Jinx noch. Die Jinx gegen die Karma. Allerdings war Karma-Damage so hoch. Das war's. GG kommt schon. GG. Ja. Ein bisschen früh noch. Also ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen. Ja. Aber... Report Middellane Kappa. Sehr gut. Im Team Ranked wird die Middellane Reporters gewonnen. Ist doch toll. Die sagen jetzt verdient gewonnen. Ja. Primetime 20. Die Karma-Carrions. Die Karma-Carrions. Du siehst hier die Top-Loyle-Community. Die haben gewonnen. Das hab ich nie gehofft. Die haben gesagt, danke Jungs. Aber wir warten. Wir warten. Oder was? Ja, danke. Wir sind besser. Aber nö. Wir machen jetzt noch nicht zu Ende. Wir warten bis zur Primetime. Okay? Primetime. Die wollen noch eine Stunde warten. Nee. Primetime 20.30 Uhr heißt doch das Team. Das heißt, die warten bis 20.30 Uhr und dann räumen sie dir dein Zeug weg. Wenn sie das nicht schaffen, geben sie auf. Vielleicht bis 20.30 Uhr. Nee. 20.30 Uhr wird noch eine Weile dauern. Nochmal ein schöner Fight. Aber das blaue Team kann nicht wirklich, äh das rote Team kann nicht wirklich etwas tun. Kommen sie alle mit einem blauen Auge davon am Ende. Schaffst du die Jinx noch den Wukong zu töten? Nein. Nein. Nein, der Leser kam auch nicht mehr raus. Wie bei? Schatz feiert. Die Karma tatsächlich wirklich am Carrying. Tja, ist halt eben ein sehr starker Spieler. Ne, ich sehe aber weniger die Karma am Carrying, sondern mehr den Wukong. Da der reingehen kann und halt absolutes Chaos stiftet. Die Karma hat aber wirklich gut vorbereitet immer für den Wukong. Also das war halt auch das, was halt auch gecarriert hat. Wukong kommt und Karma hat vorbereitet. Das ist halt ein gutes Zusammenspiel. Aber bei uns ist eher alles der Masterplayer, sagt der eine. Sagt der andere, der ADC ist aber auch stark. Naja. Ja, haben wir ja in den letzten zwei Spielen gesehen von der ADC. Ja, und als Kalista spielt sie auch wirklich. Also der Spieler spielt als Kalista nicht schlecht. Kann man nicht meckern. Aber guckt euch mal an, die wollen echt wieder alles abräumen. Komplett. Ja, ist auch richtig. Ja, wenn man ein enges Spiel hat und ein Safe gehen will. Aber die könnten eine Line durchrennen. Die könnten zusammen durchpushen und uns verhänden und den Gegner. Die hören uns zu. Nein, Wukong ist gut. Ja, das war dann das letzte Spiel. Vermutlich. Ah, 20.30 Uhr ist richtig. Die haben immer um 20.30 Uhr angefangen zu spielen. Ach, deswegen 20.30 Uhr. Das heißt, also es war einfach so, die Zeit, Punkt 20.30 Uhr seid ihr da. Ansonsten neues Team. Ah, okay. Und es scheint sich gewährt zu haben. Da wird die Kamera noch geholt. Da muss Kalista rausflaschen. Ja, Kalista wird da gefotust. Allerdings Wukong kommt rein und er macht mittlerweile so einen massiven Damage. Mach den Rasenmäher an und dann geht's los. Triple Kill. Quadra Kill. Quadra Kill. Und einfach... Wo ist der Pentakill? Das geht noch nicht, weil der einfach noch zu lange tot ist. Ich habe auch schon sehr, sehr späte Pentas gewonnen. Und da ist der Surrender Vote und jetzt Surrender. Wir haben einen Gewinner. Und wir haben... Oh, wei. Das war aber nicht freundlich. Prime Time. Das ist eigentlich die Verlierer. GG, easy. Wir haben gewonnen. Ja, ein wenig eindeutiger wie das letzte Spiel. Ja. Leider nicht so spannend wie das letzte Spiel. Ey, wir dürfen jetzt nichts analysieren. Verdient. Danach kommen jetzt die Analysten. Stimmt, wir dürfen nichts analysieren. Sagen wir einfach nur... Danke, dass ihr... Danke. Machen wir kurz die Gritte an. Mich würde mir interessieren, was die Karma an Damage ausgedrückt hat. Und wahrscheinlich hat der Wukong auch am meisten Damage gemacht. Genau. Damage stellt 13.000 an Champions. Die Karma wirklich mit 13.000 auf Platz 2 und mit 16.000 der Wukong, ja. Ja. Und von den Kills auf jeden Fall... Also die Kills hier. Ja, gut. Der war auch ziemlich fett. Und das war das Beispiel, wo wir es kurz davon hatten, der Jungler mit Kills, ja. Du meintest ja, der Jungler muss Kills abgeben. Wukong hat versucht, nicht so viele Kills abzugeben. Ja, Wukong hat es skaliert halt aber auch wie ein Schwein. Ja, macht aber auch einen enormen Dank. Ist zwar ein Affe, aber der geht übelst ab, wenn der mal richtig... Dann bretzelt er da einfach durch mit seiner Dreh-Kombo so... Ah ja, er hat mich verkannt. Ja, gut. Dann können wir schon weitergeben. Zu den Analysten. Analysten. Dann analysiert mal. Herzlich willkommen bei uns bei den Analysten. Den Analysten im Dunkeln einliegt, ich habe nicht bei uns ausgefallen. Aber das sind uns trotzdem... Smooth Lightning, euer Name. Naja, also wir haben ja schon wieder ein starkes Spiel von beiden Teams eigentlich gesehen. Ja, aber ich muss zugeben, es war dann doch schon etwas auf der einen Seite als mehr auf der anderen. Ja, es war nicht mehr so ausgeglichen wie jetzt das Spiel davor. Also man hatte wirklich schon klare Ebenen, wohin das Spiel laufen wird. Ja, genau. Es war primetime 20-30. Wir haben ein sehr interessantes First Blood of the Midland gesehen. Vielleicht kriegt man gerade mal das Replay davon rein. Es war etwa bei Minute 4. Ja. Ja. Und sonst, ja, also... Wie hat das Spudelspiel einen guten Fokus gehabt? Aber Wukong war halt immer... Da waren wieder so zwei Champions, die eigentlich schon immer sehr stark sind, aber halt nicht oft gespielt werden. Und in diesem Fall halt Wukong und Karma. Sie werden... Also man sieht es... Also ich spiele ja auch eigentlich recht viel Solo-Q. Und da sieht man sie eigentlich nicht so oft. Aber wenn man sie halt dann schon spielt, dann merkt man auf einmal, ja, das ist Ulti. Das haut richtig rein. Wenn man sie AP spielt. Wukong AD. Macht sehr viel Schaden. Und da haben sie einfach gezeigt, dass ja auch andere Champions... Das ist ein sehr schöner Game. Also gerade eben von Wukong, finde ich. Dann wirklich Early Vorteil für diese... Midland? Ja. Karma gegeben, genau. Also, ja, das war doch der Masterspieler. Ja. 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 Ich hab mir ja... Ich hab mir ja nur gehört, bei 17 Minuten waren sie 10.000 Gold vor. Das sind ja immerhin zwei große Items, also... Ähm, jetzt sehen wir noch, äh... Minute 20 hier, dem Game von der Wii. Okay. Ähm, der hat schon gegen Amor, kann die Easy Game Tower, da jetzt nicht mehr keine Chance mehr hinzukommen. Also, würde ich sagen, dass... wie ich eigentlich so, ähm, der Standard, ähm, Genre... Ja. Ziemlich einfach zu spielen, hat aber auch ein, äh, hohes Potenzial nach oben, den wir jetzt gesehen haben. Mit dem Fokus, ähm, bei der Minute 17, bisschen später, hatten wir nochmal, äh, guten Fokus von der Wii. Hm. Ähm, ja, der Ulti ist halt der ultimative Fokus, also du klickst einfach auf den Gegnerischen AD Carry und du machst den Weg durch. Das ist... Und wenn du auf dem Weg halt noch die Champions triffst, das musst du halt noch, äh, selber auch ankalkulieren, dann hast du das Maximale ausgeholt. Ja, der Schaden unten nach Back. Ähm, ja, da haben wir noch, äh, gute Gangs von Wukum gesehen, in Minute 10 ungefähr. Ja. Ähm, ja. Das hat schon, äh, wirklich seine Rolle gut in dem Team ausgeführt. Wir haben eigentlich von, von beiden Teams wirklich gute Plays gesehen, sowohl im, äh, vorherigen Spiel aus, auch im jetzigen, zwar nicht so ein einseitiges Spiel, wo jetzt wirklich ein Team dominiert hat, war. Interessant, ähm, anzuschauen, ja. Ja, hier sehen wir jetzt grad das Replay von Wukum, wer wartet. Und jetzt, äh, Extended halt, die, ähm, war mal zu weit und geht dann halt nicht weg. Ähm, die, äh, versucht nochmal was, äh, zu reißen. Da kommt dann der super Long Range Ding. Also das ist eine so Momente, wo man sich da nicht fragen soll, wie ist das durchgekommen? Hab ich auch gefragt. Ja. Wir haben auch einen schönen Teamfall, äh, danach gesehen, so, zu 16. Äh, trotzdem wieder klar der Vorteil von, ähm, Team Blau. Hier, halt einfach, äh, ist Gold. Das Positioning vom H4, weil es auch nicht, äh, das Beste hat immer eine gute Ultram ausgeholt, finde ich. Ja, hat zwar viele getroffen, aber das lag einfach daran, weil sie einfach zu viert durch deren Jungle gelaufen sind. Und, ähm, das rote Team ist einfach, eine nach dem anderen durchgelaufen. Hat dann gemerkt, ach, da sind ja die Gegner und sind dann gestorben. Das, ja, und... Das, ja, und... Und seit... Das waren halt einfach zu verspalten, äh, Spieler. Jetzt, äh, in dem Moment, dann konnten sie sich, glaub ich, ne, den Tower haben sie für mich geschafft. Da war jetzt die Fiora sofort da. Aber mit Land Tower, genau, der hat sich gefallen dann. Ähm, und da war eigentlich schon klar, das sitzt, ähm, zügig, äh, Team Blau nicht mal durchziehen, so wie im letzten Mal. Ja, da sind sie ja zurückgegangen, so... Ja. Und jetzt, äh, sind sie einfach, äh, für den Exus vorgepusht. Genau. Und das wiederum heißt, dass dann, äh, dass Pity ZD dadurch dann halt das Finale gewonnen hat auch? Ja, das war halt ein schönes Kombo von, ähm, nie wieder, mit dem Fokus. Trotzdem, äh, ziemlich viele Einzelkämpfe. Und, äh, gerade von, ähm, da ist jetzt aber Arz zu Stelle und, äh, gleich sofort. Ja, dann ist ja nicht mehr so, wie in der Wankernitze ist Wukong da und, äh, hat natürlich, äh, Arzzi sofort weggesnackt. Jona ist trotzdem zurückgegriffen. Und vorher holt sich sie noch. Ähm, ja, an sich nur noch ein schönes Spiel. Bisschen, äh, so die G-Minute sind jetzt, äh, mit, äh, Arzzi ist es einfach durchgebracht. Haben sie sich einen nach dem anderen geholt. Ähm, Jona hat mal versucht zu engagen. Mit Arzzi in den schönen Komplen gelegt. Dann kam aber der Flash von der Kalista gleich wieder. Der hat sich wirklich gutes Positioning hingelegt. Wird totalen Fokus von der Jona. Wird auch down genommen, aber ist halt zu spät. Ähm, war halt wieder 2 für einen Trade. Also ist es nicht wirklich gewohnt. Ja, leider hat man ja gesehen. Ulti, Wukong, ade. Macht alles kaputt. War ein guter Pick. Mhm. Und dann kam das Surrender. Ja. Da war es dann zu Ende. War ein schönes für mich eigentlich so, so mitzuschauen. Ähm, wir bedanken uns, äh, bei den Castern als erstes, die das ganze Spiel kommentiert haben. Dann auch ein großes Lob an die Regie. Das hat zwar manchmal ein bisschen gehackt oder so, aber ich denke, das gehört halt dazu. Technische Probleme. Technische Probleme, ja. Das sieht man ja auch bei den großen Spielern. Ja, eigentlich immer. Ich meine, komplizierte Technik. Ähm, so von unserer Seite, es gibt noch ein CSGO-Turnier im Januar. Das wird so ähnlich ablaufen wie jetzt, nur halt mit Counter-Strike Global als Spiel, nicht mehr League of Legends. Unten bieten ab Turnier im Februar, da werden so verschiedene Titel, Mortal Kombat und so. ähm, Street Fighter, denke ich, kommt noch, wird dann gespielt, ähm, eins gegen eins. Und, ähm, wenn ihr auf unserer Homepage, ähm, oder auf der Facebook-Seite likt, dann, äh, kriegt ihr auch alle News. Seid immer up-to-date. Kriegt dann auch die genauen Termine mit und verpasst es natürlich nicht. Ja. So, dann danke ich mich noch bei dir für deine Analysen. Ja, bei dir für deine Analysen. Und, ähm, wir würden uns dann verabschieden von euch. Ähm, schönen Abend noch. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum Schluss. Ciao. Das wär's von unserer Seite aus. Tschüss. Ciao. Ciao. Sayonara andet. Vielen Dank. Vielen Dank.